Also, wir sind wieder da, ne? Reloaden, wer nix sieht. Wäre super, wenn ich hier mal reinschauen würde. Karaba, du bist die Beste. Vielen Dank fürs Bescheid sagen. Ihr könnt in Zukunft öfters sagen, ich bin da wieder da. Ich bin noch da, oder? Oder, oder? Sagt einfach, wenn ihr das nicht einstellen könnt. Das wäre cool, wenn wir das irgendwie standardisiert in Kriegen, dass ihr das immer sagt. Das wäre super. Wenn das nicht geht, das Einstellen, das wäre super. Wenn ihr mir das immer um den Kopf schmeißt. Ich habe es diesmal wieder vergessen. Passiert ab und an. Jupp, bis wieder da. Nice. Tobi, bist du doch da? Also, wir nehmen jetzt den Tod, weil ihr das wolltet. Ach so. Okay, aha. Also, das ist, also, okay. Die Gottähnlichen sind quasi anscheinend so eine Art, ähm, ja, wie sage ich jetzt, ähm, die scheinen wirklich so eine Art Laune der Natur zu sein. Dass die halt, äh, dass die geboren werden, so, ne? Ähm, das ist scheiße, ne? Tobi, das ist richtig kacke, ey. Das müssen wir jetzt gleich mal hier mal durchlesen, ne? Da gibt es cool. Medium ist zum Beispiel Sänger. Baba. Also, ach, viele Klassen sind bekannt, ne? Mal sehen, wie das dann ist. Sänger, Medium, Mönch. Das bleibe ich gespannt drauf. Hm. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Du hast jetzt noch sehr lange rumprobiert, ne? Ist ja nicht schlimm. Ich meine, ist egal. Also, wenn es dich nicht stört, dass du keine Mods hast, ist ja egal. Ich kann auch komplett ohne spielen. Wie gesagt, ist ja kein Problem. Also, von meiner Seite aus. Die Sicherzeit, kacke. Okay. Baba. Rohlinge, wahnsinnige Berserker. Obgleich, Stadtbewohner, die Begriff, Barbar oft mit einer Dosis Respektlosigkeit verwenden werden, die ländlichen Kämpfe von ihren Gemeinschaften für ihre Wildheit und ihre furchterregende Erscheinung auf dem Schlachtfeld respektiert. Ich finde halt, ähm... Also, Barbar steht für uns. Es macht keinen Sinn. Weil unser gottähnlicher, der hat ja Gewandtheit und Intelligenz. Dadurch schließen wir tatsächlich schon ähm... weil ansonsten müsste man Menschen oder so nehmen. Es sollte schon Sinn machen, dass sie irgendwie so Paladin oder Priester, äh, Druide, Zauberer, sowas halt nehmen. Gewandtheit und... oder... beides halt, ne? Die Musik eventuell etwas leiser. Okay, können wir gleich mal gucken. Aber momentan ist sie ganz leise, von dem her. Oder findest du zu leise? Ist halt jetzt gerade im Menü, ne? Vorher war es laut genug. Paladin ist ein kriegischer Fanatiker, die sich einem Gott, einem Herrscher oder sogar einem bestimmten Lebensweise widmen. Man findet sie in jeder Kultur, wo fanatische Gruppen, gleichgesinnte Individuen, eine Kriegergesellschaft gegründet haben, die sich ihrer Sache verschreiben. Unter jenen, die sich nach ihrer Weltanschauung ausrichten, werden Paladine mit Respekt und Bewohnern betrachtet, aber auch mit etwas Angst. Viele Paladine haben in Armeen und Söldnergesellschaften Führungspositionen inne. In der Hitze des Gefechts übergeht ihr Fanatismus jedoch oftmals die Befehlskette und den gesunden Menschenverstand. Cool. Also Paladine sind in diesem Universum quasi einfach nur fanatische Kämpfer, die sich irgendeine Sache verschrieben haben. Gefällt mir. Athletik plus zwei. Aha. Neue Kraft. Ausdauer durchschnittlich. Gesundheit hoch. Fünfmal die Ausdauer. Genauigkeit durchschnittlich. Abwehr durchschnittlich. Sänger. Ein Barde oder was? In jeder Kultur in Eora gibt es Sänger. Viele Historiker betrachten den Sänger als den ältesten Beruf, der mit Magie arbeitet. Was? Sänger arbeiten mit Magie? Seine heiligen Redewendungen ergreifen das kollektive Gedächtnis für irrter Seelen um ihn herum und überwelken sie in einer Art Nachahmung dazu, magische Effekte zu generieren. In manchen Gesellschaften bilden Sänger organisierte Gruppen von Geschichtenerzählern und Forschern. Völlig crazy. Das Bild eines Sängers. Das ist ja interessant. Ja, ich bin jetzt Popstar. Jetzt werde ich aber Wissenschaftler. Weil ich... Weil... Ich... Ich kann besonders gut singen. Das ist meine Qualifikation. Ich habe eine Minute Klicks auf... Mein Baum. Dieser Baum wurde schon 1000 Mal angeklickt. Ach ja, ach ja, ach ja. In den meisten Teilen der Welt sind sie jedoch bloß ein altehrwürdiger Teil der lokalen Volkstradition. Okay, gut. Anfähigkeiten... Anfängliche Fähigkeiten. Phrasengesänge. Alle Sänger bekommen Kunde durch Gesänge anstimmen, die aus magischen Phrasen bestehen. Phrasenlösen, Passive Hektim. Effekte außen helfen. Also Supporter. Das war mir irgendwie klar, ne? Das war mir irgendwie klar. Wissen, Mechanik. Oh, Mechanik. Ausdauer sehr niedrig. Gesundheit niedrig. Genauigkeit, Durchschnittsabwehr hoch. Eine hohe Abwehrbesitzende. Das ist interessant. Aber obwohl der niedrigste Ausdauerwert... Wahrscheinlich brauchen die auch nicht so viel Ausdauer, ne? Wie alt ist das Spiel? Boah, ich weiß gar nicht. So alt ist das auch nicht, ne? Können wir mal kurz gucken. An der die erste Veröffentlichung war. Ich habe natürlich das komplette Paket gekauft. 2015. Priester ist Anlänger von Eoras Gottheiten und praktizieren religiöse Magie. Werde das gedacht. Obwohl alle Priester sich an spezifischen Gott widmen, rührt die tatsächliche Kraft des Priesters von seinen persönlichen Überzeugungen her. Im Gegensatz zu den meisten Paläden tendieren Priester dazu, sich auf Philosophie, Lehre und die Beziehung zwischen religiösen Organisationen und dem gewöhnlichen Volk zu konzentrieren. Standardpriester, ne? In jedem Teil der Welt hängt die Aufnahme von Priester sehr stark davon ab, wie ihr Gott von der den dort ansässigen Menschen verehrt oder verschmäht wird. Heiliger und Glanz generiert bestimmte Ausdauermengen. Oha. Okay, krass. Coole Mechanik. Im Laufe des Spiels kann die Macht dieser Fähigkeit, also Heiliger Glanz, sich verändern. Basierend darauf, wie sehr der Ruf des Priesters mit dem von seiner Gottheit bevorzugten Verhalten im Einklang steht. Verschiedene Unterstützungszaubern und einigen Angriffszaubern. Bei jedem zweiten Stufenanstieg erhält der Priester automatisch Zugang zu neuen Zaubern. Oh Gott. Okay. Anfällig können sie ihre Zauber nur begrenzt oft pro Ruhephase einsetzen. Wenn der Priester mächtiger wird, gehen seine schwächeren Zauber nach und nach zu einem Limit pro Begegnung über. Okay. Fällt schon mal weg. Taktik Gear. Hi Noxvec. Ja, mir ist doch scheißegal die Grafik. Solange das Spiel gut ist, ist die Grafik zweitrangig. Der zweite Teil kommt raus, ja. Der Charakter hat zu viel an. Was? Das ist interessant. Und so sind der Partie immer die heiligen Instante, die sich an die Regeln Kodex halten. Ja, klingt gerade sehr nice. Finde ich auch logisch. Finde ich auch. Dieser Baum wird kein leichter sein. Dieser Baum wird holzig und schwer. Sehr gut, ja. Ja, meine... Gut. Medien sind im östlichen Abschnitt... Medien sind im östlichen Abschnitt erst seit kurzem bekannt. Ja, ne? Die neuen Medien. Ja, er hat zuerst nur die Glasfaserleitung hier gelegt. Verdammt. Endlich können sie ins Interbaum. Ich hab's gesagt. Mein Baum. Ah ja. Gut, okay. Von den Glan... Glanfatanen... Fatanen wurden sie einst als Brijau-Gwin Verstandsjäger bezeichnet. Medien haben die Eigenschaften, sich mit der Seele und der Psyche einer anderen Person zu verbinden und sie zu manipulieren, indem sie sich der Essenz... Seel bestehen aus Essenz. Die Seelmaterie steht bei Beseelern hoch im Kurs. Denn für ihre Experimente benötigen sie häufig als Ressource. Eines Verbündeten oder eines Feindes bedienen, um ihre Magie zu fokussieren. Auch wenn die meisten Medien immer noch im östlichen Abschnitt anzutreffen sind, haben sich Praktizierende dieser Technik in der ganzen bekannten Welt verbreitet. Sie werden nach und nach akzeptiert, ihnen wird jedoch gewöhnlich nicht vertraut, besonders nicht von den Ungebildeten. Kräfte. Medien können verbündete und feine unmittelbar mit mächtigen Seeleneffekten belegen. Diese Kräfte kosten Fokus, welche die Medien durch den Einsatz ihrer Seelenpeitsche aufbauen. Boah, das klingt ja so nice. Das klingt nach einer interessanten, nicht standardisierten Klasse an. Das klingt ja interessant. Ich muss sagen, das klingt sehr verlockend. Also das klingt wie ein Unterstützer, aber das klingt nicht in einer 08-15-Klasse, die es in 5 Millionen LPGs schon gibt. Wenn du noch einen Song hast, dann poste das gleich mal auf Baumstagramm. Waldläufe sind Kämpfer aus dem Waldland und meister der Jagd. Immer in Begleitung von seengeboten tierischen Gefährten findet man sie in wilden Gebieten auf der ganzen Welt. Da ihr Lebensstil oftmals in Richtung Unabhängigkeit und die Situation tendiert, ist es selten, dass Waldläufe mit seinem integralen Bestandteil größer Streitkräfte werden, auch wenn sie oft als Aufklärer und Führer eingesetzt werden. Standard Waldläufe. Was aber interessant ist, sind die seengebundenen tierischen Gefährten. Tierischer Gefährte. Alle Waldläufe besitzen eine starke Verbindung zu einem tierischen Gefährte. Der Gefährte folgt im Kampf den Befehlen des Waldläufer und äußert wehrvoll, da er in ihm den Rücken freilt. Tierische Gefährten versorgen nur wenig Schaden, besitzen aber eine hohe Schadensurzung. Das Wand zwischen dem Waldflug und dem Gefährten ist stark. Wenn er im Kampf fällt, leidet auch der andere. Okay. Es klingt erst so interessant. Äh, Radius. Radio, Radius. Moment, ich, äh, gebe dir kurz schnell. Teil 1 und 2 brauchst du. Druide. Als Animisten im Herzzapfen Druiden jene spirituelle Kraft an, dieser Satz klingt seltsam, die durch die einfachen lebenden Dinge in Eora strömt, pflanzende Tiere und manche sogar lebende Steine. Es gibt lebende Steine? Okay, gut. Obwohl nicht unbedingt religiös, fähren Druiden die natürliche Welt und haben ein leidenschaftliches Interesse ihre Mysterien zu verstehen. In den meisten Kulturen werden Druiden als Art Urmagier verstanden. Unter den Glanvatanen, den Nazitakis und vielen ländlichen Kulturen können sie jedoch hohe Positionen mit Einfluss und Autorität einnehmen. Okay, das ist auch ein interessantes Druiden-Bild ehrlich gesagt. Also am Anfang klang das so, das ist Standard-Droide, er ist von mir ein Baumkuschler und so ein Shit, aber interessant, dass er, dass die in ländlichen Gebieten teilweise hohe Positionen einnehmen, also nicht Einsiedler, sondern tatsächlich Einfluss und Autorität besitzen. Interessant. Geister wandeln. Alle Druiden haben eine animalistische Gestalt gemeistert. Diese Gestalt verleihen den Druiden starke Nahkampffähigkeiten, außer besitzt der Druide in seiner tierischen Gestalt eine weitere Fähigkeit. Zauber. Der Druide hat Zugang zu verschiedenen Angriffs und einigen Unterstützungszaubern. Bei jedem zweiten Stufenaufstieg erhält der Druide automatisch Zugang zu neuen Zaubern. Also es ist interessant, Zaubern funktioniert anscheinend hier so, dass man begrenzt ist mit Ruhephasen, das heißt wir müssen uns ab und an mal ausruhen um unseren Zauber zu regenerieren. Wahrscheinlich wird es auf einen Zauberin auslaufen. Wir sind stark im Zaubern warum keinen Zauberer nehmen? Wäre blöd wenn wir das nicht machen würden. Ich muss sagen Medium und Druide klingt bis jetzt am besten. Müssen mal gucken. Wow Dead Grammatic Hardcore Kein Fallschiff Ja du kein Problem Ist ok du für dich doch immer Schurken sind heimtückische Mörderer die für die Brutalität ihrer Angriffe gefürchtet werden oft findet man sie in dunklen Seitengassen aber auch im Herzen vom Scharmützeln auf dem Schlacht wird Obgleich unberechtigt und undiszipliniert werden Schurken oft als Stoßtrupp oder als Teil eines Überraschungsangriffs eingesetzt bei dem ihre vernichten Angriffe die gegnerische Reihen und der Moralen durchbrechen Schurken tendieren dazu sich in großen Zahlen in Städten zu versammeln wo sie stets als Schläger angewählt werden können also Standard Schurken Kämpfer im gesamten östlichen Abschnitt bilden Kämpfer die vorderste Front ist in der Armee doch logisch obwohl sie am häufigsten Kultur ansteuert sind die eine organisierte Kriegsstruktur aufweisen können Kämpfer auch als Söldner Leibwächter und bei anderen Söldner Aufgaben gesichtet werden das gemeinsame nennt das Kämpfer vereint ist ihr starker Fokus auf Ausdauer und Nahkampf Verteidigung Konstant Ja Ja ich schätze weil Kämpfer ist Standard Nahkampf Dude Zauberer Zauberer wäre auch interessant Die meisten deklärten Magie Zauberer sind Schüler von geheimnisvollen Traditionen die bis jenseits der aufgezeichneten Geschichte zurückreichen Zauberer sind eine höchst organisierte Gruppe die oftmals Akademien oder Gilden bilden die sich der Forschung der Ausbildung des Magischen Studiums widmen Die Bevorzug dabei Umgebungen in die Nachforschung Experimentieren Debattieren und die Verbreitung von Wissen gefördert wird Viele ausgebildete Zauberer werden schließlich für ihre Exzentrik ihr Ego und ihr unstillbares Interesse an geheim okkulten Dinge bekannt ha 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 das gelt eine klasse für den zocker er hat auch ein sehr großes ego nicht er eventuell ist ein bisschen exzentrisch in die eine oder andere Richtung manchmal denkt man ok gut heute hat er wirklich alle Schrauben gelöst von seinem Hirn was ist da los schon wieder das klingt doch gut Akadem Angriff Angriff mit Mittler Reichweite die einen kleinen Bereich rein Schaden anrichtet das ist reiner Schaden also das heißt reiner Schaden da müssen reiner nehmen und mit dem machen wir Schaden oder wie also wir nehmen dann einfach random ein Dude der reiner heißt und dann mach mal einen Schaden Ziele mit dem Status benommen belegen kann ok Zauber Zauber im Zugat verschiedener Angriff zum persönlichen Verteilungs Zauber Gegenwart zu Priestern und Ruinen lernen Zauber einzelne Zaubersprüche die sie in ihren Zauberbücher notieren und direkt von dort aus wirken oh mein Gott das klingt ja auch geil oh Gott ich würde gern Medium Druide Zauberer alle drei nehmen kann ich die alle drei nehmen er notiert sich Zauber in seinen Zauber Bücher bei jedem zweiten Stufen Aufstieg erhalten Zauber Zugang zu neuen Zaubern allerdings können sie bei jedem Stufen Aufstieg automatisch einen Zauberspruch einer beliebigen Stufe lernen zu der sie bereits Zugang haben Zauber können außerdem Zaubersprüche aus Zauberbüchern lernen die sie finden oder kaufen ho 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 oh man der Zauber gefällt mir auch direkt instant du deine Stoffe Klassen was soll ich machen das ist einfach das interessanteste ich mein Nahkämpfer tut mir leid aber ist einfach doch langweilig in Daxons hat man noch genug Nahkampf Mönchchen gehören zu einer Vielzahl von Kappforden die im letzten Jahrhundert in Ixar Middle und im östlichen Abschnitt entstanden sind obwohl viele klösterliche Orden ihre Lehren bis auf ihren beständigen Gründer Tletlack zurückverfolgen können waren individuellen Orden in ihren Schwerpunkt ihrer Moral und ihrer Ethik stark das gewöhnliche Volk respektiert die unglaubliche Disziplin der Mönche betrachten sie jedoch als eigenartigen unberechenbaren Bund der möglicherweise nicht bei völliger geistiger Gesundheit ist das klingt auch interessant selbst Selbner und andere Abenteuer wissen nicht was sie von ihnen halten sollen möglicherweise nicht bei völliger geistiger Gesundheit das klingt schon mal lustig ach ja über überwält 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 leiden wenn mönche keine waffe ausgerichtet haben sind ihre unbewaffneten angriffe außergewöhnlich mächtig und ihr schaden erhöht sich mit jedem stufen ausstieg weiter wunden wenn der mönch schaden erleidet lässt ihr schmerz wunden entstehen wunden dienen für viele spezialfähigkeit des mönchs als energie quelle also sado dude alles klar ich weiß doch was reiner schaden ist das war ein gag meine fresse äh das ist so äh gibt's sowas wie unterklassen oder so tatsache also ich kann mir kräfte auswählen feld der abmeigung äh du hast das schon gespielt feindschiff was sollte ich als anfangsklasse nehmen wenn ich schwer spiele kann ich einfach alles nehmen ist es egal oder erzeugt giftig physikalische manifestation der gegenseitig antipathie zwischen dem medium und feindlichen ziel jeder der zwischen die beiden geräte erleidet korrosionsschaden augenschlag elektrisiert die visuellen rezeptoren als benutzer benommen geblendet wird wie auch ziele in der nähe geblendet werden hi andy das ziel wird zum objekt einer erschütternden explosion physischer energie und einen wundschaden durch das trauma charaktere der markier folgenden bereich hinter dem ziel den einen tapferkeits test misslingt werden von der explosion niedergeschlagen seelen schock mir gefällt dass er eigentlich einen p-händerschwert trägt ich finde es passt auch irgendwie dass wir so seelen shit machen mit dem toten ding verhört die äußere eines verbündeten ziel zurück wenn gehend in energie und sondern einen strom strom umschlag was ist denn ein strom umschlag charaktere die um das ziel herumstehen leiden elektroschaden 23 bis 31 schock schaden what the fuck achso ok es schüttert den sinn des ziels für die realität wo dies verängstigt und verwirrt wird bezaubert ok ich sag mal so klingt interessant genau als psychowelle wenn wir den nehmen dann wird das psychowelle und seelen schock ich muss sagen das gefällt mir ähm ok schauen wir mal nach ein druiden er kann wildtiere bezauben tanzende blitze mal der natur sonnenstrahl reichweite der klaue winterwind widerwärtige dornen kraft der natur chaos fuß ich kann mich in einen kader verwandeln bär kann fürchterlich brüllen ok regeneriert verlorene ausdauer fügt mit ihren nahkampf angriffen zeitschaden zu also blutungsschaden greift naturgemäß schneller an und kann kurzfristig sogar noch schneller angreifen schnell angreifen und noch schneller angreifen als schnell ok hirsch kann mit ihren blut barten die hirsch geister wandler form hat höhere verteidungswerte und kann mit ihrem blutbart nahkampf angriff ganze gruppen von feinden gleichzeitig angreifen blutbart nahkampf angriff stelle ich mir lustig vor der wolf bewegt sich schnell und verfügt über einen angriff der feinde niederschlagen kann ich muss sagen klingt echt auch ziemlich cool boah es hört sich eher nicht nach einem mönch an sondern eher nach einem kultisten oder chaos ja ich warte nur drauf dass es los geht so was muss echt überlegt werden es zu mir leid es ging einfach drei klassen klingt geil das ist halt schwierig ich schau jetzt die fähigkeiten an also ich bin also der druide gefällt mir schon mal besser als der seel und deswegen fliegt der seel direkt schon mal raus na der seel dude klingt am anfang relativ schwach ich denke es dürfte schwierig mit ihm sein zu spielen vielleicht kriegen man später die chance so einen seel anzuwerben erweitig jeden vorkus bei mit einem brillanten will verringert und sich zu benommen hat langweilig langweilig erzeugt einen blenden weißen eisnebel der jeden im wirkungsbereich blendet und mit frostschaden belegt konkel konkelhaut konkelhauts parasiten starben erzeugt einen glühenden kampfstab aus reinergie für den zauberer dem den bonus auf seine treffe wahrscheinlich gewährt und den zauber mit jedem erfolg reichen schlag ausdauer verschafft für 45 macht es in echtzeit rpg kann was das ist das ist interessant das ist gar nicht verleiht der zauberer eine überweltliche sicht wodurch er für kurze zeit eine übernatürliche genauigkeit hat erzeugt ein feuerkegel vor dem zauberer die jedem füllen bereich der brennung schaden vor es gibt einen standard feuer zauber er zeigt ein feld überirdischer klingeln das hier im wirkungsbereich sofort schlicht schaden und rumpel leiden zu fügt ja schmetter oder säureschaden es klingt säureschaden klingt interessant einölen ja ja zauber klingt auch super ich muss sagen der druide klingt bis jetzt am besten bis jetzt klingt am besten und am meisten nach spaß ne er kann nahkampf ferngangriff der kriegt auch einen nahkämpfer und der hat echt viele zauber das gefällt mir der klingt nach breiten varietät von shit den er machen kann ne und wenn es ist können auch in nahkampf gehen also ich muss sagen der geister wandler hirsch klingt irgendwie ganz nice nehm aber ne frau das könnte man mal schauen wie die weiblich aussieht ok ne tut mal leid es sieht einfach hässlich aus wir müssen schauen ob wir das erscheinungsbild nochmal anpassen können das können wir ja bestimmt ja ich bin für den ruiden er klingt bis jetzt am besten die frage ist was so eine gestalt wir nehmen ein bär klingt halt echt tanky ne klingt echt tanky aber der hirsch klingt auch super der hätte man aber haben wir ja sowieso ne drei meter radius tanzende blitze wie kann ich das wieder ok hier ich wollte den kater was ist da doof dass ich nicht sehe ah hier ok also ich sehe die werte halt nicht das ist halt doof irgendwie wir wollten mich doch verarschen dringend empfohlen oh geil macht repräsident die körperliche geistige stärker des charakters seiner rohe gewalt sowie seine fähigkeit mächtige magie zu kanalisieren mhm wer der hinterlässe kann sie zur einschichtung für akte brutaler gewalt hilfreich sein im kampf wirkt sie sich auf schaden heilung sowie auf die tapferkeit verteidigung aus mhm intellekt repräsentiert die logik und argumentations sicht eines charakters bei intellektion kann ein schluss sägern plötzlich ihr könnt es ein problem sein im kampf trägt dazu wille verteidigung bei und beeinflusst die dauernd wirkungs breit von allen fähigkeiten und talenten das spiel sagt uns sogar welche was wir nehmen sollen an werden jetzt gott ähnlich haben wir einen bonuspunkt auf gewand hat bringt uns nicht so viel alles auf intelligenz das schlaue leute level ich trau doch jetzt die 15 punkte intelligenz rein so machen das so oh wir können auch gar nicht so viele punkte investieren also 18 wäre maximal mir gefällt nicht so wir klauen drei punkte und bauen dann ein bisschen noch was in die verfassung rein und ein punkt noch in den gertens ich finde halt paar ausdauerpunkte sollten wir schon haben kultur jetzt ist interessant ok ok das reich Edeus ist derzeit die größte und stärkste kraft in diesem teil der welt also wie viel wir schon gelernt haben nur weil wir uns den ganzen schüttel durch gelesen haben es um den äquator herum zentriert hat ein tropisches klima ob gleich das reich kolonien in unzähligen gegen der welt hat bildet groß Edeus seinen kern beherbergt die mehrste seiner mensch und elf nation todesseuer archipel setzt sich zusammen aus den nationen nazi tag dutzenden von au mauer mauamsiedlungen und hunderten von sehr gesetzlosen piraten verseuchten inseln die sie entlang der südlichen see erstrecken das gebiet ist die heimat der nordzwecke der mauams und einige andere rassen der todesseuer archipel ist der letzte hall für jeden der richtung osten reist eine vielzahl monströse seekreatoren haben den ozean befallen und das reisen praktisch unmöglich gemacht xa middle ebenen nordöstlich von eireglanward liegen die xa middle ebenen eine weiter ausgelebtete fläche fruchtbarer fruchtbarer furchtbarer savant die extensiv von menschen und orlanischen einwohnern bewirtschaftet wird die kultur der xa middle ist einer der ältesten der welt wenn auch eine der am wenigsten imperialistischen da sich an den letzten tausend jahren nur wenig verbreitete alt weiler eins der kronjuwel der südlichen see ist alt weiler nun der zerbrückelte rest eines reichs von sich bekriegenden händlernation während man unter ihnen viele menschen und zwerge befindet bilden die länder in alt weiler noch immer streitmächte mit denen man rechnen rauer thai beherrscht von mauarm nation von rauer thai meine güte ist der golf selbst haben für die viel zeit von nation ok blablabla ja küste sehr viel wasser klingt klingt nach sehr viel wasser das land der lebenden ist ein bergiges gebiet auf einer riesigen nördlichen insel welches meine güte wie viel insel gibt es denn hier ich sehe schon wir sind sehr viel im wasser unterwegs als große gerissene fläche polareis ist das ewige weiß heimat der bleichelfen kleiner konin von kühnen entdeckern ausgestoßen abenteuern gefährliche tiere ok ohne gefährliche tiere ohne pflanzen also alles fleisch alles klar schwierig aber wenn ich nach mehr werten gehen würde würde ich sagen das land der lebenden oder alt weiler aber alt weiler klingt einfach nur öde langweilig händler nation du ich weißt equipment technisch oh ey wie wie kann man denn auswählen das ist ja crazy du du bist weißt du weißt 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 du weißt weißt lebst für den nervenkitzel der jagd ob du rum für den lebens unterhaltung du lebst vom erlegen wilder kreaturen du hast dein leben mit dem studio deines handwerks bebracht nein schwert und schlacht bilden deine lebensweise nein du hast mit güte aus aller welt garen nein die regeln die die welt regieren sind für dich eine reihe alchemistische formeln nein okay also wir sind eindeutig erforscht also ich habe keine ahnung was uns das bringt wissen überleben klingt alles interessant aber ich weiß nicht wie sich das aus ach so das ist das porträt alles klappt so okay was ich doch aha Dissident Künstler Aristokrat Sklave geh nach der Waffe ich hatte auch schon überlegt nach der Waffe zu gehen aber die Werte sind auch wichtig ach ist doch egal die Waffe ist egal weil wir sie einfach austauschen werden wenn es geht also ich werde einfach erforschen nehmen und gut ist farben primär der schwarze ist aber kein schwarz mädels was ist da los sekundär die rose auch schwarz sehr gut okay wie wie die die frau kann auch so komische pilze auf dem kopf haben Ich hab's da alles noch gemacht. Hi, Spider. Well, jetzt bin ich der Liedler der Gruppe. Ich bin ein männlich Idiot mit weiblicher Stimme, das können wir einfach nicht prägen, Leute. Das geht nicht. Ich schätze, die weiblich wird halt die ähnliche Köpf-Kopf haben. Okay, wie heißt unser Druide? Also wir haben da echt einen crazy Druiden da gebaut, totgottähnlicher Druide. Wie das zusammenpasst, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir müssen da gleich mal schauen im Spiel dann, wie sich das mit den Lautstärken, ähm, wie sich das dann zusammentut. Miracul... Nein. Die Stimme passt irgendwie nicht zum Druiden, ich will das doch. Die Stimme gehört zum Charakter und der Charakter ist ein dunkler Tod-Dude. Natürlich nehmen wir eine böse Stimme, ist doch ganz klar. Nicht ein Sound. Wir sind doch nicht, äh, wir sind dir, ne? Wir sind ein Tod-Gott-ähnlicher. Let's go! Nothing will slip past me. Hm? Leading the way. Charge! The better part of valor. I shall lead us. Ja! Na, das klingt cool. Blade in the dark. Ja, das klingt cool. Hm, Peter oder Hans? Nein. Wenn wir sowas machen, dann heißt er natürlich Dieter. Aber Dieter hat schon sehr viele Abenteuer in diesem Stream erlebt. Und wenn ihm einen guten Namen geht, ansonsten, ähm... Hans... Nein. Was klassisch oder, ne? Die Pad. Warum Pad? Das war's. Leroy Konos. Destroyer oder so. Destroyer of the Universe. Hi Whistler, Balthasar, klingt interessant. Klingt interessant. Teufelsladen können wir schon nehmen. XX Dark Shadow Night Killer XX. Genau so sieht das aus. Hey Hamster. Hi Axelappen. Nächster Axelappen muss er heißen. Darth Yoda. Darth Yoda. Das klingt schon cool. Darth Yoda. Darth Yoda. Aber für Darth Yoda ist er zu groß. Azrael. Ja. 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 Jetzt kommt ihr langsam in die Richtung. Todbringer. Das ist... Solche Namen sind... Könnt ruhig... Also Teufelsnamen. Her damit. So Teufelsnamen wär cool. Azrael. Azrael Balta sah irgendwie so. Aber für einen Druiden ist das ein bisschen... Ich sag mal... Ja ey. Wir haben die falsche Mischung. Sind wir mal ehrlich. Meine Rasse müsste nicht Tod-Gott-ähnlicher sein, sondern Natur-Gott-ähnlicher. Dass der zu Druiden passt. Also dass sie Tod-Gott-ähnlicher sind mit Druiden-Spezialisierung ist ein bisschen... Ich sag jetzt mal... Ha ha ha. Ein bisschen... Ha ha ha. Lucifer. Ihr wollt Lucifer? Was sagt ihr zu Lucifer? Mephisto. 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 Nee. Lucifer klingt nicht schlecht. Wollt ihr Lucifer? Davy Jones. Nee. Schade Tobi. Nathas. Nathas. Diese Namen, ne? Ich finde es billig, meinen Namen zu verwenden. Deswegen... Wir müssen uns in... Du bist doch nicht der Teufel. Natürlich bin ich der Teufel. Ich bin Tod-Gott-ähnlicher. Just do it. Luc... 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 Ziffer. Ha ha. Hi, Ruppeltier. Hm. Hab' aber nie gesagt, dass ich äh... Luzide Albtraum. Hm. Ja, die sind bis schon passt halt Null, ne? Ha ha. Ha ha. Ach ja. Hi, PlayDev. Pluto. Was? Der Axtlappen. Nee, garantiert Patik will er nicht heißen. Was für ein bescheuerte Name. Nur das da kann so heißen. Ha ha ha. Ach ja. Ey, ich muss sagen, Hamster, du bist mit Dark Shadow Night Killer XXXXX. Finde ich super. Muss ich auch nicht sagen. Nein. Ich kann... Nein. Du musst doch gescheit heißen. Wie Mozart. Weil es versucht Mozart einzugeben. Terminator. Nein. Duido. Hahaha. D'Ani. Ach, mit Namen tue ich mir immer schwer. Zu meiner Frau sag ich immer, boah, Namen voll easy. Name ist schon etwas, du kannst es nicht ändern. Ne? Du kannst eigentlich alles nicht ändern, aber prinzipiell mit dem Namen musst du die ganze Zeit leben. Mh.. Vetter Druid, eh? Hehehehehe. Mh.. Mh.. Also badass, na? Sowas wie Dieter oder so. Das klingt doch super. Mh.. Todesgott binnenladen. Hm.. Mh.. Kurt Bösester Name George W. Bush Ich glaube ich nenne ihn gleich Dieter Dark Dieter Oh Was sagt ihr zu Dark Dieter Dark Dieter Was sagt ihr dazu A Leister MC Schleck Dieter Nator Dark Dieter Ist Medith aus einem Spiel oder ist es ein God oder so Name sagt mir nix Es gibt auf jeden Fall auf Frostbane einen Charakter der Medith heißt Vielen Dank W. W. Armory Doppel D immer gut Hi Horstie Achso W. 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 ja Warcraft 3 Medith 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 Wir haben ja keinen bösen Charakter Wenn euch Medith gefällt Sorry Ruppeltier Aber heute gibt es kein Gameplay Es gibt Also ich habe das Spiel nicht mehr gekauft Ihr seht eigentlich nur Ich tue so als würde ich alles eingeben Das sind alles nur Grafiken Oh Mietis zt Mietis Oh Gott, jetzt darf ich vorlesen. Oh je! Jeder bleibt nahe zu den Wagen, versteht's? Bleib aus den Wagen und Bösten nehmen dich, wenn du einen Stroll durch die Ruinen planst. Er nickt in Richtung einer bedrohlich rückten schwarzen Masse am Becker. Also ich werd, wenn die englische Sprachausgabe halt kommt, müsst ihr halt mitlesen, ne? So, ich werd nie den ganzen Shit vorlesen, das passiert garantiert nicht. Es gibt ne Sprachausgabe, wenn die englische, ist doof gelaufen! Das sind heilige Steine, das ist sehr interessant. Heute bleibt jeder, und in der Morgen werden wir den Weg klarer bekommen. Gilded Veil sind weniger als ein Tag aus. Entstanden? Sie haben wegen uns angehalten, weil wir krank sind. Touch of the rumbling rot, could be. There's a stinging beetle round here, carries it. You'll be fine once it passes your innards. Unless you don't drink water, course. Which case you'll be dead in a day. Also wir haben... Er sagt, es könnte ein Hauch von Grölfwolle sein, was auch immer das sein mag. Von einem Stechkäfer. Also eine Mücke. Irgendwie was. Wenn ich kein Wasser trinke, sind wir im Traktor. There's a berry grows in these parts, small and pink. Called a springberry. About the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it, but the frontiersman make a tea from it. Calm the insides. Should get you through the night. You might check around, see if you can find some. Meanwhile, I'll see if we can scare you up some water. Also wir sollen jetzt rumlaufen und so eine Frühlingsbeere suchen, die uns äh... Die uns äh... Unser Magen beruhigen soll. I know you wanna hunt before it gets much darker. But see about refilling our water first. Got a sick one here. Sparfell. Was zur Hölle ist das Tsunami? Wo finde ich denn diese Bären? They grow on a bush that's common around here. Kinda funny looking. You'll know it when you see it. Doubt you'd have to go far off the road to find one. We see... Ein komischer Bursch. Äh... Daran wachsen die. Okay. Nothing you won't see on half the hills of Air Glanfath. Money to be made selling their knickknacks in Defiance Bay. If you don't mind getting stuck with Glanfath and arrows now and again. They didn't build them, but I'll be the effigy if they don't watch them like a mother bear. Ich muss das jetzt nochmal durchlesen, das verstehe ich nicht. Nichts, was es nicht auf der Hälfte aller Hügel in Air Glanfath zu sehen gibt. Wenn es dir nichts ausmacht, die hier und da einen Pfeil anzufangen, kannst du ihr Schnickschnack in Trutzburg zu Geld machen. Sie haben sie zwar nicht gebaut, aber wenn sie nicht wie eine Bärenmutter darauf aufpassen, bin ich das Bildnis. Das letzte Teil verstehe ich nicht. Aber... Äh... Okay, die Ruinen werden wie... Wie mit Argus-Augen bewahrt. Und wir könnten natürlich so Stuff davon mitnehmen. Aber... Dann würden wir ehrlich sagen. Natürlich haben alle die rundherum hier zehnmal überrascht. Ich habe nichts mehr wert mit einem halben Pfeil. So höre ich. Okay... Also... Die Ruinen wurden in der Gegend schon zigmal geplündert. Und deswegen gibt es hier nichts. Aber... Er... Zinkert uns zu und sagt so. Ja, habe ich gehört. Äh... Vielleicht gibt es hier ja erst noch. Ne? Die Artibode, die Fähigkeit, die Klasse, das... Das Volk, die Kultur, das Geschlecht, das Charakter, können sich alle auf die verfügbaren Dialogoptionen auswirken. Diese Optionen sind nicht unbedingt besser als die anderen Antworten. Sie bieten dir nur eine größere Auswahlmöglichkeit. Wie jemand auf deine Auswahl reagiert, hängt von seiner Persönlichkeit und Einstellung. Das ist interessant, denn... Ähm... Als Frau hätte man vielleicht auch andere Möglichkeiten, ne? Ja, wer hat die Ruine... Sie haben verschiedene Namen für sie. Die Settler haben sie in Gwythins genannt. Niemand, der sie genug liebt, um sie zu verhindern, dass sie Ruinen geworden sind. Ich sage dir das viel. Hast du was gewonnen? Nein. Hi, Karamoa! Bewege doch einfach deinen Mund. Nein. Das ist nicht gefährlich. Wenn das Wetter hält, ist es nicht gefährlich. Hä? Also, er klingt besorgt, aber er geht nicht weiter darauf ein. Als Karanführer möchte er auch natürlich keine Panik verbreiten. In diesem Zeitpunkt im Jahr? Räume meistens. Und Wind. Aber es gibt hier ein anderes Kind von Wind. Zeit nach Zeit. Die Lokale nennen es ein Biewick. Er ist aus dem Äther. Der Geist der Geist. Das klingt nicht allzu, äh... Einen Wind geboren aus dem Äther. Dem Weg der Geister. Das klingt nicht allzu, äh... Das klingt nicht allzu gut. They don't got Adra, where you come from? Well, it just grows up out of the ground like this. Goes deep like tree roots. Some of it all the way to the heart of the world, you believe the stories. Die Kristalle wachsen? Aha. It's more like a shell than a proper rock. Easier to work if you're a Mason. Got all kinds of strange properties. Seems to have some kind of life of its own. Dies if it gets dug up. Loses its luster. Folks think it probably grew at one point or another, but not these days. Oh, das dürfte im zweiten Teil interessant werden, weil man da quasi das Sequel spielt. The soul butchers in Defiance Bay use it for different things. I've heard tell it can hold a man's soul, but I don't care to see it. Got enough to worry about without seeing something like that. Hold on, take someone with you. I know you're not some helpless tenderfoot. Not like most of this lot. But you dropped dead. I don't want to be looking for the body. Got a scheduled key. Er schaut über die Reise und lässt seinen Blick dann länger auf eine robust gepanzerte Frau rum, die während der Reise die Nächte auf unebenem Boden ohne Decke oder Kissen verwahrt hat. Was? Komm her! Ich will mit dir kasseln! Nein! Komm her! Okay. Ähm. Gut. Kalisha. Kalisha! Die Frau! Schaut in aller Seelenruhe zu dir hoch. Er braucht ein paar Springberries. Seht, dass er nicht sterben ist. Die Frage ist, wer von den Charakteren das natürlich ist. Oh, die sieht aber schnuckelig aus. Jedenfalls in ihrem Portrait. Was? What kind of guide says something like that? The kind you can afford. Hahaha. Don't listen to her. You're in good hands. And I pay too well, if anything. Okay. Off with you. Heiden should have supplies. See that you're equipped before you head out. We're in harsh country. Get your berries and hurry back. And if you get so much as a tickle of wind, you drop everything and you run. Something in the air tonight. If it's a bewick, we'll shelter in the ruins. Hut-Dwellers, be damned. You heard the man. Let's get going before you keel over. Und wenn du gerade von der Glavatanischen Ruin kampiert, hat Odema dir Kaliska zur Seite gestellt, damit sie dir hilft. Kaliska ist Kämpferin. Eine Klasse, deren Stärken vor allem in deinem Verteidigung im Nahkampf liegt. Klasse. Habe ich jetzt eigentlich Katze genommen oder was habe ich genommen? Ich glaube, ich habe Pirsch genommen. Ich habe mich über euch hinweggesetzt. Um einen Mitglied deiner Gruppe auszuwählen, klick auf seinen Auswahlkreis oder sein Portrait und drücke die Ziffertaste, die der Position in der Gruppe entspricht. Habe ich. Habe ich. Stehen Was ist es? Was ist es? Seltsame... Achso, wir haben die seltsame Krankheit, ne? Genau. Ich muss sagen, dass... Ich bin ein bisschen neugierig. Ups. Das war natürlich nicht smart. Ich bin natürlich begrenzt mit meinem Shit. Das kann ich bei der nächsten Auseinandersetzung nicht zaubern. Smart, Junge, smart! Ich liebe diese Intelligenz. Yes. Hm? Gut, das ist natürlich ungünstig. Äh... What is it? Oh mein Gott. Also wir haben den intelligentesten... Der intelligentesten Dude, der hier ähm... Das Spiel spielt. Den smartesten. Aller... Jemals... Ne... Krass... Hm... Gut, wir hoffen mal, dass die erste Auseinandersetzung... nicht allzu krass wird. Okay... Angreifen... Abbrechen... Auswählen... Formation... Tja, ich hab natürlich keine Rastvorräte. Ist ja ganz klar. Spielmodus sieht sowohl zur Tarnung als auch zu finden verborgene Objekte wie Fallen in geheime Behälter. Im Spielmodus beginnt die Außerkreise an der Charakter sich gelb zu filmen. Wenn ein Charakter... Anfängt sie zu bemerken. Wenn der Kreis vollständig gelb ist, wird der andere Charakter direkt Missfrau. Sieht sich um. Der Kreis fühlt sich dabei rot. In der Kreis vollständig rot gefüllt wird dein Charakter entdeckt. Die Fähigkeit eines Charakters zu beobringen Objekte zu finden, basiert aus einer Mechanik-Fähigkeit. Okay... You won't see me coming. As you wish. Okay... SF! Ja, wir pausieren ein bisschen, ne? Hi, it's me! It's me. Ich freue mich, dass dir gefällt und seid gewonnen. Ich bin schon dabei. Dankeschön! Vielen Dank! Ah, ja... Okay... Wenn du dich auf einen anderen Charakter zubewegst, entdeckte dich schneller. Ach nein! Du erzählst Sachen. Und wenn ich ihn untouch, werde ich sofort entdeckt. Aha... Ich hab ein Mail bekommen. Inventar... Okay... Habe ich nicht schwarz gewählt als Primärfarbe? Wahrscheinlich habe ich irgendwas wieder umgesetzt... äh... ungeändert. Wir haben noch keinen Loot. Es gibt Handwerk. Wir kennen sogar einiges schon. Okay, das ist wie definitiv halt auch, ne? Okay, das ist äh... Kennen wir bereits. Ah, cool! Ich kann das sogar anpassen. Nice. Okay, sehr interessant. Wende Schriftrolle der Stufe A1. Mechanik haben wir Null. Rastboni der Stufe 3. Minus 3 Konzentration, minus 3 Tapferkeit, weil durch die seltsame Krankheit... Okay... Stufe 1 Kämpferin, Weidevolk... Ja, ich... Ich denke... Ja, ich finde es sinnvoll, dass wir jetzt erstmal alles angucken. Schön. Festung. Was? Ich habe eine Festung? Okay. Äh... Schöner Modus. Langsam mal. Mh, mh... Deacon! Vielen Dank für das Support! Ich wollte natürlich sagen, wir haben schon... Vielen, vielen Dank! Schön, dass du da bist! Karawallendüchter... Die Frage ist, darf ich mir das einfach rausnehmen oder nicht? Ich- Ich- Werde gesehen! Ich weiß nicht, ob ich looten darf! Darf ich mir das einfach nehmen? SR4 Ja, darf ich. Weiß er nicht, ob die Rüstung Anyone need supplies, I've got sundries for sale Sie ist ein Mann, der einfache aber überwiegend gepflegte Kleidung trägt Ein gezackter Riss im Saum seines Dwarvenrocks scheint ihn aber förmlich zu versteinen Okay Sie haben eine ganze Wagen voll von Goods zu verkaufen, aber nicht genug Scherzen für die Straße Sehr gut Sag, ist es etwas, was du brauchst? Ich habe ein paar grundsätzliche Rechnungstücke für sale, wenn du... Ich werde dein Wasser schnell genug haben Der Stream ist nicht irgendwo Okay Okay Lass uns die Ausflugungen checken Franz, vielen Dank für den Support Schön, dass es dir gefällt Sei gewalt im Stotterbart Dankeschön Junger Wolf Gibt es hier auch eine Taste, wo ich sehe, was auf dem Boden rumliegt? Kann ich zusammen pro Begegnung einsetzen? Was? Das ist doch kein Hirsch! Einmal pro Null vorhause Ich würde es gar nicht benutzen Ich würde es nicht benutzen Okay Ich würde es nicht einsetzen, aber das Spiel sagt nein Einerlei Charaktere wurde im Nahkampf bei Angriffsbindung eingegrofen Wenn sie Charaktere in Angriffsbindung befinden, bleiben sie augenblicklich stehen Falls sie sich wieder bewegt, produzieren sie einen Absatzangriff von den Feinden Okay Haltigkeit, der im Spiel freut wie Feind haben viele primäre Verteilung gegen Angriff Abwehr, Töpferkeit, Reflexe und Bilder Die Verteilung basieren auf Attribute des Kaltes Seine Stufe, Seine Geht schon mit anderen Effekten Erfolgt ein Angriff für die Genauigkeit mit der jeweiligen Verteilung verglichen Wenn die Genauigkeit unter der entsprechenden Verteilung liegt, wird der Angriff mit einem Malus gelogen Fehlt mit höherer Wahrscheinlichkeit zu entziehen Okay Schadensreduktion Das ist auf der Rüstung drauf SR Okay okay You 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 ... you you Was ist das? Es ist nicht wirklich ein Hirsch, sondern irgendwie so eine... Okay, die leuchten... This is it! Und lieber sagt, dass du einige interessanten Reisen bestritten hast. Ich war ein Seeverein. Sondern lag nämlich weit draußen an der Grenze. Interessant ist schwer. Ich passe wirklich. Ich segel mit kaltblütigen Eroberern. Was habe ich jetzt angeklickt? Ich habe keine Ahnung. Ah ja, okay, gut. Es hat ausgesehen, dass ich etwas falsch angeklickt habe. Es war ein rauer Ort zum Leben. Dort draußen war ich vom Tod unzingelt. Es war ein ruhiges Leben. Ich war auf der Suche nach mehr. Plündern, das schüttt mein Zuhause und nahm mir alles. Ich habe doch keine Ahnung. Ist das Baumwärme unsere Hintergrundgeschichte? Ich habe doch keine Ahnung, ob das Smart ist, was sie jetzt sagen oder nicht. Egal. Es war ein ruhiges Leben. Ich war auf der Suche nach mehr. Wir sind Erforscher. Ist so ein Risiko deines Lebensstils. Du musst es als Möglichkeit anerkennen, egal wie sehr du dir wünschst, dass es anders sei. Ich hätte das mit mehr femininen Stimmen sagen müssen. Ein paar Oktaben höher. Tja, jetzt ist sie ein bisschen männlich. Ist auch mal jetzt nicht so schlimm, oder? Ah, nein. Keleska nimmt ihre Umgebung in sich auf. Ist schon viel Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal so war. Aber gefallen hat es mir immer. Seit ich das letzte Mal so war wie war. Fürst Rederichs Angebot. Es bringt ein Mädchen zum Nachdenken. Das muss ich ihm zugestehen. Und du? Willst du dich hier wie alle anderen niederlassen? Ähm. Ne, wir sind Erforscher. Wir sind nur auf der Durchreise. Das ist normalerweise bei der großen Stadt der Fall, die nur ein bisschen weiter die Straße hoch liegt. Wohin bist du unterwegs? Oh, und irgendwo besonders. Ich will nur so viel Zeit und Abstand wie möglich zwischen mich und mein altes Leben bringen. Ich werde weiter zur Stadt ziehen und sehen, wo mich das bringt. Wahrscheinlich werde ich ein Weichchen umherziehen. Irgendwo, wo ich etwas selber machen kann. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt nichts tun werde. Boah, ich werde ein Weichchen umherziehen. Das könnte ich nicht gegen... Das könnte ich nicht gegen dich halten. Mein halbes Leben bin ich unterwegs gewesen. Passt nur auf dich auf und entfernt dich nicht nur zu weit von den Pfaden. Dieses Land ist im Wild und nicht nur auf eine Weise. So, auf andere. Ähm. Wie wärs wir zwei? Ähm. Gut, das sind ein paar Leichen in der Nähe. Aber... Ich meine hier ist es relativ ähm... Nicht? Ja gut, ich bin vielleicht nicht der beste Partner zum ähm... Egal, ich verstehe dich ja bei der Zeit. Odema wird mich ganz schön zusammenstauen. Lass es aufbrechen. Ähm... Warum bist du denn hier? Kaleska säuft es ungleichmäßig. Ihre Sauchen suchen den Boden bei ihren Füßen ab. Vor einer Weile ist meine Schwester hier hinausgezogen. Sie schrieb mir einen Brief und schien besorgt zu sein. Aber so ist sie schließlich immer. Dieses Mal aber bat sie mich, sie aufzusuchen. Und das hat mich etwas besorgt. Okay. Ich hab sie schon in einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich hatte in XR Mittel zu tun. Und dennoch. Ich würde alles für sie tun. Weil sie... Nun... Sie ist eine viel bessere Frau als ich. Deswegen bin ich jetzt hier und wir werden sehen. Ich hab schon früher mit Odema gearbeitet. Normalerweise führt er keine Kameraden auf diese Route. Er tut es nur mir zuliebe. Ach so, okay. Okay. Was kannst du dir über dich erzählen? Oh, ich habe geringe Ansprüche. Ich mag den feinen Himmel und weite Horizonte. Ich suche mir immer Arbeit, bei der ich auf diese Weise leben kann. Auch meine Familie ist auf Wanderschaft. Wir brachen in Dyerwald auf. Meine Eltern aber zogen schließlich ins Land der Lebenden. Einer meiner Brüder lebt in Rauertal, eine andere in Edir. Meine Schwester in Goldtal ist die einzige echte Stubenhockerin. Hehehe. Okay. Was kannst du mir über Dyerwald sagen? Von Geschichte habe ich nicht viel Ahnung, aber ich weiß, dass er einst zum Edirreich gehörte. Nach einem Krieg vor ein paar Jahren hat er sich abgespalten. Die hiesigen Einheimischen sind ein ziemlich streitsüchtiger Haufen. Ich bin mir ganz sicher auf dem Laufenden gewesen, aber... Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden gewesen, aber in letzter Zeit kamen mir seltsame Dinge zu Ohren. Die Leute haben wohl Probleme, Kinder zu gebären. Und zwar viele Leute. Das geht schon seit Jahren so, aber irgendwie wird es immer schlimmer. Mit einem unbehaglichen Zitter in der Stimme fliegt sie zu. Ich muss meine Schwester genau darüber befragen. Okay, also irgendwas geht hier vor. Beim Bumsen keine Kinder. Schlimm. Ich an der Stelle würde mich nicht darauf verlassen, dass dir Spafel irgendwann demnächst Wasser bringt. Er macht was er will und wann er will. Wir sollten ihn zuerst aussuchen und ihm ein bisschen Verdunft einbleiben. Der Strom ist gleich da unten. Komm schon, lass uns dann Wasser holen. Alles klar, Rumpel. Hau rein! Okay. Äh... Ups, jetzt habe ich den Schnellmodus aktiviert. Äh... So. Deaktiviere ich das gleich mal. Verbrannte Zutaten, verbrannte Damen im Lager abgelegt. Achso, das ist ein Pilz oder was? Achso, das ist ein Pilz oder was? Was? War der nicht irgendwo? Nee, ne? Nee, ne? War der nicht irgendwo? Nee, ne? Ja, war der Chef! Was war denn der Dude? Ich glaube, der war weiter oben, oder? Ein Pferd. Ich sehe das noch nicht hier. Ja, das sind diese lebenden Steine, ne? Das wird eigentlich irgendwo gewesen sein, ne? Der stimmt aber nicht mehr. Das heißt, wir müssen ihm mal folgen. Das heißt, wir müssen ihm mal folgen. Ein Reh! Ah, keine Kappel. Nur die Hälfte drinnen. Was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Sparfel fangt. Zumindest hast du die Wasserhäuser. Komm schon. Sparfel? Sparfel? Au. Sparfel bleibt mit der Fußspitze an der Felsen hängen, worauf er vor und über zusammenbricht. Zwischen seinen Schulterblättern ragt ein gefiederter Pfeilschaft, wie ein feindlicher Fahne heraus. Uh oh. Ambush! Na toll. Aufschneiss! 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 Die Effektlautstärke hängt mit der Musiklautstärke zusammen. Ja, das ist ja jetzt ein bisschen abmischend, sorry, ich bin schon dabei. Ist eigentlich egal, ich kann es einfach auf 100% lassen, dann kann ich es so steuern, weißt du was ich meine? Für Cutsdienst oder so kann ich lauter machen und für normal kann ich es mal machen, weißt was ich mache? Da stelle ich eigentlich ungern immer rum. As you wish. Okay. Du sollst doch angreifen. Ja, erstmal müssen wir looten, das ist ja ganz klar. Also unseren Kumpel können wir leider nicht looten. Sogar gesunde Teile wird hier gesagt, die Frau versucht mir das als gesund zu verkaufen. Oh mein Gott, passt es so lautstärke-technisch oder? Du musst den da angreifen müssen, du verwandest dich direkt und kreist ihn mir dann an. Ja. Ich bin nicht so lautstärke-schmer. Du musst das auch nicht so lautstärke. Du musst dich nicht so lautstärke-schmerzen. Oh mein Gott. Ich bin nicht so lautstärke-schmerzen. Die Frau ist so lautstärke-schmerzen. Ich bin nicht so lautstärke-schmerzen. Alles mitnehmen. Of course. Boah, alle niedergemetzelt. Das gesamte Lager ist tot. Überall um dich herum liegen die massakierten Überreste der anderen Reisen verstreut. Ausgeschritten und aufgerissenen Augen und schmutzig liegen sie gespickt mit Fein- und Messerstichen auf dem blutgetränkten Boden. Kaliska führt den Handrücken ihrer linken Hand zum Mund, als ob sie die Schrecken wie giftigen Dampf abhalten wolle. Oh mein Gott. Über die gefallenen steht ein Handvoll dunkler Gestalten, die auf Lübners Rücken und Köpfe steigend ihre Exhaustkörpern reißen, als ob sie in zwei gespaltene Holzklötze wären. Sie bereiten dich darauf vor, euch dem ausgeliehenen Haufen und ihren Füßen hinzuzufügen. Einer von ihnen, baumlang, kräftig, mit einem stattlich verknoteten Bart ausgestattet, hält einen Mann, den du als Heodan erkennst, dem letzten im Leben deiner Kawarane, eine blutige Klinge an den Hals. Leg deine Waffe nieder, Eindringling. Verwirke nicht das Leben dieses Mannes für einen Kampf, den du verlieren wirst. Warum habt ihr das getan? Unsere Hände habt ihr ruhig und nicht besullt. Mann von Eier gelangt fast. Oh, das sollte man dringend sagen. Es sind keine andere Dinge, wir möchten dieses Gebiet ledig durchqueren. Ich weiß nicht, was sie getan haben, aber ich hatte überhaupt nichts damit zu tun. Mörder, für jedes Leben werdet ihr büßen. Ihr werdet eh versuchen, uns alle zu töten. Warum sollten wir es euch leicht machen? Also einfach, des Fortschutzwillen werde ich durch viele Menüs klicken. Außer wir haben irgendwie so zwei oder drei Möglichkeiten, dann werde ich euch entscheiden lassen. Aber bei sechs Möglichkeiten, bis wir die alle durchhaben, das dauert ewig. Deswegen werde ich natürlich unser Wissen benutzen. Du hast nun einen Rang in einem Gesinnungsruf. Okay. Deine Worte machen keinen Eindruck auf mich, da ich die Wahrheit mit eigenen Augen gesehen habe. Diese Störung muss mit Blut abgegolten werden. Aber ich sag's nochmal. Leg deine Waffen nieder. Ach, das ist der Händler, ne? Äh, vertraut ihr nicht. Sie wollen uns alle töten. Wir tragen hier keine Schuld. Willst du einfach hier nicht zur Vernunft kommen? Nur ein Na greift einen schwächeren Feind an, während ein stärkerer noch steht. Voraussetzung für Wahrnehmung 14, Intigenz 13. Sicher, du kannst ihn umbringen, aber damit besiegelst du deinen eigenen Tod. Entschlossenheit 15, Athletik 1, Athletik 15, die Tierzahnkette um deinen Hals. Nach zu schließen seid ihr Anhänger Galavines. Würdet ihr nicht aufhören, die Ruinen zu beschützen, wenn Galavines es euch befehlen würde? Nun gut, lass ihn gehen. Wenn ich meine Waffe abliege, sind wir alle tot. Okay, das lass ich euch entscheiden. Was sagt ihr? Wenn das ist, kann ich einfach mein Eis essen. Ich bin verdammt smart, ne? Hehehe. Was sagt ihr? Wollen wir das Problem mit Macht lösen? Wollen wir das Problem mit unserer Smartness lösen? Wollen wir unsere Waffen ablegen? Oder bleiben wir bewaffnet und sagen, wenn ich meine Waffe ablegen, sind wir alle tot? Also ich würde es weder eins noch neun sagen. Macht einfach keinen Sinn. Also entweder Macht, Intelligenz oder die Waffen ablegen. Aber unsere Waffen ablegen, das wäre unser Todesurteil. Alter, das wäre wahnsinnig. Hey all around. Also haut eure Meinung raus. Und dann wähle ich einfach Robert Food. Vielen Dank für den Support. Freut mich, dass es euch gefällt. Hier und sei mal schon dabei. Dankeschön. Also tatsächlich, das ist die Beschützer der Ruinen und die sind sauer, was wir hier Halt gemacht haben. Lustig ist die Tatsache, dass sie alle gestorben sind, nur wegen uns, weil wir krank sind. Also lustig ist es natürlich nicht, aber das ist bitter, meine Freunde. Das ist bitter. Zwei. Also der Chat möchte das mit Intelligenz lösen, nicht mit Kraft. Ich bin sehr erstaunt. Wir lösen das mit unserer Intelligenz. Meine Frau sagt auch, dem Chat geht es nicht gut. Was ist da los? Der Mann runzelt die Stirn und tut so, als würde er mit seiner Axt ausziehen. Heo dann zuckt zusammen, allein der Schlag bleibt aus. Aber wir haben die Antwort gewählt, die Titserkette, um deinen Hals nachzuschieben, seid ihr Anhänger Galavanes. Würdet ihr auch für die Ruinen beschützen, wenn Galavane es euch befehlen würde, ne? Für das ist ein Liegt der Mann, interessiert seinen Kopf zur Seite. Natürlich, aber das würde er nicht, denn wir kämpfen im Auftrag aller Götter. Ähm, ja, woher weißt du das, ne? Weil es sich mit ihren Überzeugungen deckt, ob O-O-Ober oder weil es das ist, was man dir gesagt hat. Der Mann starrt dich zornig an. Mein Volk hat das schon immer ge- Ich verstehe. Und welches soll Galavane-Edikten besagt, dass Schwäche und Alter durch Jugend und Stärke ersetzt werden muss? Meinst du wirklich, dass Galavane es befürworten würde, dass ein paar modrig zerbröselnde Steine die Zeit überdauern, nachdem ihre Erbauer längst zum Staub zerfallen sind? Oh! Die Nasen fliegt des meines Blädes nicht auf, als er zu schimpfen beginnt. Das würde er... Das hätte er uns gesagt! Das hat er bestimmt, nur dir persönlich nicht. Aber warum sollte dich das davon abhalten, Unschuldige umzubringen? Der Mann ist so abgelenkt, dass er den Griff um seine Axt lockert und sie fast fallen lässt, weil Theo dann den einen Augenblick verstarft, sich vor dem zu spät kommenden Schlag wegzuducken. Verwut aufholt, stirbt der Mann, statt es ist auf dich los. Wir haben ihn mit diesem einen etwas, womit er nicht gerechnet hat, geschlagen. Mit unserem Hirn. Krass, oder? Bittig crazy. Hi, kid! Ja, du läufst erst mal. Wir morphen. Und du schlägst zu. Wenn du es... Ja, ja. Ich würde dich lieber an die Front schicken, ehrlich gesagt. Ja, direkt in Anführer angehen. Oh Gott, dafür müssen wir erst wieder rasten. Und du schlägst zu. Was, haben die alle nur Nahkampfwaffen? Das scheint ein Mensch zu sein, ne? Ich bin mir aber fast draufgegangen, weil ich die Kampfumgebung nicht gewohnt bin. Das Aufstehen ist nicht mehr fähig, liegt ein Feind vor dir auf dem Rücken. Seine Gefährten liegen still unter den anderen Toten. Er atmet mit keuchend unbeständigen Atemzügen. Er schaut dich nicht an, sondern den Himmel über dir. Vergib uns. Angesichts seiner erstickenden Seufzer kaum hörbar, will man ein flisternder Wind stoßt die Luft auf. Und die Augen des Mannes rollen nach hinten, als er sie schließt. Gut, gut. Die Götter sind gerecht. Ein seltsames Lächeln huscht über sein Gesicht. Ich bin bereit. Der Wind beginnt stärker zu werden und peitscht um das Lager herum, wobei er explosiv mit voller Wucht Wurzeln aus der Erde reißt und wie ein wütender Geist an den Zelten rüttelt. Du spürst, wie er dir langsam unter die Haut fährt und bist wie ein Steg, der allmählich dem Drängen einer mächtigen Welle nachgibt. Und wo der Wind durchbricht, fühlt es sich an, als ob es dich von innen zerreißen würde. In Mitteln des heulenden Mahlsturms bewegt sich Oedema, der mit Schnittmühlen über der Brust und Bauch sitzend an einem Wagenrand lehnt. Mit kaum göffelnden Augen und unter großen Mühen hebt er seinen herabhängenden Kopf. Er schaut dir direkt in die Augen. Schnell hinein, renn! Yeah, ich muss weiterlesen! Meine Güte. Gib der mir in der Mitte mal Katzenzieher. Ich würde doch nur mein Eis essen hier. Du steppst dich gegen einen Sturm, der dir bei jedem Schritt die Füße wegzuziehen droht und kreilst dich an den Furcht eines Wittmungsfelses fest. Dann beginnst du dich, den Stallhang hinaufzuziehen. Kurz bevor deine Arme versagen, schwingst du dich mit einem letzten Energieschub über den Felsversprung. Dieses Licht. Man möge den schwarzen Vorhang des Todes des Lichts ziehen und das Licht Einhalt gebieten. Vielen Dank. Es ist so schon viel besser. Heodan ist aufgrund seiner Verletzung und seiner anfänglichen Zögerins zurückgefallen. Als es sich der Felswand der hat, stürzte sich einer der vermeintlich gefallenen Feinde auf ihn, der seinen Tod nur vorgetäuscht hatte und stürzte mit ihm auf den felsigen Boden. Heodan versucht seinen erschöpften Angreifer abzuschütteln, schlägt nach ihm, kann dessen Umklammung aber nicht brechen. Sie sind ganz in deiner Nähe. Trotz des Windes hättest du von deiner Position eine gute Trefferschance, wenn du deine Waffe auf den Angreifer werfen würdest. Wow. Was sagt ihr? Ich würde meine Waffe werfen. Heodan wird es wahrscheinlich nicht schaffen, oder? Was sagt ihr? Weil Gewandtheit haben wir nicht. Wir sind nicht gewandt. Wir sind stark und wir sind smart. Aber gewandt? Wir sind ein Riesenhirsch. Keine Katze. Wer spielst du denn? Es gibt ja nur eins oder drei Engel. Das Spiel heißt Pillars of Eternity. Ein RPG. Ich sag toll, wir wollen mal zwei. Ich fürchte, diese Wahl gibt es nicht. Mit 1 triffst du 100 pro Heodan. Gibt halt eine Chance, dass wir ihn treffen. Hey, meine Zielfähigkeit ist 100% Sahne. Okay. Chest hat 1. Wir werfen dann unsere Waffe. Ja, siehst du. Du zielst genau unter deinen Treffer und der deinen Treffer befreit, also dein Treffer befreit Heodan. Heodan kommt tonkelnd auf die Füße und erklettert den Fuß der Felsen. Als er aber schon fast oben angelangt ist, bläst du ihm eine Windböhe zur Seite und reißt eine seine Hände hoch. Aber indem du dich auf deinen kalten Felsen hechtest, bekommst du sie zu fassen. Du stoppst dir seine andere an, ziehst ihn mit schwindender Stärke an und du hast das Gefühl, als würden dir beide Arme aus den Schultergelenken gerissen. Sie halten gerade lang genug, dass Heodan wieder auf die Füße kommt und sich neben dich auf den erhobenen Felsversprung stellt. Im stärker werdenden Wind liegt jetzt eine tiefe Resonanz. Du spürst sie in den Felsen unter deinen Füßen und in deiner eigenen Brustwilde, als ob sie das Mark aus seinen Knochen schütteln würde. Jeder neue Windstoß bedroht die alten Steine vor dir, indem er Verbindungen lockert und Gleichgewichte aufhebt. Als du den alten Torbogen sprintest, beginnt das gesamte Portal unter seinem eigenen Gewicht einzustürzen. Oha, okay, sehr, sehr dramatisch. Wir konnten Heodan retten. Nice, GG, chat. GG. Okay, ähm, ja. Also, just in dem Moment, wo wir den Dude gekillt haben, ist so ein fetter Wind aufgetaucht, so ein äther geschwängerter Wind. So, ein äther geschwängerter Wind, der alles, äh, der uns fast gekillt hätte, ne? Also, wir hätten Heodan wahrscheinlich verloren, wenn wir ihn nicht befreit hätten. Aber wir konnten ihn retten. Immerhin. Well? Was ist denn in dem Stein da drin? Sieht aus, wie Skelettteile. Ja, ich bin sehr gespannt. Das sollte weit genug sein. Aber was jetzt? Heodan ist ganz schön mitgenommen. Hi, Predator. Schönen guten Tag. Wir suchen noch einen anderen Weg raus. Der Sturm muss irgendwann zu sterben. So, gib mir kurz einen Moment, dann bring ich schnell mein Eis weg. Ihr seht. Schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja wir werden ihm nichts tun der xo spricht zurück bild sei sperr aber noch fest in den händen als die kreatur kommt zur seite neigt und sich die nähert stößt ein weiches was auch das hat sich schon verdammt hallo so links klickt mein das ist auch ja es gefällt mir nicht dass wir den jetzt kill mussten das serb lieber gewesen war das nicht gemacht hätten eng mit eng wie tarnisches relief juwel dieses kleine büchlein ist an mehreren stellen zu wissen viele seiten sind mit blut durchdrängt eine der hinteren einträge ist jedoch noch lesbar ich kann mein glück nicht fassen ich habe beim würfel ein echtes eng vitalisches artefakt gewonnen der kerl dem es gehörte sagt in seinem auge sei es hübscher hübsch aber wertlos es ist nicht bereit in irgendwelchen ruinen herumzugraben wenn er aber recht hat dass diese edelstahl zu einem versteckten schatz führt dann ist es gewiss wert sich an ein paar bemalten elfen vorbeizuschleichen warum ja toll er wollte sich anders ja ja wir haben den mistetäter gefunden tatsächlich der dafür verantwortlich ist dass alle gestorben sind der vollidiot ich dachte wir sind schuld aber er ist tatsächlich schuld gewesen ja klasse hat alle gekillt mit seinem shit und ist selber noch drauf gegangen ja genau ja den haben wir schon gefunden den haben wir schon tot gefunden camping bedarf das Du müsstest uns raus, da um mal regenerieren, ne? Einmal pro Begegnung. Okay, Rast-Bonus. Mal schauen, die Situation. As you wish. Acht Stunden sind vergangen. Ich hab's jetzt mal gemacht, weil unser Maid, ne? Also, falls jetzt irgendwas Fettes kommt, dass er die Ladungen hat. Wege Ausdauer oder so, hätten wir natürlich ein bisschen warten können. Das ist aber später mal im späteren Spielverlauf. Müssen wir mal gucken. Inwieweit, äh... Hm? Well? Das Rundish-Symbol. Ich bin ziemlich sicher, dass ich ihn auf einer der Tile gesehen habe. Okay, folg mir. Was musst du? Alles klar. Komm rein, Zogel. Achso, wir wollten eigentlich einen Tee machen, ne? Kann ich mir den eigentlich jetzt noch braun mit Handwerk? Alles ist wahrscheinlich jetzt ausgesetzt. Hm. Okay. Geringer schwarzer Schlamm. Kommitiv. What is it? No! Giftplasma. Aber mein Dude hat echt auf die Fresse bekommen. Was hast du nodig? Ich verstehe noch nicht 100% wie das Spiel funktioniert. Also er hat Ausdauerschaden richtig genommen bekommen. Was ist diese Markkons-Wall? Diese Wand läuft ein viskoser Teppich einer schwarzen, teartigen Flüssigkeit hinunter. Die Formausbauung in der Schlamm lassen vermuten, dass etwas darunter liegt. Aber du kannst es nicht erkennen. Ja, wir tun den Schlamm mit unserem Wasserschlauch abwaschen. Du spülst den Schlamm weg und deckst das plastische Relief eines Männergesichts auf. Das umgebende Sonnenschein ist schnell weiß abgeplatzt lassen. Die Anzahl eines Kops von den dichten Locken bisschen zu furchen an seine Spitzohren. Immer noch bemerkenswert der Hand ist kurz zu erkennen. Eine Augenhöhe ist leer, die andere füllt ein Juwel. Okay, platzieren wir das Juwel mal. Die Kammer beginnt zu poltern und verstreute Felsbauung tanzen über den Fliesenboden. Letztendlich stürzt ein großer Wandbereich ein. Was soll denn? Da sollte man direkt immer in die Hirschform gesetzen. Ja, unser Dulu kriegt ein bisschen auf die Fresse. Ähm. Okay. Da war ein Schlamm drin. Schwacher Umhang des Schutzes. Ein Amethyst. Und ein Adra. Was ist es? Hm? Mhm. Äh. Cool, 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 cool. Dann gönnen wir uns das hier. 12 Abwehr, minus 4 Genauigkeit. Das ist sogar, glaube ich, besser als unser... Ach, wir haben keine Waffe. Ich habe vergessen, dass wir unsere Waffe weggeschmissen haben. Ach, wir haben unsere Waffe weggeschmissen. Das habe ich vergessen, ne? 13 bis 19 Schaden, Streitkolben. SR-Reduzierung, cool, okay. Ja. Habt ihr aber auch nicht mehr dran gedacht, ne? Dass ich meine Waffe weggeschmissen habe. Um mich zu retten, haben wir die Waffe weggeschmissen. Wir haben unsere Waffe geopfert dafür. Wir haben halt ein Loot bekommen dafür. Für das Juwel, das wir weggeschmissen haben. Ich weiß das. Hörst du das? Ein Skull-Dripp-Welpe. Warte. Hörst du das? Ein Skull-Dripp-Welpe also. Schon wieder haben wir auf die Fresse bekommen. Schau mal. Bei dieser Mauer zieht sich ein Spalt vom Boden bis zur Decke. Durch die Spalt weht ein leichter Luftzug. Wir gehen weg. Ich hasse solche Spiele, ne? Das könnte endgültig sein, wenn wir quasi gehen würden. Ähm, spielst du? Die Frage ist, äh... Ja, du musst halt die, äh... Musst ja komplett auslöschen. Wenn du den Kommandant, Hauptkommandanten nicht killst, dann wird's schwierig. Du musst das Chaos komplett besiegen. Wenn das Chaos immer wieder kommt, dann, ähm, fehlt dir irgendwo ein, zwei Kommandanten, die quasi neue Kommandanten rekrutieren und die bauen ihre neue Armeen auf. Aber wenn du sie nur kommen lässt, dann wird's schwierig. Also spielst du schon nochmal, äh, Reich der Sterblichen, ne? Aha. Okay, ja, da ist kein Durchkommen. Tatsächlich überraschend ist, dass alles fallen. Genau, genau. Also, natürlich. Ist ja ganz klar. Also irgendwo muss halt Leute sein, die, die halt rekrutieren. Mauer mit Hammer und Meißel schwächen. Du machst dich an die Arbeit. Durch deine Bewegung werden die Spalten länger und breiter, aber es geht schwieriger, als du erwartet hattest. Auf deiner Stirn bildet sich Schweiß und deine Muskeln beginnen zu schmerzen. Was hast du denn? Hammer und Meißel verloren. Verdammt. So, du machst dich. Hälst dich erwähnen, ist nicht so gut. No, Prin! Yes. Can I even hear you? Ah Maximale Ausdauer Aber nur Okay ich sag jetzt schon Das Spiel wird interessant Echtzeitstrategie ist so Was ist es? Ja Was ist es? Aber ich zieh mich mal ganz nach hinten Speer-Jungspinnen Well You won't see me coming Ich hab doch extra diesen Edelstein da eingesetzt Das hatte kein Okay Es gibt halt auch versteckte Sachen No 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 Well No 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 Well Die armen Spinnen, voll am Verhungern. Wer hätte das gedacht, in eine Ruine kommen vielleicht nicht allzu viele Leute, die man fressen kann. Ja, um meinen Kopfkitscharmer habe ich mir ein bisschen Sorgen. Der hat echt in die Fresse bekommen. Da-dü-da-da. Feuerwehr ist da. Kieland Liss haben wir entdeckt. Urfeuer. Hey Bruder. Ich weiß übrigens immer noch nicht, worum es in dem Spiel geht. Ich würde gerne meinen Titel aktualisieren, aber bleibt da Platz halt da. Nein. Ich kann ja unsere Klasse schon mal beschreiben. Gut. Haben wir da unseren Titel schon. Sehr gut. Na, das sind wir dir Bruder. Die Soiletten von vier Gestalten stehen vor einem überweltlichen Apparat. eine Wolkenstruktur aus gemeißelten Adler mit metallischen Adern. Rätselhaft. Rätselhaft, ominös und wie ein stiller Beobachter bedrohlich aufragend. Regierungslos in ihrer Mitte scheint ein menschlicher Körper zu stehen, der farblos wie Stein oder Asche ist. Die anderen Gestalten scheinen sie fast besinnlich anzusehen. An deinem Beobachtungspunkt kannst du von ihnen nicht gesehen werden. Die Gestalt mit der Maschine am nächsten sticht heraus. Es ist ein Mann. Ein dichter grauer Bart umreimt ein Gesicht, das ansonsten unter einer metallischen Maske verborgen liegt. Seine verblichene Robe ist mit einer Runensprache bestickt, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast. Er trägt eine eigenartige schwarze Kopfbedeckung aus der Zeit Verzierungen herausragend wie Flügel einer bösartigen Kreatur. Beobachtungspunkt betrachtet und sieht, dass dieser Mann seine Worten wahrnimmt. Er hat seine Worten wahrnimmt, zu seiner letzte Lüge. Er ist voll, zu seiner letzte Lüge. Regier seine Säule, Queen, das war. Und schau sie von deinen Lieben. Lass seine Leben mit der Schlüssel sein 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 sein. Lass seine Todesmacht mit der Schlüssel sein sein sein. Lass seine Todesmacht mit der Schlüssel sein sein sein. Lass er die Welt immer frei von dem kreisenden Kraft des Buches. Okay, wir müssen die Stimmen lauter stellen und die Musik leiser machen. Also wir machen alles leiser und die Stimmen lauter. Dein Bruder hat seine Rolle gemacht. Und du hast die Kraft seiner Vertreter gesehen. Ich akzeptiere keine weitere Hesitungen von dem Rest von euch. In der Sicht der Königin, die es war, erfüllst du dich beide? Willst du deinen Platz neben deinem Bruder, in der endlichsten Stimme ihrer Erinnerung, die ohne Fehler ist? Lass ihn zurück, und du hast die große Worte für dein Leben. Hm? Einen Augenblick lang verstummt der Apparat und die Luft steht still. Dann aber eruptiert er plötzlich mit einem erschüttenen Stoß. Gleißendes Licht blödet dich und du wirst zu Boden geschlagen. Als du auf den Boden aufschlägst, wird dein Kopf nach hinten gerissen. Die in deinem Hinterkopf aufwallenden Schmerzen verwaschen deinen letzten Gedanken mit der schwarzen Leere der Bewusstlosigkeit. Du öffnest die Augen an einem anderen Ort und in einer anderen Zeit. Du stehst in einem kreisrunden herrschaftlichen Raum mit Kuppeln, in dessen Wände mit Adra ausgekleidet und mit Kupfer besetzt sind. Der Stil ist antik, der Raum jedoch in makellosem Zustand. Am hinteren Ende des Raumes durchdringt eine große Adra-Säule den Boden wie eine gezackte Pike, der in Schimmel der Textur die Illusion grenzenlose Tiefe schafft. Die Säule wird von einem Apparat umringt, der dem, den du gerade erst gesehen hast, sehr ehemmt. Dieser aber ist gewaltig, facettenreich untereinander verschlungen. Vielleicht die Arbeit eines außerordentlichen, aber fieberhaften Verstandes. Deine Gedanken gehören dir aber dann auch wieder nicht und sie scheinen zu existieren, bevor du sich gedenken kannst. Und es sind ausschließlich Fragen. Dringliche Fragen. Bodenrollende Fragen. Fragen, die beantwortet mir müssen. Sonst... Sonst... Am Fuß der Säule siehst du nun einen Mann mit dichten grauen Bart, der mit seiner zeremoniellen Robe gekleidet ist. Seine üligen Haare werden von einem schwarzen Kapuzen in einer seltsamen Dekorative und Kopfbedeckung verborgen. Du kennst diesen Mann. Du gehst uneilig auf ihn zu, versuchst aber die Dringlichkeit zu verbergen. Du möchtest ihn etwas fragen. Eine über allem stehende Frage. Diese Frage geht dir wie verrückt in deinem Verstand um. Ach Quatsch, die sind tot. Als du aufwarst, bemerkst du, dass dein Unwohlsein verschwunden ist. Davor aber etwas weitaus bestürzter ersetzt wurde. Schwaches Flüstern, das für dich gerade noch so hörbar ist, fühlt sich in deinem Ohr wie ein fortwährendes Klingeln an. Am Rande deines Sichtfelds siehst du so schöne Bewegungen, aber wenn du dich umdrehst, kannst du keinerlei Anzeichen dafür erkennen, was es gewesen ist. Du bemerkst, wie dein Blick wie ein unfreiwilliges Muskelzucken hin und her schießt. Sollte das eine Krankheit sein, so ist es vermutlich gefährlich, sie länger Zeit unbehandelt zu lassen. Wir gestalten bei den Maschinen, scheinen auf der Stelle gefraut zu sein. Fleisch und Blut wurden durch Schlacke und Asche ersetzt. Von dem Mann, der sie anführte, ist weit und breit nicht zu sehen. Heodan und Kaliska liegen blutüberströmt und mit im Tod unnatürlich verdrehten Körpern auf unebenen Kopfsteinen. Du bist ganz alleine und keinerlei Hilfe ist in Sicht. Goldteil könnte deine beste und einzige Chance auf eine Behandlung sein, bevor sich deine Situation verschlechtert. Okay. Wow, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Unsere Kameraden sind gestorben, meine Waffe umsonst weggeschmissen, wenn er sowieso stirbt jetzt hier einfach. Der ist einfach gestorben, ohne seine Schuld abzuleisten. Er hatte noch Schulden bei mir. Twitch App geht, aber Chrome nicht. Well. Well. Lootest du die Dudes? Ich bin kein Pack-Mule, lass uns diesen Dudes abzuleiten. Er ist überlastet? Willst du mir das damit sagen? Achso, hat er den Rest quasi dann reingepackt. Okay. Hm. Was ist es? Äh, ich kann leveln. Die Frage ist, wie tue ich das? Ah. Wird das Plus klingen? Äh, okay. Aufsteigen. Äh. Ein Punkt muss ich ein bisschen zum Aufsteigen. Aufsteigen. Wissen. Hm. Okay. ich habe fünf punkte sechs punkte okay das bald nur mal ja wobei athletic können wir direkt auch mitnehmen nein nein spell force ist aber nix also ich habe es mir geiler vorgestellt aber top down rpg strategie mit aufbauen ultra merkwürdig es ist eine meiner absoluten fehlkäufe 2017 gewesen sein meine güte spell force war gar nix okay ich darf nur ein ding aussuchen ja einmal pro ruhephase gefällt mir nicht ich kann zwei menschliche skelette beschwören ich wusste gar nicht dass sänger skelette beschwören können verdammt ich hätte mir den sänger noch anschauen sollen ich wusste dass er sache beschwören kann 30 prozent schaden als schock gefrieren korrodieren verbrennen ja alles noch nie gespielt wird sehr gespannt aber bis jetzt schmiet es sich schlecht gefällt mir es ist sehr sehr schnell also ich werde jetzt noch nichts einschränkendes nehmen ich muss sagen wund pflege nehme ich direkt das ist könnte echt uns dass er nicht heilen kann für die bisschen nervig minus 20 genauigkeit minus 25 genaue ausdauer wie lange sind wir denn unnächtig gewesen wir sind nicht lang unnächtig gewesen ich brauche ein wichtiges wieder mal ein richtiges spamspiel ich habe sehr viel okay also ich bin die letzte zeit beschäftigt gewesen sehr viel spaß gemacht also das leuchtet lustig gefäßfleisch gefäßfleisch kann ich mit dem reden oder warum bleibt der geist dies wird selbst der glück bedeckte massive struktur besteht aus steinadern kopfer die luft um sie herum vibriert vor energie das aktivieren oder so einfach anlagen einfach mal anlagen und danach macht man sich eventuell sorgen dass oder was sagt ihr dazu also wir können nur nach talholz gehen sechs stunden ich weiß nicht so spartaner das wurde über crowdfunding finanziert das spiel hat das spiel gehabt und kommt jetzt der zweite teil aus demnächst ich meine du kannst du die wunder der bauwerke genießen wenn du sie drückst anfasst ist immer eine gute idee also lernt man hat durch leute wenn irgendwas komisch leuchtet und ihr nicht wisst woher es kommt oder wie es funktioniert einfach mal drücken ich meine was soll schon passieren also weltuntergangswaffe steht ja einfach nicht jetzt ist leer obwohl es fühlt sich immer noch nicht leer an was zum beschissenes gefäß zu trinken werden spiel was zu drücken gibt sollte man es drücken sowieso im spiel sowieso oha da liegt jemand tot rum ich würde sagen direkt looten ich meine was soll schon passieren gibt es ja keine zombies oder so in dem spiel ne well ok wir haben vorräte geentdeckt deswegen können wir direkt mal rasten folggenauigkeitsbonus genauigkeit gegen bestie primitiven geister gefäße oder wilder ich habe doch keine ahnung wen wir begegnen werden ähm ok aber wir haben komische visionen sag ich jetzt schon wir sind geister also entweder haben wir uns richtig hart den kopf gestoßen oder wir sind jetzt zu einer höheren existenz aufgestiegen ich fürchte eher ersteres wir haben nicht nur alle tasten schon da sind leute überall tot ne ich finde das ist nicht so eine super idee dass wir hier lang laufen ich bin 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 wir können nicht einfach gehen ich bin Was ist das? Die Wölfe haben ausgeteilt. Und hier ist nichts. Ich wurde voll bestraft, dass ich jetzt hier weiterlaufe. Anstatt dass ich belohnt werde, werde ich voll bestraft. Spiel, das ist nicht fair. Aber ich muss sagen, das ist nicht fair. Oh, ein Gesetzloser. Nein, tschau. Ich habe ihn nicht gesehen. Hätte ich den Dude gesehen, hätte ich ihn natürlich angesprochen. Nein, wenn man ihn gesehen hat, natürlich. Alter, Tachel. Nonnton. Der Mann scheint eigentlich dabei zu sein, dass er lage mit Stellen rückartig bewegt, abzubauen. Als ich nähe, es schaute dich angespannte Schöpfungesicht zu dir auf. Sei gegrüßt. Sag ein wenig Ausladen auf dem Weg nach Süden was. Erwischt sich die Stirn ab, wendet dir sein Gesicht zu. Ich glaube, je eher du aus diesem Wald herauskommst, desto besser. Achso. Ja, meine Karawane wurde angegriffen, ne? Ich habe versucht, nach Goldthal zu gelangen. Dumm gelaufen. Tut mir leid, das zu hören. Ab hier solltest du auf kein Problem mehr stoßen. Goldthal kannst du gar nicht verpassen. Wenn du dich deine Straße hältst und weiter zu laufen hast, hast du auch nicht mehr. Und danach solltest du dich von diesem Ort feld halten. Ich, wir, wurden nördlich von hier gerade erst angegriffen. Ich und eine meiner Freunde. Wir kamen hier raus, um Jagd auf Hirsche zu machen. Stattdessen sind wir auf den Bären gestoßen. Ein richtig monströses Ding. Und Pearly hat es nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, was ich seiner Frau sagen soll. Ähm. Du. Ja, Frau von Pearly. Ähm. Er hat mir gesagt, mit seinem letzten Abzug, ich soll mich um dich jetzt ganz doll kümmern. Kümmern. Tja. Ja. Also, ne, ist halt immer Risiko leider, ne? In jedem Fall hat mich diese Wald ein Freund gekostet. Ich gehe lieber schnell nach Hause, bevor es noch etwas, noch, es sich noch etwas nimmt. Okay. Was mit deinem Freund passiert? Wir haben ihn nicht kommen sehen. Oh. Okay. Wir folgten einem Hirsch. Pearly sah etwas zum Gebüsch, worauf wir hinterher rannten. Wir sind fast in diese Hülle reingestürzt. Der arme Pearly hatte gar keine Chance. Bevor er überhaupt wusste, was passiert war, hat ihn schon der Bär geschnappt. Diese Bieste nehmen sich wohl, was und wen sie wollen, sagt er mit einem Traumlächeln. Dieses Mal fiel Gallowayns Gunst den Bären zu. Äh. Wo seid ihr auf diese Bären schon? In der Höhle ein Stück weiter in diese Richtung. Er solltet auf einen Ort im Nordwesten. Ich, an deiner Stelle, würde da nicht hingehen. Dieser Bär ist wirklich ein riesiges Untier. Ich würde es hassen, zu hören, dass er noch ein weiteres Leben gefordert hat. Okay. Wer bist du denn? 19. In Goldteil geboren und aufgewachsen. Seitdem hatte ich auch kein bisschen Glück. Hatte wohl mehr Glück als Pearly. Das stimmt. Alles gut. Solange man ihn gesehen hat, ist ja... Passt das an. Doch, drei tote Wölfe hat mir das gebracht. Toll. Würdest du mir das als Good News verkaufen, oder was? Ist das der Dude? Was ist hier oben, ne? Ich seh schon, ich werd jetzt sterben. Einfach, weil ich verdammt neugierig bin. Kann ich mal schnell speichern? Wir speichern mal schnell. Nicht, dass ich draufgehe. Ich hab die Bärenhöhle entdeckt. Gehen wir doch direkt rein. Was soll denn schon passieren? Oh, zwei Bären gleichzeitig. Ah, das ist doch gemein, meine Freunde. Holy. Holy moly. Holy moly. Holy moly. As you wish. Oh, man. Ja. Nun. Äh. Holy moly. Die sind verdammt stark. War eine sehr gute Idee zu speichern. Ja. Ich weiß auch, wie ich's tue. Bär 1, Hirsch 0. Äh. Ewettel, ja? Okay, die tut es weg. Wir krampfen, wir getchen uns dieses Flussschilf und kauen ab. Naja, die hat ja auch gesagt, dass sie stark sind. Deswegen hab ich auch gespeichert. Aber ich wollte es ihm ja natürlich nicht glauben. Wenn jemand dir sagt, Finger weg, ansonsten sind sie weg. Und dann passiert nix, ne? Dann passiert nix. Doof glauben, dass die doch stark waren. Wow. Was ist das denn? You must be one of the new settlers. Welcome to Gilded Vale. You'll be pleased to know, that we've had some recent vacancies here. Ohne, dass hier nicht viel los ist. Ey, fühl mich jetzt schon wie zu Hause? Hahaha. Of course we'll need to make some inquiries first. The inestimable Lord Radrick the 7th has taken great pains to insulate our town from Widewind's legacy. Have you ever sired a hollowborn child? An infant born without a soul, of course. Lord Radrick has made it his first priority to eliminate this scourge from our village. I should warn you, stranger. Here in Gilded Vale, we have a special place for dissidents, charlatans, and those who would hide a curse in our midst. His lordship's wife is with child and due any day now. Without his approval, I shan't be able to find you a permanent settlement. It will have to wait until after the birth. We can continue our interview then, after the bell tolls from Radrick's hold to signal my lord's new heir. In the meantime, you can find temporary accommodations at the inn, just southwest of here. Die Geister des Direwilds. Ohne Seelen geborene Kinder. Er schildert kommt bemittelbarenswerte dumme Dinger, die gerade mal so atmen, aber doch nicht wirklich am Leben sind. Manche sagen, die Hohlgeburten seien eine Krankheit. Manche sagten, es sei eine Strafe der Götter. Ebt seine leeren Hände. In Wirklichkeit weiß es niemand sicher. Da sie aber nach dem Krieg des Heiligen begannen, etablierte sich die Bezeichnung Widewinds Vermächtnis zu ihren diesen üblen, gotteslästerlichen Heuchlers. Seine Stimme erzittert vor lauter Giftigkeit. Die Dekrete von Fürst Redrick können manche Strängen wirken, aber er trägt unser bestes Interesse im Herzen. Solltest du aber andere Fragen haben, kannst du sie mir gerne stellen. Es ist wichtig, dass jeder Goldtal unsere Regeln riesigen versteht. Also die Hohlgeburten. Wir haben ja schon mitbekommen, dass die Geburtenrate zurückgeht. Das ist aber nicht richtig. Die Kinder werden geboren, aber sie sind quasi tot. Bevor sie überhaupt gelebt haben. Das ist das. Das ist das. Okay. Ja, das müsst ihr auf jeden Fall sagen. Eine komische Zeremonie. Das wäre, ne. Er sieht dich vorsichtig an. Du solltest dir gut überlegen, wo du das erwähnst. Das unbeflügte Eindring in den äquitanischen Ruinen ist illegal und ganz abgesehen davon gefährlich. Wahrscheinlich hast du jemanden beim Versuch gesehen, ein neues Ruder zur Befriedung der Götter abzuhalten. Heutzutage lassen die Leute nichts unversucht. Berath abgnadet. Das haben wir wirklich. Ich weiß nicht, ob wir darauf weiter eingehen sollen oder nicht. Er blutzt halt irgendwie so an seinem Ärmel. Wenn du ein Bayerwerk so nahe gekommen wärst, würdest du jetzt nicht hier stehen. Seit einem knapp überlebten Ofeinanderreffen in einem Bayerwerk fühle ich mich merkwürdig. Achso, ja, okay. Whatever your problem, it sounds like a matter for an Anamanser. However, the only Anamanser in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Consider yourself fortunate. After she failed Lord Radrick, we saw to it that she wouldn't profit from the misplaced trust of others. A bad cure is often worse than none at all. But if you're set on finding a bottle of troll piss or a dead Audra pebble to rub on your forehead, you're welcome to check her pockets. A little corpse stink is nothing when you're digging for shit. My advice, however, is to be satisfied that you escaped and leave it at that. Okay, ey, das Dorf gefällt mir direkt schon mal nicht. Keep out of... L-l-listen! Two tolls. Let that be the last. Three. God's have mercy. It seems your arrival is ill-timed. Three bells toll only for the death of a Radrick. I fear Lord Radricks' heir is lost or else Halloborn and so lost all the same. You should tread carefully. Circumstances have changed a great deal. Und auch so eine Todgeburt ist, das halt, äh, also wohlgeborenes ist, das halt auch krass. Du kommst zu einer Zeit des Trauernzons. Das Verhältnis hat Goldtal mitten ins Herz getroffen. Und so Bemühungen uns in Beras Augen reinzuwaschen müssen verdoppelt werden. Er richtet einen festen Blick auf dich. Okay. Ähm, was ist passiert? Erzückt mit einer seiner gläuflichen Schultern nach Ankunft der Boten, werde ich weiter dazwissen. Vielleicht sogar die Laune in der Geburt. Wie auch immer, das betrifft dich nicht. Beeinflusst das Angebot des Hörstnern, neue Siedler. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich das gar nicht sicher. Du sollst dich etwas ausruhen in der Schenkel oder mal wie auch in einem Stall. Komm auch wieder zu mir. Ich werde schon früh genug mehr wissen. Okay. Also, ihn zu sagen, er soll mich nicht bedrohen. Er hat halt Tatsachen gesagt. Also, sie haben die Heilerin, die einzige Heilerin im Dorf, also Beseelerin, ähm, haben sie gekillt. Weswegen auch immer. Ich suche nach irgendjemanden, mit dem ich mich besser fühlen kann. Komisch, so über die eigenen Toten zu sprechen. Such nach irgendjemanden, mit dem ich mich besser fühlen kann. Okay. Okay, relativ düsteres Spiel, auf jeden Fall. Die Feldfrüchte sind auch verdorben. Aber es ist auch schon echt ein Loch, ne, hier. Alter, das sieht hier wie ein richtig, richtiges Loch. Oh, der Schmied, ne. Okay. Okay. Ach, Lonton. Oh. Oh. Oh, okay. Dieser Mann und diese Frau scheinen tiefgründig ein Gespräch zu führen. Sie versuchen gerade zwei preigefüllte Taschen zu schließen. Als sie sich umarmen wollen, bemerkt die Frau, die da näher kommen, hält inne, wobei ihr Lächeln, das ist ein Stockengerät. Oha, äh. Preigefüllte Taschen? Wait, wait, wait. Was ist da los? Hail and well met. Kennst du diesen Mann, Lonton? Oh, oh, okay. Okay, instant suspekt. Instant suspekt. Ey, 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 ey. Ich glaube, wir haben uns im Tarnholz getroffen. Ich habe ihn vor den Bären gewarnt. Er neigt seinen Kopf. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Willst du noch das? Wie bei beiden scheint es eilig zu haben. Ja, kann ich mir vorstellen. Ingrid lacht. Wir packen tatsächlich unsere Sachen für eine Reise. Ich wollte Trutzburg besuchen und sie schaut Nonton an. Naja, ehrlich gesagt, habe ich die Schnauze voll von diesem Dorf. Nonton greift nach ihrer Hand. Es ist eine Zeit für eine neue Umgebung. Come on. Ist das... Das ist doch eine Dreisbeziehung. Wir haben den Dude entfernt, sage ich jetzt mal. Nur, dass du so schnell wie du kannst weiterziehen solltest. Der Baum hast du ja wohl gesehen, oder? Der eigentliche Verfall reicht aber noch viel tiefer. Solltest du nach Apeg gesucht haben, solltest du an jedem anderen Ort bessere Chancen haben. Guten Tag zu dir. Heil, Traveller. Okay, also ich kann leider... Hallo. Ich kann meinem Verdacht nicht nachgehen. Leider doof. Leider doof. Doch wie es ist. Ach Gott. Kann ich die nicht einfach mitnehmen? Ja, kann ich Bücher lesen und später durch. Hättest du, ich habe die falsche Option angeklickt, ne? Ja. Weil ich wissen soll, dass die eine Option die andere ausschließt. Waffen können verzaubert werden? Wait, wait, wait. Was, was, was? Yes. Aha. Warte, aber dafür brauche ich richtig viel Kupfer, ne? ... oder... 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 das ist auch einer der ist auch eine der gott ist also ich nie das spielst du eine lebhafte vergangenheit in der seelessenz dieses mann aus stimmen aus ihrer vergangenheit scheinen nach dir zu rufen die seele erkunden okay du siehst eine große menschenmenge die sich an einem hof versammelt hat dieser mann steht mitten unter ihnen er hat sich einen umgang über den kopf gezogen hält ihn am hals geschlossen die menge hat sich auf eine plattform versammelt walleye von ihnen gebannt zusehen wie ein mann von zwei mitgliedern der stadtwache auf die plattform geführt wird der mann an händen und füßen gefässt gibt sich wie ein edelmann und würdigt die menge keines blickes der füllte mann zieht sich den umgang noch mehr ins gesicht wendet sich zum gehen wobei sich von über beugt um nicht erkannt zu werden ein ausrufer auf der plattform entrollt ein pergament und beginnt zu lesen der mann aber achtet nicht darauf sondern sieht zu dass er den hof verlässt während des vorlesen wird die stimme des ausrufers immer lauter und intensiver stimmen aus der menge beginnen seine sätze zu unterstreichen die verhüllung und zwischenrufe mehren sich auf die der verhüllte mann zuckend und mit hängenden schultern reagiert als ausrufe zum ende seiner ausführung kommt löst er sich aus der menge und erreicht den rand des rufes bis auf gelegentlich rufe ist die menge wieder leise geworden der mann dreht sich wieder zur plattform um und sieht wie sein vater mit dem blüsten hals vor dem block kniet der scharfrichter bezieht stellung hebt sein beil zum schlag nach oben der mann kann nicht mehr zusehen und wendet sich schnell ab dann hört man ein nasses dumpfes geräusch gefolgt von jubel und applaus der menge er lehnt sich gegen die mauer sammelt sich wieder richtet sich auf mit offensichtlichen entschluss geht er von der mautmenge und seinem vermächtnis weg ich kann ihnen die vergangenen in die seelen der menschen gucken krass walter ox vielen dank für den port nice freut mich dass sie gefällt hier sei gewann im start dabei dankeschön vielleicht wird das später noch etwas wichtig dass wir das gemacht haben okay dann schauen wir holt ihr fahren du siehst ein paar makellos polierte dedelstiefel und ein tadellos gepflegten spitzbart ihr besitzer ist ein mann mit leicht gekrümmter nase schelmischen grinsen und schmalen augen hebt sein gefiederte not als einem kaufmann vorbeiläuft ein stück pigment fest in seiner faust gehalten die fallenfinger von tinte verfärbt scheinbar kennt er die meisten kaufleute auf dem marktplatz denn er hält an um sich mit einigen zu unterhalten während der anderen zuneckt sogar mit manchen kleine güter austauscht damit lächtet er stets und tauscht lächelnd lachend drei sticheleien aus er nähert sich mit einem unnachgebigen grinsen einer stämmigen mauer ams und scherz über das wetter aus sie macht witze wenn sie ihm unbemerkt einige goldmützen zusteckt als er weiter läuft ist das papier aus den händen verschwunden das lächeln aus seinem gesicht weitaus natürlicher er tippt sich an den wut zwinkert ihr zu zieht mit den neuen schrungen weiter weiß noch nicht wofür uns das ziel das ist das bringt aber gut wir können die seelen der menschen gucken brauchen wir jemanden der uns davon heilt kartoffelbrei habe ich aufgesammelt nice jetzt steht hier stehlen dran okay nee tun wir nicht ah ok also die dinger spürst du ok die carrie los wow ok leute ich weiß ja nicht was uns das bringt ne du siehst am einzigen marktplatz die straße sollen mit ständen der ninderhaber passanten zurufen sie mögen doch einmal ihre waren begutachten diese frau schlendert hand in hand mit einer anderen frau durchs gedränge sie stöbern durch die waren der verkäufer der verkäufer verweilen bei einem buchhändler mit einer reihe alter und schöner welt sonderte halten sich über das gesehene die eine nimmt sich ein buch und zeigt es der anderen die abnimmt einen komptar dazu abgibt und es wieder in sein regal stellt dann schnappt sich die erste frau das buch schnell wieder bezahlt den händler bevor es sich die andere frau zurückholen kann immer noch hand in hand gehen sie schwer beladen mit büchern vom markt weg und stehen eng behaglich und vertraut beieinander als sie an einer recht menschenleeren straße hinab gehen trifft diese frau ein objekt in die brust das von ihr abprallt und auf eines der gebäude zurollt die frauen bleiben stehen um das objekt anzuschauen einen apfel und dann die person die ihn geworfen hat abgesehen von seinem wütenden blick und den beiden anderen äpfel in seinen händen ist dann ihm nichts außergewöhnliches bevor sich einer der frauen bewegen kann holt der mann wieder aus und wirft ihnen einen weiteren apfel entgegen der die zweite frau auf der stirn trifft er schreit ihnen etwas spöttisches hasserfülltes entgegen irgendetwas über ein vermächtnis und über verantwortungslosigkeit die frau wischt sich den saft und die apfelstücke aus ihrem gesicht und starrt den mann herausfordernd an die erste frau drückt ihre hand und legt die anderen um den schultern ihrer gefährtin die andere frau zieht eine buch aus ihrem bündel hält es vor sich hin und mummelt leise sie zieht ihre hand weg und schwenkt sie über das buch worauf sie eine aura um sich herum bildet die erste frau versucht immer noch sie zu beruhigen aber alles was sie sagt vergeht ungehört der mann dem das geschehen vor sich völlig gleichgültig ist holt erneut aus und wirft den letzten apfel als in einem bogen auf sie zufliegt reckt die zweite frau ihre hand nach oben also regt wahrscheinlich regt ihre hand nach oben deutet auf den apfel aus ihrer hand schießt eine glühende kugel die den apfel trifft und ihn explodieren lässt worauf ein kleines stückchen auf die straße im benachbarten gebäude herabregnet die wut im gesicht des mannes ist nun in der axt gewichten und erscheint unentschlossen ob er sich für flucht oder angriff entscheiden soll die zweite frau hat mit glühenden händen wieder zu singen begonnen und sie kneift ihre augen immer mehr zusammen diese frau tritt vor sie hin und stellt sich zwischen ihrer liebe und ihren angreifer sie berührt ihr gesicht streichelt sanft während sie beruhigende worte zuflüstert ein kuss das handlitz der frau ändert sich sie beruhigen sich ihre augen werden weicher und auf ihre lippen huscht das verlorene lächeln zurück auch die erste frau lächelt wieder und küsst die andere zauberpack sagt der mann hinter ihnen worauf sich die beiden frauen zu ihm umdrehen und ihn heraushauen anstarten wieder händchen halten gehen sie weiter und dann vorbei ohne ihn auch nur einen seitenblick zu würdigen oh okay pad kann ich den tipp geben ja alle namen die einen goldenen rahmen haben sind irrelevanter in pcs von baker okay gut dann muss ich mir das nicht dauernd angucken dankeschön sparen wir uns sehr 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 viel zeit also alle irrelevant gut mit goldenen rahmen okay gut gedacht es sind wie wichtig in diesem dorf und das sind unsere vier gefährten die uns dann helfen oder so gut zu wissen danke ein wichtiger tipp wenn wir uns nicht alle durchlesen außer ich habe das bedürfnis zu reden aber oder die Oh. Trouple, wir wissen, dass da drin noch mehr Getreide ist. Wir werden uns nicht mit ein paar Krümeln zufrieden geben, während du dich an unseren Feldfrüchten fett frisst. Aus der Bühne direkt Gedämpfes geschrei. Der erste von allstaußen Supfgäufeln, der durch die Tür kommt, kommt eins zurück zwischen die Augen. Zweine, die können es sein, meine Zeugen. Ihr könntet dich wie ein Hund zur Strecke bringen. Lass uns erst mal abziehen, Leute. Aber wir kommen zurück. Hörst du, Trouple? Wir kommen zurück. bekommen dann wirst du uns einen fairen preis bieten sonst werden wir mit dir abbrechen so wie war aus dem fahrer helfe also anscheinend gibt es sowas in den art und das notieren jetzt oder was ist die siedlerpfeil wir können rein so viele wie man will also auch zwei einer kannst einen cent reinschmeißen also ein bit vor dir steht ein elf dessen ziemlich stämmiger kopf auf ein arbeitsreiches leben schließen lässt ein stämmiger körper ich habe kopf gelesen keine ahnung warum sein gesicht ist bleich und erschöpft seine augen weit aufgerissen in dem tauschen mann und eine frau beide etwas jüngers besorgt blicke aus als eintritts hebt der müller eine keule hoch die in seinem schwachen griff stark herum schaukelt raus mit dir wenn ihr daneben lieb ist naja ich bin hier nicht um jemanden zu verletzen tatsächlich ne müller zögert die keule ein wenig wer bist du spannend zwei nur jetzt auch noch ausländer seinen kleinen kreuz und was geht es denn irgendwas um preisende wo soll ich anfangen sven hat sie fast zum überschnappen gebracht mit seinem gerät über die getreide vorräte er behauptet ich hätte den größte großteil versteckt naja aber viel ist es tatsächlich nicht mehr als das getreide zu verkaufen mache ich doch gar nicht ich kann es nicht aus der luft zaubern und es umsonst unter die leute bringen kann ich auch nicht ich bezahle die bauern für die ernte die sie mir bringen und ich verkaufe das was meine mühle produziert das weiße getreide wird zu alle für die schenke zum schwarzen hund im westteil des dorfes und daran haben sven und seine leute gar nichts auszusetzen hast du auf den weg zum dorf mal einen blick auf die felder geworfen die ernte ist verdorben ja das haben wir gesehen und damit vielleicht auch das meiste von dem was mir die bauern bringen es ist schlecht geworden total durch gefault ich kann auch keine spitzenpreise für verdorbene weizen zahlen und ich habe kaum noch genügend getreide übrig um über die runden zu kommen sven heult dinge nach auf die er kein recht hat okay vielleicht ja vielleicht sowas was sagt ihr sagte 12 oder es ist doch gerade wenig ne also was ich verstehe diesen satz eigentlich nicht mir eine ziemlich gerade in geschichte für eine chaotische situation zu sein so katze du schaust vor der tür und wartest dass sie durch magic aufgeht anstatt mit einem kurzen ja bescheid zu sagen was wie fertig das kann ich für die tun tür auch mal anders ja wir sollten uns auf jeden fall mit ihm unterhalten ich werde sehr dankbar wenn du das tun würdest mir hat er ja nicht mehr zu haben vielleicht hast du mehr glück sagt sagt ihr ach das ist eine sie ihn er ist sich nicht sicher ob er sie oder ok yes achso das ist ihr vater auch nie auf kurs ok renn katze renn ok es gibt eine kleine fehde eine kleine nebenquests können wir ja beilegen das ist sowieso zu schenke wo sie ist äh westen hat er gesagt oder oder ich weiß es nicht in 100% eine kuh zwei kühe fünf kühe kann ich eine kuh reiten ne ich glaub das geht nicht ok den teil der karte haben wir natürlich jetzt schon abgearbeitet da gibt es runter in den keller ne lauf schlumpel lauf ups da war draußen ne hallo hallo wer ist da gegen die wand gelehnt liegt im matten licht der ausgehenden wandleuchter ein mann am boden er hat das hageres fuchsartiges an sich und sein weiches gesicht ist schweißnaß der ärmel des einen arms den er locker gegen seine seite hält ist durch blutdurchgedrängt als du dich ihm näherst wirft er dir mit schwer verzerrtem gesicht einen ängstlichen blick zu greetings ha ich dachte du wärst ach egal wer doch immer sein magst du bist weit gereist um einen fünsteren ort zu erreichen dieser teppel ist nicht mehr das was er mal war der ist das ist wahrscheinlich auch das beste wenn ich mir überlege in welchen zeiten wir leben er stöhnt und zuckt schmerzgefühlt zusammen mal in seinen körper verlagert ich bin nicht zum geplündern gekommen falls du das vermutest und zu beten bin ich auch nicht dir ich glaube ich wollte einfach nur gutes tun und was hast du das eingebracht einen zerkratzten arm findest du mehr glück mehr glück mit was der mann deutet mit einem finger nach oben diese ruinen um uns herum früher waren sie ein tempel von iotas dem zersplitterten gott ein großer tempel noch dazu aus dem ganzen dyerwald strömt die gläubigen her selbst aus red red serras und ich nur bis zum krieg und selbst dann kamen noch ein paar sturköpfe die einfach nicht in den schädel bekamen dass ihr gott nun der vergangenheit angehört also götter kommen runter auf die erde und sterben auch das ist sehr interessante information macht weiter wofür zum haus ist das wirklich auch ein wick für gesicht zu machen ja soll weiter zählen als das vermächtnis anfing vermächtnis mit vermächtnis meinen die das diese lehrgeburten oder wie heißen die nicht lehrgeburten hohe geburten beschloss fürst redrick dass er den eotasianern gegenüber zu milde gestimmt war er hat sie von seinen leuten allesamt im tempel niedermachen und sie da unten unter einem haufen felsen begraben lassen alter danach ordte redrick die versicherung des tempels an jahrelang ist das so gewesen bis vor kurzem fürst redrick hofft dass man uns durch die zerstörung des tempels einen lebenden gott vergeben wird und damit wird auch das vermächtnis enden verstehst du bis dahin wird der tempel aber so bleiben wie du ihn jetzt siehst unbewacht und genau du und da genau kommst du ins spiel diese priester gut sie mögen ja kaum krebs zu schädel gehabt haben aber solche tode hatten sie auch nicht verdient im haus hier können wir es nicht mehr gemächt zu werden also wirklich das finde ich einfach nicht richtig wenn du dort hinunter gehst und ihr stärklich die überreste finden könntest dann könnten wir ihnen endlich ein ordentliches begräbnis verschaffen keine leichte aufgabe du könntest dir aber auch ein paar münze verdienen solltest du noch eine monetisation brauchen ähm boah und die nachbarn schon wieder ähm was sagt ihr ich werde sie finden so wie ich sehe solltest du eigentlich nicht hier drin sein sind doch schon lange tot welche rolle spielt da noch wo sie begraben sind moment mal du willst dass ich ein paar skelette bringe zuerst hätte ich aber noch einige fragen sollen wir weiter ausquetschen oder sagen wir jo just do it was sagt ihr jetzt sagt ihr gut just do it und dann schuldig dir wirklich was bei der flamme aber pass auf der tempel ist schon lange versiegelt zumindest nur so vor kreaturen solltest du aber an ihnen vorbeikommen so findest du die priester im untersten kellergeschoss wenn sie da doch noch da sind wenn sie noch da sind dann dort diese prise hat eine allerlei geheimkammern schaltende wänden präparierte wandleuchter solche sachen halt die augen offen und pass da unten auf dich auf ich würde nur ungern jemanden hinunterschicken um deine überreste aufzusammeln ich werde hierbei schufen warten ausschalten okay guards keby okay jetzt habe ich eine neue quest angenommen aber alleine geschwächt a blade in the dark oh wow das ist durch zufall habe ich diesen schalter gefunden oh will o wisp ja ich weiß nicht ob wir hier sein sollten ehrlich gesagt irgendwas sagt mir dass wir dass wir zu wenige sind um den dungeon zu erkunden ach gott das sind zu viele gegner okay ein einer können wir austesten wie stark die sind ja es ist ach mehr geht nicht ja dann du stehst ruhlos und fieberhaft und im schlaf wirst du von gezisch und geflüster attackiert über was sich ein erstückendes angstgefühl wie eine decke liegt du wirst deine augen und auf um aufzuwachen und findest dich vor dem geilen baum goldtal wieder das glatzen der seile wird in deinem verstand immer lauter bis das geräusch ohrenbetäubend ist am baum hängt eine alte zwerge in deren gesicht wie eine zufallende frucht nach innen gesunken ist ihr kopf hängt schlaff zur seite als sie ansiehst wird sie in deinem verstand immer größer und größer bis sie schließlich nur noch wenige zentimeter von deinem gesicht entfernt ist und plötzlich reißt sie ihr kopf nach oben und ihre leeren augen auf die dahinter liegende riesige leere lässt ihr den magen in die knie sinken sie öffnet langsam den mund und bläht von einem widerlichen luftstoß dringt ein einzelnes wort in den ohren du reißt dich aus dem traum aber der üble geruch der zwerge steht dir immer noch in der nase der schweiß läuft dir in dicken topfen von der stirn und deine haut ist von kopf bis fuß schweiß nass du ritterst dich an die frau du ritterst dich daran ihr verfallenes gesicht gesehen zu haben als du mit dem magistrat sprachst besehlerin so hatte er sie genannt obwohl du dich das mit einer mulmigen ahnung erfüllt spürst du einen merkwürdigen drang diese frau noch einmal zu treffen aber wenn du sicher gehen willst dass sie wirklich tot ist ja ja naja eigentlich wollte ich sowieso zu der tuse hin es werde ich nicht verfallen sie wird nicht ver pública sie wird nicht verfallen sie werden sie kommen Oha! Was? Man... Okay, wenn die Ausdauer auf Null fällt, ist das Spiel verloren. Okay, die sind... Die Spinner hat uns richtig gefistet. A blade in the dark. Bring them down! Weil diese einzelne Spinner hat uns richtig gefistet, ne? Okay, also wir gehören hier noch nicht her. Alles klar. Das Spiel hat wieder deutlich gemacht... Nope! Tobi will's wissen! Tobi hat auch mal... Er kann sich's leisten, das wissen zu wollen. Alter, ein Tempel hat er abreißen. Also ich glaube, der Dude ist einfach wahnsinnig. Dieser Baum beweist das irgendwie. Und die Leute haben so ne Angst... Die haben so ne Angst, dass sie sich nicht trauen, ihm zu widersprechen. Der gedrungene, aufgeblähte Körper einer alten Zwerge baumelt von einem krummen Ast, der sich durch den Zug ihres Gallenstrecks durchbiegt. Das aufgedrungene Fleisch ihres Halses, das stellweise wie motten, zerfressene Leinen aussieht, stülpt sich über das Seil, an dem sie hängt, und ihr leblose nach vorne gebeugter Kopf rollt beim Wechsel der Brise steil von einer Seite zur anderen. Du nimmst um sie herum ein schwaches Leuchten wahr, das aber keine Schatten aus deiner Umgebung wirft, sich aber laubarm anfügt. Du glaubst nach dem Greifen um es berühren zu können, aber nicht mit deinen Händen, sondern mit einem Aspekt deines Selbst, das keine weltliche Dimension hat. Ah, wir können auch in ihre Seele reinschauen. Klare Gedanken fassend und dich auf dein Ziel konzentrierend holst du tief Luft. Als der Ort atmet, bewerkst du, wie du dich nach der hängenden Frau ausstreckst. Du nimmst alles, was zwischen dir und ihr liegt, mit neuem, ungewohnten Bewusstsein wahr. Nachdem du dich weit genug gestreckt hast, um sie zu berühren, gibt es deinem Verstand einen plötzlichen Ruck. Ein klingendes, elektrisches Aufbrauen, Branden von Bildern, Worten und Geräuschen. Du schließt unwillkürlich deine Augen und spürst, wie du in einem Ort, der nun von dir und der hängenden Frau eingenommen wird, in eine Art tieferes Bewusstsein hineingezogen wirst. Als du deine Augen wieder öffnest, starrt sie dich mit milchigen Augen an, wobei ihr Körper noch immer im Wind schaukelt, den du nicht mehr spürst, und einem Baum hängt, der nun an einer nebligen Leere steht. Die Frau nickt dir langsam zu, was das sei, knarzen, squittiert und lächelt dich an. Hast du hier für mich gekommen, liebe Lieber, oder hast du verloren? Ah, es sind beide, glaube ich. Ja? Um... Hm. Uh... Did you now, dear? My, that would be something, wouldn't it? Could be luck, could certainly be. A storm can be a careless thing. Or maybe it got its hands around your soul, but couldn't pick it up. A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Strong souls, we call them in the trade. Cold, I mean. Call them. Those days are all behind me, no? Wir haben eine starke Seele, okay. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like you're noticing things for the first time that have always been there. Wir reden grad mit der toten Tuse. Ich würde sagen, ja! You have seen past the shroud. It only takes an instant. Your soul remembers, yes? Remembers how it sees when it leaves the body, like being reminded of a dream you had forgotten. You are a watcher now, and a watcher you will stay. Oh, yes. Entropie. Remegans work. We know little of why or how. We lose pieces of ourselves when we die, and pick up pieces of others when we are born again. But less than what we lost. We tried to stop it with the animatic sciences, but with little success. No, no. Also, when you are fresh, you have a whole soul. And every time you die, you live in a part of your soul. And you take other soul pieces of life, so you sink into holes. When you are born again, you take part of your soul and a part of other souls. But never as much as you had originally. That means, every time you are born again, you live in a short time, right? A very small few resist Remergan's influence and stay together through some force of defiance. At least for a time. But they also come eventually, I think. Okay. Is that what we're doing? Perhaps it just seems that way. Perhaps it is the easiest way for your mind to make sense of it. I think it is a very good choice. No, I think not. A pity that. It would be simpler. A mercy even. Do not have to wander anymore, no? Alas, we are here. You and I. Wherever here may be. Me? I'll bore you to tears, though. And here I thought you'd come to visit me in particular. Caldara de Baranzi of the Valian Royal Academy of Animantic Sciences. Das ist nicht das größte der ihre Nummer, aber ich kam hier alles gleich, weil das war, wo Hilfe gebraucht wurde. Ja, traurig, dass sie deswegen gestorben ist. Sie lacht. Zwischen ihren buttergelben Zahnreihen hindurch entkommt ihr ein kratzendes, erstickendes Gegacker, das den Kopf mit jedem Lachkrampf hoch und runter hüpfen lässt. Als sie deine ausruckslose Miene bemerkt, fängt sie sich wieder. Oh, come now, such a question, as though the answers were plain as a rope tied for strangling. Allow an old Dwarf her last bit of cheer. Well, I came where I was needed, didn't I? Offered my services to Lord Roderick for a pittance, a humble pittance. I was to examine the Lord's wife, see why the gods have seen fit to poison her womb. Studied her for months, looked high and low for impurities, tested her violence, the permeability of her essence. Do you know what I found? Nichts. Nothing at all. A healthy woman, head to toe, blessed with a beautiful soul. Such a sweet woman, too. Meek, but warm hearted. A few months time and the Lord of the house demanded answers. For a time I told him what he wanted to hear. Oh, yes, my lord. She is riddled with imbalances. I must have time to cure her. As the birth drew near, he grew impatient, as Lord do. And this is where I ended up. A student of the soul. Something so basic, yet so poorly understood. But so many breakthroughs have been made in my lifetime. Had been made. Had been. To hear the locals tell it, we're a gang of soul-manglers that preys upon the weak-minded. And the worst of us are. But the best of us? The best? Inspirations. Miracle workers. My parents were soul-twins. Miserable before they met. Empty inside. It was an anomancer who helped one find the other. Turned their lives around. You wouldn't believe the stories. Amnesiacs helped to remember their lives. The suicidal brought back from the brink of oblivion. The elderly afforded extra moments to say their goodbyes. How soon we forget when we're afraid. It's a fascinating science. A fascinating time to be alive in a place like Deerwood. That does not control the research, no? I love the Valian Republics for many things. But their recent caution will leave them behind, I fear. Of course, dear. Okay. Interessant, ne? Interessant. Bevor wir jetzt weitermachen, ich muss hier schnell... äh, was kann ich das holen? Und, äh, dann... gehen wir die Frage nach, was zur Hölle ist ein Wächter? Und was tun wir hier überhaupt? Also, wir sind irgendwas Besonderes. Wer hätte das gedacht? Nein, noch nicht mehr... Hier wohnt. Wir sehen nur in einem Moment Aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Not I, oh, not I. I'll tell you what I know, though, since fair is fair, and here we are visiting you and I, and it reminds me of better times. They are either living or lost, but no one sees them, because they have forgotten how. Wow. But no one can see them, because they have forgotten how it's going. A watcher sees, though, knows what to look for. And sometimes they know a person just by looking at them. Know where they've been in ages past when their bodies were other bodies. See memories even their honor can't recall. A wonder to behold when all goes well. A wonder. Okay. Oh, nothing to be afraid of, I'm sure. It's just much to take in for some. Sometimes there's trouble sleeping or other difficulties. You should see old Marewald. He could tell you much more than I. A watcher, just like you, helped many in his day. Took up in an old keep no one would claim. Not far, not far. Kanoa, beyond the black meadow. He will welcome the company. Goodbye, my dear. It was lovely visiting. Okay, wir haben jetzt einiges gelernt, ne? Also dieses Konzept des Wiederbelebens, ähm, ist tatsächlich nichts, äh, was man daran glaubt, sondern das ist tatsächlich passiert. Jedenfalls von den, äh, diesen Beseelern, ähm, ausgehend. Berlitz hat den Speerziegel der Seelen erhalten. Oh, ich bin wieder aufgestiegen. Nice. Boing, voll auf die erste Fahrstunde. Jo. Viel Spaß. Ja, also ein Punkt zum Levelen, just do it, ne? Ach so, zum Levelen, ah, jetzt verstehe ich's. Zum Levelen, ich level das und hier stehen die Punkte, wie viel ich quasi ausgebe dafür. Hm. Okay. Klasse Freischaltung. Oha, das ist einiges. Zerfall des Herbstes erzeugt der Kegel, der voll ist, der allen im Wirkungsbereich umgehende Korrosionsschaden weitere Zeitschaden zu verursacht. Schneesturm erzeugt einen heftigen Eis-Schneesturm, der jedem im Wirkungsbereich langsam Frostschaden zuführt und seine Angriffsrate verringert. Boah, weiß ich, wie viel Aufladung ich für sowas hab. Kurz Zauberzeit für Explosionen der Sommerflamme. Geringe Fäule beschwören. So ein Buff, ne? Wildtiere aufhalten. Okay. Hi, Rosiel. 17.5. 17.5. 17.5. Oh, könnte 18 sein, depending on how you count the Dwarfwoman. Bitte was? The Dwarfwoman. You were trying to figure out whether to count her as a full person. I think you oughta... Hä? Von was redest du? Von den Leuten hängen von dem Tren. 18 von denen. Well, letztens habe ich es. Der Name ist Adair. Aber die Leute hierher sind, vielleicht 19. Ich glaube nicht, dass ich dich viel höher als 22. 23 Toppen. Du siehst wie die Art, die gerne, um zu involvieren zu werden. Äh, ja. Was lässt sich denken, dass ich an der Zwergenfrau Interesse hatte? Hi, Kello. Hi, Rick. I was smoking over here, saw you staring at her. Twice I refilled my pipe. You never so much as blinked. Your mouth was so slack, I took you for a rhetoric at first. Was ist ein Red-Red-Redrick? Das sind nur die Herrschaft von dir, oder nicht? Äh, ich war letzte Zeit außer Form, unmöglich, ich sabber nicht mal halb so viel. Ach so, das ist Bestie, wahrscheinlich. Äh, weißt du, was ein Wächter ist? Wichtig, Freund. Best nicht, dass das Wort hierher benutzt. Es könnte ein paar Radrick-Bootlicker sein, mit einem Ehrschot. Seifers, Animanzer, Watchers. Das ist das Gleiche in den Augen der Leute hierher, Radrick insbesondere. Sie kommen durch diese Parten all die Zeit mit ihren Kursen, und sie schreien auf die Desperate. None of them are who they claim to be. Natürlich, wenn du mit diesem lustigen Blick gesehen hast, wäre ich halbwegs begleitet, dass du mit diesem Dwarf eine Art Kommunikation mit diesem Dwarf hast. In dem Fall, vielleicht bin ich nicht 19 Jahre alt. N-n-no offence. Warum denkst du, dass du gehängt wirst? Die Stadt hat es für mich für ein lange Zeit gehalten. Nur ein Freund, der mich für mich stammt, well, er ist Nummer 18 da oben. Mein Hauptmann auf der Fahne. Er war mein Kapitän während der Krieg. Und warum wurde der Vorarbeiter gehängt? Du hast dich eingemischt und dafür wurde der Vorarbeiter gehängt? Radrick schickte vor ein paar Tagen Männer hierher. Sie sagten, sie wüssten aus glaubwürdiger Könne, dass jemand im Dorf mit Kolsk arbeite und eine Verschwörung zu Radrick Sturz plante. Sie sagten, wer der Schuldig nicht hier und jetzt vortrete, würden sie alle von uns aufhängen. Niemand hat vor, also tat es zu wissen. Das war ein Vorarbeiter und sagte, er wäre es gewesen. Sie haben ihn beim Wort genommen. Das musste früher oder später passieren. Wenn nicht für eine Verschwörung gegen Radrick, dann für meinen Schutz. Wer ist Kolsk? Jemand, der die ganzen Hängerei überrüstigt wurde. Jetzt ist es auf der Flucht, wahrscheinlich bis sie ihn schnappen. Ja, was hat dein Dorf gegen dich, na? Pick the wrong God. Das ist, was es an die Frage kommt. Das war ein paar Aethas-Worshippers in Gilded Vale. Der Messerach über da, hat eine Tempel für ihn, um zu Ihnen zu wissen. Dann, eine Woche, jemand Named Widewind auf Deerwoods' Türsteine und sagt, er ist die lebende Flesch von Aethas. Er hat einen Armee mit ihm. Suddenly, Aethas ist nicht so popular in diesen Teilen. Ein Bruder Woden und ich, neither von uns glaubten es. Kein Weg war das Aethas. Er hat sich mitgebracht, und ich habe auch gemacht, aber er hat sich nicht zurückgebracht. Oh, fuck. Hi, indeed. Nach der Krieg, die Leute verabschieden die Aethis-Worshippers verabschieden. Sie haben ihn von Träsen gemacht. Es wurde wirklich schrecklich, besonders nach der Legasie begonnen. Die Leute brauchten jemanden zu schuldigen. Ich war sicher, weil ich kämpf, aber dann das Ruhm beginnt, dass mein Bruder... dass er auf der falsche Seite war. Und ich war nicht so sicher. Und ich war nicht mehr sicher. Bis mein Headman kam, sagte, dass sie ihn hängen müssen, um mich zu schuldigen. Es scheint, dass das keine Probleme mehr ist. Natürlich. Die Townies machen nicht die Hängen in diesen Tagen, aber wenn die Radrix-Männer kommen, sie haben keine Probleme mit dem Hintern. Ja, wenn du das weißt, warum machst du? Was machst du? Krieg? Krieg der Heiligen. Nur einer in meinem Leben. Dieser Kerl beschließt die Leben der Inkarnation für Eodas zu sein. Stürzt Re... Stürzt... Stürzt... Re... Sera... Marschiert auf dem Dyerwald. Also begrüßten wir ihn auf die Dürrwald-wälderische Art. Ja, was ist die Dürrwald-wälderische Begrüßung? We blow him up. Ja, das war klar, ne? Wer ist Eodas? Der Gott der Wiedergeburt und der Erlösung. Früher zumindest. Vielleicht haben sie da, wo du herkommst, einen anderen Namen für ihn. Okay. Ja, was machst du denn hier noch? Hauptsächlich mit Trinken. Eigentlich steht sich kurz vor dem Aufbruch. Ich weiß noch nicht, wohin. Ja. Ich will dich dabei haben. Das sage ich direkt. Zu uns samt Geid Enua. Dort befindet sich ein alter Wächter, der in der Lage sein könnte, mitzuhelfen. Es scheint mir zu erinnern, etwas darüber zu hören. Du hast diesen Ort geholfen. Die Leute würden ihn für alle Dinge suchen. Träume der Seele, Fragen für den Gehörten. Natürlich, das war damals, als du nicht hättest, zu sehen, oder mit einem Hush auf deinem Brot. Ein Mann wie dieser? Es gibt Dinge, die ich ihn möchte fragen. Ich weiß nicht, warum ich das noch nie gedacht habe. Ich bin nicht sicher, wie ich fühle mich mit einem Verlust, und einem Verlust. Aber, die Wahrheit zu sagen, du vielleicht bist der einzige in der Stadt, der nicht fühlt sich ein Relief zu sehen, zu sehen, mich aus dem Baum. Okay, dann. Ich glaube, ich werde ein bisschen Verlust. Wenn du nicht die Verlust. Sehr gut. Bring Eder dazu, mit Meerwald zu sprechen. Der gute Eder ist... Hey! Was ist der Jäger? Verteidiger. Ja. Ach, der Kämpf... Ein Kämpfer. Stufe 3 Kämpfer. Athletic 5. Boah. Naja, braucht er ja auch, dass er wieder Ausdauer generieren kann. 91 Ausdauer. Ja, leck mich. Yes. Hope you're not expecting much. Hey. I have received confirmation that Lord Radrick's heir was not... Bornwell. My Lord has issued an injunction on all new homesteads until he can be assured that the village has been cleansed of all Eothasians and whatever other undesirables that have brought this curse upon his lands. It would be best if you left town as soon as possible. I would suggest returning to your old home. There will be no place for you here. You may stay at the inn until you can make the necessary arrangements but I would not advise remaining long. I expect Lord Radrick will be most thorough in his efforts to purify this place. Also, alle Leute verloren, die wir kannten, ne, mit den Reisenden. Ich meine, wir sind hierher gekommen mit einem neuen Start, mit einem neuen Anfang. Ich weiß nicht mal, was passiert ist. Warum haben wir diese Reise überhaupt gemacht? Ein bisschen Hintergrundinfo wäre ganz geil, muss ich ehrlich sein. Wir wissen nicht, warum wir diese Reise gemacht haben. Wir wollten einen Neuanfang hier machen und jetzt wird gesagt, okay, du bist hier nicht willkommen. Wir haben unsere Haut riskiert, um hier zu sein. Und dann sagt er, ja, sorry, ne, wenn du hier bleibst noch eine weitere Sekunde, dann könnte es sein, dass du eventuell da auch baum willst. Hä? Und sonst, wir glauben, will ich dir sagen, dass es besser für dich wäre, nicht mehr hier zu sein, mit dem Fürst Redricks Männer aus deiner Festung herher kommen. Sie werden nach jedem Ausschalten, der das Verwächtnis über uns gebracht haben könnte, wessen reine Gegenwart dem Leib seiner Ehefrau vergiftet haben könnte. Sie werden sämtliche Möglichkeiten auslöschen. Okay. Ja. Läuft. Toll. Gut. Okay, also wir sollten uns relativ zackig hier vom Acker machen, aber wir wissen ja, wo es leider geht. Achso, ja. Genau. Die ganzen Baker Dudes. Doof ist ja, dass ich alles vorlesen muss, wenn die wenigstens gesprochen werden. Von irgendwelchen random Stimmen. Okay. Eine Katze. Kann man nicht streichen oder so? Aufras Haus. Eine Dyerwald-Frau steht vor ihrem Herd und zubt leise eine Melodie vor sich hin oder vielleicht auch ihrem ungeborenen Kind, der ist ganz eindeutig schwanger. Als du eintrittst, dreht sie dir leicht den Kopf zu. Well met, friend. Na ja, letztlich begann ich zu denken, dass, als ich die Frau zu dir umdreht und die ich sieh, klingt sie überrascht. Oh, entschuldigen. Ich habe jemand anderen erwartet. Sie lächelt dich vorsichtig an. Kann ich dir helfen? Ich bin gerade Goldteil eingetroffen und wollte mich den Einheimischen vorstellen. Schöne Katze. Wen erwartest du? Ich meine... Hä? Hä? Trifft's? Ich meine, wir gehen einfach in irgendwelche Häuser rein, die sind nicht mal abgeschlossen um 12 Uhr nachts. Und... Hä? Hä? Ich muss mal schnell bei meinen Nachbarn gehen. Ich klingel nicht, sondern tritt einfach ein. Und dann fange ich an, mit denen zu reden über ihre schöne Katze. Was für eine schöne Pussy. Oh, danke. Sie ist wirklich ein Schatz. Außerdem hält sie die Mäuse aus dem Haus fern. Okay. Ich bin gerade Goldteil eingetroffen und wollte mich den Einheimischen vorstellen. Warst du mit einer Karawane unterwegs? Sie sieht dich hofftungsvoll an. Vielleicht zufällig mit der vom Meister Odema? Uh... Pfff... Äh... Warum fragst du? Meine Schwester Kaliska... Uuuuuh... Nooo! Oh mein Gott! Ach Scheiße! Oh no! Oh, mit Kaliska! Die hat sogar noch überlebt! Und da wurde sie von diesem Strahl gekillt. Oh mein Gott! Ähm... Oh mein Gott! Was muss denn ihr so ein Shit sagen? Die Karawane wurde angegriffen. Uns gelang die Flucht. Kaliska aber geriet in einem Bierwack. Opfer legt sich mit erschrocken aufgerissen Augen eine Hand vor den Mund. Eine Augen ringen lang, bringt sie nicht mehr zustande als eine stückens wordenloses Luftschnappen während Tränen in ihren Augen schimmern. Ich wusste es. Ich hatte ihr gesagt, dass es gefährlich sei diesen Weg einzuschlagen. Kaliska war sich immer so sicher, dass sie mit jeder Gefahr aufnehmen könnte. Oh meine arme Schwester. Es tut mir leid Fremde, aber ich kann nicht glauben, dass sie nicht mehr lebt. Wenn ich sie nur nicht hergerufen hätte, wenn ich sie nicht geschrieben hätte, dann wäre sie vielleicht irgendwo noch am Leben. Opferes Gesicht fällt förmlich zusammen und eine einsame Träne rennt ihre Wange hinunter. Oh mein Gott, wir könnten wirklich... Hör doch mit deinem Geschniefer auf. Wie willst du denn dein Kind groß sehen, wenn du so schwach bist? Oh, Alter. Was? Gibt es irgendwas, was ich tun könnte? Also, wir haben mit ihr geredet. Wir haben uns informiert und wissen, dass du, dass Kaliska erwähnte, dass du vielleicht Hilfe benötigen würdest. Vielleicht kann man ihr unter die Arme greifen. Aufra, schaut umrascht zu dir auf, bevor sie sich die Nase mit einem Ärmel betuft. Das ist ein nettes Angebot, aber ich weiß nicht, ob ich hier das aufbinden könnte. Es ist ein geringer Gefallen. Just do it. Komm. Du scheinst niemanden zu haben. Ich weiß nicht, von wem du dich... Ähm, ja. Ähm. Ähm. Von wem du das Kind, äh, in dich heranwachsen lässt. Aber... Ich mach mir Sorgen um das Baby. Oh. Fuck. Ja, das Vermächtnis. Ich hab vergessen. Das Vermächtnis. Ich erzählte Kaliska so viel ich konnte, aber ich weiß nur, dass in Gollta schon an langer Zeit nur sehnlose Kinder geboren wurden. Lea. Ist so viele Mütter wie der Fahnen Fürst Redrick, der das ein Zeichen der Unglose der Götter nennt, hat sie alle ins Exil geschickt. Da mein Hathort nun fort ist, weiß ich nicht, was ich machen sollte. Tja, verliere ich auch noch mein Heim. Mein Hathort? Achso, ihr Mann wahrscheinlich ist gestorben oder so. Okay. Hütige Wanderer Goldpakt-Ritter. Wofür stimmt die nicht mehr, ne? Ich hoffte Kaliska könnte mir helfen. Leute sagen, Ranga, die alte Hebamme, würde einen Weg kennen, um Hohlgeburden zu vermeiden. Vor zwei Jahrzehnten aber ist sie in den Süden nach Anzloks Kompass gezogen. Die Reise dorthin ist für mich zu weit. In meinem jetzigen Zustand kann ich sie nicht auf mich nehmen. Aber da Kaliskas jetzt nicht mehr unter uns ist, habe ich niemanden mehr. Weitere Themen auf ihren Gesicht hinunter. Bitte, könntest du mir helfen? Ich fürchte, wir kommen einfach zu spät. Ne? Ich würde es, ich werde es dir wahrscheinlich anbieten, dass wir ihr helfen, aber der Dude, der Dude kommt morgen den Berg runter und wird alle, die irgendwie verdächtig aussehen, direkt auf den Baum raufschicken. Also, das ist ein weiter Weg. Was ist dabei für mich drin? Sollte ich jeweils in diese Richtung ziehen, werde ich darüber nachdenken. Mit Mildigkeit habe ich nie zu tun, kümmere dich selber darum. Ähm, ja, ich will kein Arsch sein, ne? Wir werden Ranga für dich finden. Du hast dir Ruhe verdient. Nice. Ich habe zwei Kupfer, 20 Kupfer. Aufrat, blinzeln mit weit aufgerissenen Augen. Tatsächlich? Oh, die Götter würden dich segnen. Hier mit diesen Münzen kannst du sie bezahlen. Da musst du dich nicht belasten. Ich glaube, es ist ein Getränk, das sieht aus. Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Sollte aber nicht allzu schlecht und transportieren sein. Die Lagude im Süden nennen wir Anzloks Kompass. Um dort hin zu gelangen, musst du die Wildnis durchqueren. Genau das hält mich auch davon ab, es selbst zu probieren. So katscht die Reine zusammen. Danke nochmal. Ich meine es ernst. Du wirst uns beide retten. Sie liegt da eine Hand auf ihrem Bauch und lächelt durch ihre Tränen. Fuck, wir müssen... Also das ist ja sofort das Erste, was sie tun werden übrigens, by the way. Ähm... Weil, wenn wir uns... Ich fürchte halt, sie wird tot sein, wenn wir uns Zeit lassen. Ich weiß nicht, ob es hier auch Zeit... Also es gibt... Es wird extra sogar Tage und Stunden angezeigt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier auch... Ähm... Quests gibt, die... Quasi nur... Ähm... Eine gewisse Zeit lang aktiv sind und danach verfallen. Weil ich zu lange gebraucht habe. Okay, ähm... Ja, es läuft schonmal... Äh... Fuck ey. Ich hab's doch gesagt, das ist nicht die Pistole. Okay. Ja, wir sind leider nicht... äh... Wir sind noch nicht fertig hier, ne? Das Ache schmeckt komisch. Ja, das... Die Weizen sind ja ein bisschen verfault. Nur ein bisschen. Wir sollten es nicht... Oha, was zur Hölle ist denn hier los? Ein schwarzer Hund. Ein schwarzer Hund. Okay. Was ist denn hier passiert? Achso, hier sieht's normal aus. So. Okay. Das gehört zum Etas Blismore. Ich dachte hier ist Tod und Verderben am Start gewesen, aber... Können wir das knacken? Hey! Wie viel Mechanik hast du denn? Du hast GER KEIN Mechanik. Well? Ich hab Mechanik immer in drei. Wenn es eine Pistole gibt, es gibt einen Weg. Es ist fertig. Nicht! Hey! Hey! Also hat für uns keine weiteren Folgen? Das wir seinen Loot geklaut haben. Aber es war einfach zu lecker. Es tut mir leid. Rüstung aus dem Krieg der Heiligen. Duellantenhut. Rüstung aus dem Krieg der Heiligen. Die gefällt mir. Düster. Tod und Verderben. Überall. Das könnte richtig interessant werden. Habe ich... Den Gableson nochmal aufgegraben. Die Frage, was... Gibt es einen... Ja, das passt zu ihm auch noch. Ähm... Den Ring. Der Abwehr plus 5. Eigenschaften Abwehr plus 5. 49. Nice. Ja, von sich aus. Er ist der Kämpfer, ne? Oh! Okay. Eigenschaften Stichsicher. Zweite Chance. Okay, der hat eine fette Rüstung. Ey! Mir gefällt, dass er jetzt so einen Hut auf hat. Das finde ich super. Der Letzte, der steht, bezahlt die letzte Runde. Hä? Macht doch keinen Sinn. Bisschen mühselig. Aber wir müssen, ähm... Gibt es eine Taste, wo ich jetzt Loot, ähm... Wo ich Loot, äh, so hervorheben kann? Ich weiß nicht, wer du bist. Und das ist mir auch ziemlich egal. Geh weiter. Wir sind nicht hierher gekommen, um mit Ausländern zu plaudern. Äh... Ich hab dich... Also, wir sollten damit nicht sofort aus der... Ne? Wir sollten damit sofort... Nicht sofort in, äh... Ne? So... Wie heißt das? Mit der Tür ins Haus fallen? Ne? Ähm... Wir sollten erstmal so... Einfach so... Ja, ich hab dich von der Mühle gesehen, ne? Was ist da los? Okay. Na, da hat aber jemand eine blühende Fattersee. Was? Um was geht's denn hier? Darum, dass sich Trump für den Dorfkönig hält. Nur weil ihm die Mühe gehört. Es geht darum, dass er uns kaum was von dem Weizen abgibt. Das wir ihm bringen. Und dann zieht er uns noch über den Tisch, wenn wir Getreide kaufen müssen. Es geht um Bauern die Hunger leiden, während sich ein paar reiche Bastarde an ihrer Ernte bereichern. Warum gibt ihr dann überhaupt... Achso, zum Malen, ne? Okay. Darauf läuft es doch verdammt nochmal hinaus. Und jetzt pack dich fort. Ähm... Trump hat gesagt, dass du seine Familie bedroht hast, ne? Oh! Das wundert mich gar nicht. Was für artiger dieser Tromble. Zwei große, starke Kinder. Die reizte Seele im ganz Goldtal. Ha! Der Feigling seine Boten aus, um seine Angelegenheit für ihn zu erledigen. Na, du kannst ihm zugehen und ihm sagen, dass wir wegen ihm schon seit Tagen nichts Wesses mehr gegessen haben. Dass wir uns wegen ihm die Schenke nicht mehr leisten können. Aber dass wir uns nicht an seiner statt von irgendeinem Ausländer einschüchern lassen. Ähm... Wollen wir das mit einer Runde? Ne? Also eine Runde... Ich weiß nicht, wie viel Kupfer so ein Bier kostet, ne? Wir sind auch ein bisschen... Ich sag mal, mit Geld sind wir nicht gesegnet, ne? Wir haben keine Aufträge jetzt. Wir haben 25 Gold bekommen, um ähm... Bei der Hebamme ein Gebäude zu kaufen für die äh... Schwangere Tuse. Und wir hatten 100 vom Staat. Und wir haben ein bisschen Kupfer gefunden, beziehungsweise aufgesammelt. Ich weiß nicht, wie viel es so eine Runde kostet, ne? Aber ansonsten macht 16, macht das natürlich, äh... Die Möglichkeit, ihm quasi... Zu sagen... Wenn du dich sofort die Schnauze hältst... Und verdammt nochmal mit mir normal redest... Dann... Nimm mit dieser Faust, steckst du dir selbst wo hin? Einen auf den, ne? Können wir natürlich auch machen. Was sagt ihr? Ich würde nicht angreifen. Das ist... Also wenn wir die aggressive Wahl wählen, dann nehmen wir die natürlich mit unserer Macht. Ne? Weil dann haben wir einen Wert, der dahinter steht. Und ähm... Ich meine aus seinem Stuhl zähren. Er hat nicht mal hier einen Stuhl. Aber egal. Da zählen wir ihn aus seinem Stuhl. Aber wir können das auch friedlich versuchen. Friedlich oder gewalttätig. Mit der Macht von Grayskull, auf gut Deutsch. Aber ich würde es gerne wahrscheinlich... Es ist halt die Frage, ob Macht das quasi löst das Problem. Also eventuell bin ich ein bisschen geizig. Eventuell. Ein bisschen. Ein bisschen. Hi Clom! Du sagst ne Runde ausgeben? Schlimm. Schlimm. Also ich würde ihn gerne 1 aufs Morn geben. Hm. Ich muss sagen, das Ding ist, wir wissen zu wenig für die 3er Optionen. Also eigentlich besitzen wir jetzt die Information von 2 Seiten. Die eine, die vorgibt, betrogen worden zu sein. Und die andere, die sagt, dass das Weizel verdorben ist und deswegen wenig bezahlt wurde. Ne? Wir bräuchten ne dritte und sogar, vielleicht sogar ne vierte Meinung von anderen, die das eine bekräftigen oder das andere schwächen, um dann eine Entscheidung zu treffen. Deswegen, ähm... Ja, wir geben nur meine Runde aus. Sven, du ziehst das kurze Betrachter, schaut die anderen an. Also gut. Bring uns was, mit dem wir unsere Kehlen von innen befreunden können. Dann könnte ich gewillt sein, mit einem... Dir ein paar Worte auszutauschen. Äh... Wir haben doch eigentlich so Stuff dabei. Jedenfalls in unserem Versteck. Ne? So, teilen wir den Shit mal ein bisschen auf. Wir könnten eigentlich uns die Armbrust gönnen. So, ich hab doch Bier aufgesammelt, oder nicht? Ale? Hm. Also ich nehm mal beides, ne? Sowohl Bier als auch Ale mal in mein Inventar auf. Ich weiß noch nicht, was die, äh, saufen wollen. Hallo! Und wie setze ich jetzt das ein? Ah! Seht ihr das? Jetzt seh ich das auch erst. Ich muss mal mein Glas ein bisschen verschieben, ne? Ich muss mal so hier hin. Jetzt seh ich das auch. Vier Anwendungen der Kategorie 1 und zwei Anwendungen der Kategorie 2. Hey! Ah! Well! Ähm... Wie kann ich ihm das jetzt geben? Ich kann ihm eins überziehen, das will ich aber nicht. Und wie kann ich das... Schnellauswahl vielleicht? Aber dann sauf ich's doch, oder nicht? Aber dann sauf ich's doch, oder nicht? Hm. Weiß jemand, wie ich, äh, Objekte benutze? Ach, Bier... Bier erhöht die Schadensreduktion. Hallo! Hallo! As you wish. Kann ich das irgendwie benutzen? Ah, ich... Lauf's noch nicht so ganz, okay. Hey! Hübsch und trocken hier drin. Na, bisschen unaufgeräumt, aber gut. Welcome! Freie Platzwahl! Willst du was trinken oder ein Zimmer? Wir haben gerade zwei frei. Leider könnten wir heute nichts besonders schmackhaftes Essen anbieten. Es sei denn, du findest gefallen einen kalten Haferbrei. Ah! Ach, hier! Oh, hier! Okay! Ich würde gerne den feinen Kerl da drüben gerne eine Runde ausgeben. Feine Kerle! Jetzt nimmst du mich aber auf den Armen. Wenn hier noch mehr geschlägert wird, muss ich zwei nur endgültig Ausverbote teilen. Bis gar dahin kostet das sechs Kupferstücke. Okay, ja klar, hier. Oh! Mit Entschlossenheit! Ja klar, bitte, wenn ich sie nicht nur zum Sprechen bringen könnte. Vielleicht könnten sie dann überzeugende Müller nicht mehr zu schikanieren. Die Schankwerte studiert dich. Geil kurz. Misstrauisch. Dann säuft sie. Naja, dann gehst du das Haus aus. Hier, drei Krüge für die drei Nagen. Wenn du sie zum Tummel vom Hals schaffst, werde vielleicht mit seinen Vorräten nicht mehr so geizig umgehen. Hehehe. Musste keinen Cent für die Dinger bezahlen. Hey, coming Leerwood! Hey, coming Leerwood! What is it? How do you do? Ich hab Meht mitgebracht. Hey, ja, tatsächlich, bei der Flamme. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich über einen guck, dieses scheiß Bier vom schwarzen Hund mal so freuen würde. Meine Götter, das ist gut. Na gut, ich werde dir zuhören. Was hast du uns wichtiges zu sagen, was eine Runde Meht wert ist? Schau mal, den Müller zu bedrohen macht überhaupt keinen Sinn. Ihr habt ihn doch schon mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht könnt ihr ein paar der anderen Dörfler um Hilfe bitten. Vielleicht könntest du mir mehr darüber erzählen, was hier vorsichtig geht. Ähm, ja, das wäre gut, wenn er uns ein bisschen mal was erzählen würde. Es ist so, wie ich gesagt habe. Der Müller kontrolliert gerade Preise. Er behauptet von sich gereicht zu sein, aber ich weiß es sicher, dass Leute wie Aufer nur die Hälfte von uns zahlen. Und vielleicht sind wir ein bisschen grobziehen gewesen. Aber was hätten wir denn tun sollen? Wir könnten nicht mehr, wir können nicht mehr weiterzahlen. Wir werden verhungern. Und meinst du etwa, Tumbe würde das dann leid tun? Hm. Was? Ich verstehe das, ich verstehe dieses Satz hier nicht. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Heißt das, dass wir ihn raten, er sollte sich noch ein paar Dörfler holen und ihn dann quasi aus seiner Mühle vertreiben? Das macht ja keinen Sinn. Das heißt es doch, das habe ich doch richtig verstanden, oder? Das macht einfach, das ist einfach Schwachsinn. Ich meine, wir haben eine Aussage gegen andere, äh, die andere Aussage. Ich meine, er ist jetzt ein bisschen gesprächiger, ne, er ist uns ein bisschen milder gestimmt, weil wir ihn jetzt natürlich eine Runde ausgegeben haben. Ähm, und anscheinend, ähm, ist das Getreide mehr als knapp momentan. Ha, glaubst du etwa, zu ihm durchzukommen, wo wir es auch nicht geschafft haben? Der Mann ist so dumm wie ein Torfmoor. Ich habe gehört, dass er sich die Seele lesen ließ und er herausgefunden hat, dass seine Verwandten Sonnenrätbäume für ihre eduranischen Fürsten anbauen, bis sie herausfanden, dass ihre Seite am Verlieren war. Das erklärt auch, warum seine Knie immer noch schmerzen, wenn ein Fürst oder eine Lady über die Straße geht und er sich verbeugen soll. Diese Falke wird sich tagelang in seiner Mühle verschanzen, aber bitte, wenn du es probieren möchtest, dann wünsche ich dir viel Glück. Wenn du es schaffen solltest, hast du bei uns was gut. Guten Tag! Wie du willst! Ok, ja, dann versuchen wir das irgendwie zu schlichten und sagen, dass er halt Er ist halt so, weil er nicht mehr weiter weiß. Vielleicht geht da was, aber ich meine Du siehst vier Personen, die sich bei der Tür zur Schenke versammelt haben. Ihre erregten Stimmen und Hacken und Gesten lassen darauf schließen, dass ein Streik kurz vor seinem Höhepunkt steht. Die erste Gestalt hebt ihre Hände, um sie zu beruhigen. Sein Gesicht wird teilweise von der Kuppel... ...von der Kapuze verborgen, aber Größe und Körperbau lassen auf einen Elfen schließen. Ich habe keine Entschuldigung. Lass uns das Thema auf die Runde legen, solltet ihr? Ich hoffe, dass wir unsere Freude mit ein paar Adira-Koppern schließen, oder? Wir brauchen nicht deine Kuppel! Nichts zu sagen Rot vom Alkohol... Oha! Du bist ganz schön frech, uns in unserem eigenen Dorf zu verspotten. Von außen lassen wir uns nicht schlecht behandeln. Und von Edurianern erst recht nicht. Go on! Sag es wieder! Ich bin für eine Entschuldigung! Ich bin für eine Entschuldigung, du Kogsfeeder! Alter, what the fuck? Jesus, kannst du kaum damit unterworden! Das ist deine schwerste Schmacksel, eurer Schlappschwanz! Ja, gut! Der Elf hat zu viel gesoffen und... Autsch! Ich werde das Schlappschwanzig aus Ihrer Hände kippen! Das ist eine Entschuldigung! Ich habe nicht gesagt, was du denkst, was ich gesagt habe. Wir haben nicht quarrelt. Das ist, wo du falsch bist. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, ihn anzugreifen, auch wenn einer zusammen... Das ist doch absurd, dass hier ist unnötig, wäre es sich besser drin zu drücken, als hier draußen zu streiten. Da halte ich mich mal schöner raus. Nee, wir könnten ihn retten, ne? Das hier ist unnötig! Wäre es sich besser drin zu drücken, als draußen zu streiten? Deine Mildtätigkeit wollen wir auch nicht, Ausländer. Das klingt verdächtig, als ob du ihn verteidigen würdest. Natürlich hat der Zocker sich mal wieder eingemischt und kriegt direkt auf die Fresse. Ganz klar. Das wäre auch mal was, wenn der Zocker einfach mal die Klappe halten würde und sich draus heilen würde. Hat er die gerade... Als der letzte Agrar verfällt, wendet sich der Elf dir zu. Die Spannung ist fast gänzlich aus seinem glatten Gesicht verschwunden. Nicht ganz so, wie ich hoffe, dass ich die Zocker kennengelernt habe. Danke für deine zeitliche Unterstützung mit dieser... Das ist eine komplexe Situation. Freut mich, dass ich mich helfen konnte. Kurtesie ist ein rarer Freude in diesen Teilen. Dein Akzent sagt, dass du nicht mehr lokal bist, als ich. Ja. Ich glaube, die Erinnerungen sind in Ordnung nach diesem kleinen Fiasco. Aloth Corvissor, zu Ihrem Service. Ja, erzählen wir mal von dir. Ich bin ein Wieser durch Training und ein Spannender durch Necessity. Ich war in der Seathwood, Teil der Hauptstadt des Adir-Empires. Und beide meine Eltern servierten die Nobility, die mir eine Bildung erlaubt, für die ich dankbar bin. Aber, da waren keine openen Positionen in diese Houses, und so habe ich versucht, new means in eine neue Land. Und wie genau warst du hier in Gwiffen Ruin? Das können gefährlich sein, in der Best-of-Tibes. Das sind nicht. Half der Lokal würde arresten Sie für trespassungen, und die resten würden Sie verletzten Sie outright. Ich bin gespannt. Was genau findest du da? Du hast ja auch geschafft, sich in einem ziemlich interessanten Verwaltungen zu finden. Dann wäre das Spiel auch langweilig, wenn das nicht passieren würde. Ähm, ja, das wüsste ich gerade, wie er die verärgert hat. Ich bin Angst, dass das eine Sache von Verständnungen und Verständnungen war. Es hilft nicht, dass die Leute in diesen Bereichen sich daran erinnern, dass sie ihre Wunsch mit Adia, wie es gestern war. Wie ich ihnen zu sagen versuche, sie hat mich falsch verstanden. Noch ein paar Humpen geschieht, da ist viel zu leicht und der Akzent ist auch nicht besonders hilfreich. Äh, ich hab das aber auch gehört, ne? Ja. Für einen kurzen Augenblick sieht er aus, als wollte er noch etwas anders sagen. Sein Gesichtsausdruck wird missmutig, aber bevor er zu sprechen beginnt, zwingt er sich zu einem schmalibigen Grinsen, wobei er sich fast auf der Unterblüben beißt, dass du mit einer Blutwunde rechnest. Tatsächlich entspannt sich sein Gesicht aber und erschallt den Kopf. Nächstes Mal soll ich deutlicher sprechen. Entschuldigung. Ja, was machst du hier denn? Eine excellente Frage. Ich schaute, dass ich frische Luft in der Schäden und rote Lande. Insofern gab es die Magistrate mir die Direktionen zum Inn und eine Geschichte über den lokalen Herrs' erwarteten Frau. Aber ich nehme es, dass das eine gewählte Geschichte ist. Wahrscheinlich. In diesem Fall willkommen zu Gilded Vale. Ein wahrer Weg von der Zivilisation. Ja, es sieht aber auch nicht wirklich wie ein Siedel aus, ne? Begegst du dir Entschuldigung, aber auch nicht du. Doch, die Situation kann eine Person in den strangesten Plänen finden. Ja. Wie sollte ich, given recenter Events. Es ist nur so gut. Ich habe genug von der walteten Wein und lumpigen Beds in der Inn. Sie sagen, dass sogar der Herrscher der Ort nicht so lebt. Ein Tag nur auf und auf und auf ein Tag. Es erklärt mir viel über die Aufklärung. Ah, okay. Vielleicht könnte ich dich mit dabei sein. Ich könnte eine Veränderung der Szene benutzen und finde es besser, dass es in Nummern zu gehen ist. Okay. Excellent. Ich werde dich folgen. Ich? Also er hat Übersetzungsprobleme gehabt. Alles klar. Ah, okay. Ein Zauberer. Gefällt mir. Ähm, ja. Wir haben nur einen. Hat er mehrere? Er hat nicht mehrere Zauberbrüche, sondern gerade nur eines. Ja, wir haben aber auch keinen Zauberbrüche gefunden, womit wir ihm da helfen könnten. Ähm, das ist gar kein Passwechsel. Hey. Aber ja, das ist tatsächlich übersetzt worden. Durchkeulen, einfache Kleidung, Goldsohl, Silberpfennig, Silberluesk, Gorse. Mann, haben wir die zerstückelt, ey. Okay. Ähm. Aber was wir jetzt hier spielen, ist Pillars of Eternity. So, die Schmiede sollten wir vielleicht auch mal besuchen. Ach so. Ach so. PoE kenne ich nur Part of Exile, sorry. Ähm, keine Ahnung, ich habe nichts installiert. Das war einfach deutsch. Aber die Stimmen sind halt englisch. Dieser Bauarm ist beeindruckend gebaut und ragt turmhoch über den Tresen. Seine Hautfarbe ist dunkelblau wie die Tiefsee. Seine kräftige Arme sind voller definierten Muskeln. Sein kattiges Gesicht, das gleichermaßen mit russen und ausschweifenden Tätowierungen bedeckt ist, wird von kleinen Ohren eingerahmt. Kleinen Ohren. Er lächelt dir breit zu, als du dich näherst. Willkommen! Du bist der erste in deinem Gesicht, das ich seit geraumer Zeit gesehen habe. Was kann ich für dich tun? Äh. Ist das dein Geschäft? Aha, ist das. Es gibt's hier jetzt schon fast 20 Jahre. Über die Jahre habe ich schon alles Mögliche gesehen. Glückliche Begebenheiten und, äh, ja, weniger Glückliche. Tuatanu, meine Fresse, haben die komischen Armen. Und wirft der Wache, die an der Mauer stelle bezogen hat, einen Blick zu. Aber die Schmiede, schwarzer Hammer, gibt's aber noch. Okay, und was hast du? Ey, für heute, du kommst in einer seltsamen Zeit zu uns. Das Angebot ist mehr da, äh, mehr das, was es heute mal war. Trotzdem haben wir noch gute Waffenrüstung zu verkaufen. All das haben wir hier im schwarzen Hammer geschmiedet. Was ist passiert? Äh, wir haben einfach nicht genug Vorrate dafür. Auf die nächste Lieferung warten wir jetzt schon eine Woche und es gibt keinerlei Anzeichen auf ihre Fablie. Bleib. Äh, ich muss vermuten, dass sie von Banditen überfallen wurden. Die Straßen nach Osten sind voll mit ihnen. Ich weiß, es sind meine Arbeiter mit dem Wagen auch selbst über alle Berge gegangen, um die Waren zu Geld zu machen. Ha. Als ob sich dieser Haufen das trauen würde. Er hat recht wegen den Banditen. Die entsetzlichen Situationen in Dörfern wie diesem und der Exodus in die Städte haben skrupellose Zeitgenossen viel zu viele Möglichkeiten öffnet. Tuatano denkt nach und kratzt sich im Kiefer. Wenn du zufällig auch in diese Richtung unterwegs bist, könntest du dann vielleicht auf einen Güterwagen aufpassen? Oder zumindest auf meine Lieferung. Ich erwarte, dass die die abkürzend durch die Schwarzaunen nehmen. Und dafür gibt es nur eine gute Schwarze. Schwarzaunen. Okay. Nach Lager der Dinge gehen die meisten unserer... Achso. Nach Lager der Dinge gehen die meisten unserer Waffen an euren Gnaden. Fürst Redrick. Tuatano blickt zu der Wache, die ihm am nächsten steht. Und so soll das auch sein. Für Außenstädte bleibt aber nicht viel Auswahl übrig. Wir haben einfach nicht genug Eisen. Äh. Okay. Dann werde ich die Vorrede finden mal schon. Hey, Lager. Dann hast du meinen Dank. Wenn du diese Vorderung zurückbringst, dann werde ich dir viel mehr anzubieten haben. Für den Anfang bekommst du gleich einen Lobat. Oh. Und falls du meine Arbeiter finden solltest, sag ihnen bitte, dass sie sich beeilen sollen. Sonst können sie gleich auf dem Feld arbeiten. G'day, Stranger. Okay. Ja, dann machen wir mal Just Do It. Janas Lanze. 6000 Kupfer. Tja. Sie, denke ich... Sieht ihr? Bin ich rich? Äh, nein. Charakter neu ausbilden. Ah, ich kann die zurücksetzen. Das gefällt mir schon mal. Wenn man sich halt, äh... Mhm. Sieht man eigentlich. Wird von der Vorstellungsgabe des Abenteuers bestremt. Was auch immer das bedeuten mag. Hm. 8 Abwehr-Eigenschafts-Vorbote. Ja, so viel Kohle haben wir halt nicht, ne? Weg mit dem ganzen Shit. Wederrüstung behalten wir mal. Ja, ich sperr, behalten wir mal. Falls wir eine mittlere Rüstung anziehen, wäre die Schuppenrüstung natürlich ziemlich geil. Ja, falls sowas verkaufe ich ungern immer was. Ne Fuck, überhalten wir auf jeden Fall. Und unsere gesammelten Shit auch. Ja, ich bin super müde. Ich hab zu wenig geschlafen und, äh... Hab dann... Bin immer wieder eingeschlafen. Ach Gott. Ich hätt einfach richtig schlafen sollen, gut, das... Hab ich aber nicht. Wollte früh aufstehen, um viel zu machen. Und letzten Endes bin ich um zwei aufgestanden, um zu vorhanden und zu streamen. Okay. Gemeiner. Ich bin nur am durchstöbern, okay? Ein Zauberstab. Na, immerhin gibt's auch sowas. Okay. Wie geht's dir, Lerjudel? Ist aber eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre. Boah, ja. Okay. Ähm. Okay, ja, wir haben eigentlich nur eine Aufgabe jetzt momentan. Wir gehen nach oben und dann in die Ruine runter. Ich denke, jetzt zu dritt sollte das machbar sein. Da runter zu gehen. Die geht's echt super. Ich bin echt müde. Schlafen. Ich freu mich sehr heute Abend auf mein Bett. Good day, Stranger. Äh. Ja, ich hab mit Swaino gesprochen, ne? Er sagt, du würdest die Bauern ungerecht behandeln, wenn du die Preise hüßt und ihnen verdorbenes Getreide gibst. Ja. Tumbel, schnaub, verächtig. Natürlich macht er das. Er sagt schon seit Tagen nichts anderes mehr. Der Mann hat Wahn vorstellen. Wenn er Getreide will, muss er dafür bezahlen. Ja, was geht denn hier eigentlich vor sich? Das wüsste ich mal gerne. Wo soll ich anfangen? Swaino hat sie fast zum Überstammel gebracht mit seinen Gerätebegröder. Achso. Okay. Oh, okay. Es ist keine... Er hält in der Schau mal. Swaino ist schon immer ein Schäberbastard gewesen. Da die Vorreden schon zu gering sind, sollte ich die guten Sachen vielleicht für die Leute zurückhalten, die sie verdient haben. Aufrat zum Beispiel. Sie erwartet ein Kind. Soll ich sie stattdessen verhungern lassen? Oh, okay. Er hält tatsächlich Sachen zurück. Und er kümmert sich eben um Aufrat, um die schwangere Frau, ne? Manche ja, die Schankwirtin zum Beispiel. Es ist besser, nicht allen Sorgen zu bereiten. Ich werde schon bald neue Vorrede einkaufen. Wenn wir es schaffen, dass bis dahin alles ruhig bleibt, sind wir aus dem Schneider. Die Schankwirtin? Ich würde das Ale lieber nicht trinken. Mehr sage ich nicht. Oha. Ale, Traveller. Heil and well night. Ähm. Ähm. Wir können bis jetzt frühwarm erzählen. Und der Müller stirbt. Unter 100%. Ich weiß noch nicht, ob wir dem das erzählen sollen, hätte ich gesagt. Ich weiß noch nicht, ob wir dem das erzählen sollen, hätte ich gesagt. Ich hoffe, ich werde dir helfen. Irgendwie ist die Schenkel in meine Hände gelandet. Sie lacht. Meine eigene Schenkel. Sie verlangt mir schwer Arbeit ab. Doch bislang hat es das wert gewesen. Okay. Das ist nur Haferpreis anzubieten. Also schaut dich an und schüttelt schnell den Kopf. Ich habe das nicht entschieden. Das kann ich dir sagen. Eigentlich war unsere Küche eines der besten ganz drywalls. Wir haben nur eine verdammte Pechstritt. Das ist alles. Die Jahre, dieses Jahr läuft das mit den Feldfrüchen sehr schlecht. Und es gehen dann so die Vorräte aus. Ich habe Temfriss zum Vorräteholen nach Norden hochgeschickt. Temfriss ist unser Koch, musst du wissen. Ein wahrer Küster am Herd. Unser Brat ist himmlisch. Er hätte aber schon seit Tagen zurück sein sollen. Bisher haben wir kein Lebenszeichen von ihm. Ich habe die Schenke auch gerade erst vom Vorbesetzer unbenommen. Wenn er nicht mehr auftaucht, weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Okay. Ich versuche ihn natürlich aufzutreiben. Wirklich. Ich wäre sehr dankbar, wenn du das tun würdest. Okay. Für mich nichts, danke. Also wir sollten nichts davon kaufen. Alles klar. Greetings. Ein zuverlässiger Helfer. Hm, oh naja. Ich kann gerade nicht von mir überhaupt noch aus der Fallung sprechen, aber ab und zu wird eine bestimmte Art für Leute nie auf der Suche nach Arbeit vorstellig. Wenn dich jemand anwerben möchtest, werde ich sie gern zu dir weiterschicken. Okay. Also ich habe hier nichts. Ein Zimmer könnten wir, aber brauchen wir ja momentan einfach nicht. Wir haben noch alle Aufladungen. Willkommen. Willkommen. Wir haben jetzt zu Vernunft gebracht damit. Ich habe es nicht verstanden. Okay. Ich muss ehrlich gesagt, ich habe es nicht verstanden, was wir jetzt da ihm gesagt haben, dass er davon ablässt. Aber gut. My German is not the yellow of the egg, my friends. Ja, das Ding ist halt, macht ja keinen Sinn. Ernteauszahl ist Ernteausfall, ne? Wenn die Früchte scheiße sind, sind sie scheiße. Was willst du machen? Wie, jetzt echt? Das sind tolle Neuigkeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob du zu ihm durchdringen könntest. Die Hälfte der Zeit sind die doch vor lauter Sucht völlig vom Sinn. Ich stehe tief in deiner Schuld. Hier für dich. Er nimmt sich seinen Minzbeutel vom Gürtel und drückt ihn dir in die Hand. Und die heutigen Tagesannahmen, als sage ich meine Anerkennung. Außerdem kannst du dir sicher sein, dass ich alle wissen lasse, werde das, was du für mich getan hast. Was? Mehr kannst du dir nicht leisten, nachdem ich deine Familie gerettet habe? Okay. Freut mich, dass ich helfen konnte. Jetzt haben wir eine Chance, durch das Jahr zu kommen. Und alles dank dir. Sicherheit, dein Freund. Wie sollten wir das ablehnen? Bin doch nicht wahnsinnig. Du musst noch ein paar Sachen erledigen. Du ziehst mir vor. Alles klar. Ciao. Hau rein. Bis hoffentlich später. Natürlich nehmen wir das Geld. Cash in the Tash. Ende. Cash in the Tash. Okay, wir haben jetzt einiges zu tun. Ja, das nächste wird wohl sein, zurück nach Talolz zu gehen und nach dem Koch Ausschau zu halten. Ich meine, wir sind jetzt auch gerüstet. Wir müssen in den Keller noch. Das müsste doch sehr, 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 sehr tun. Ich meine, wir müssen in den Keller noch ein paar Sachen schicken. Wir müssen in den Keller noch ein paar Sachen erledigen. Wir müssen in den Keller noch ein paar Sachen erledigen. genauer anzusuchen die schwarze maus in diesem most bedeckt und das ist das klettern und behindert die steuer selbst aber schon ausgerutscht sein mit dem richtigen werkzeug kann man die morgen bestimmt erklettern das möchte ich den enterhaken du schwingst den enterhaken für eine umdrehung lässt ihn dann los er fragt sich problemlos mit einem steinhaufen am oberen mauerrand mehrmaliges ziel und dem sein lässt darauf schießen dass es halten wird gewandte als ein gekritzter brief ich glaube nicht dass du das hier jemals lesen wirst aber du hattest recht werden sie nach süden reisen sollen es wäre sicher vor uns beide gewesen gerne würde ich alle himmel der welt ertragen würde ich nur überleben um sie zu hören ich habe mich aus der reichweite der biester entfernt die unter mir kreisten aber ich bin trotzdem nicht ich glaube ich dass ich wieder hinaus steigen werde wer auch immer das hier findet betet für mich vielleicht werde ich nichts nehmen lieber wölfen nachstellen ich habe das schon zwei stück ja das ist doof gelaufen braucht jemand gewandtheit braucht jemand gewandtheit ja das ist so ziemlich wichtig kann ich für zauberen eigentlich nicht mann macht und die ganze noch und endlos also ich komme jetzt hatte ich ein topf koch der schocken auf es seine schütte fangen verspringen sprichend auf dem boden was der band dreht sich um starten euch ihr hunde sorgt dafür dass unsere koch nicht durchbrennt eine band gibt hinten vorbeigehen ein tribo für sich zusammenkommt okay also wir retten okay okay kein problem kein problem kein problem bandit band gesetzloser bandit okay so was machst du schönes okay 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 Ich wollte es ehrlich gesagt einmal ausprobiert haben, den Zauber. Das war nicht das Smarteste, das weiß ich, aber egal, wir haben mal in der Stadt ein Bett, also kurze Umhang Lederröse, also die bringen gar nichts. Okay. Guten Tag zu dir. Bei der Flamme, danke, danke, danke. Ich dachte, ich wüsste die ignoranten Wiese für die Dressa des Lebens bekochen oder halt, bis sie meine Übersicht wäre würden. Hatte ich Perska geschickt? Sie muss völlig außer sich sein. Ich muss sofort zurückgehen, aber hör mal. Bis nächstes Mal ein Goldteilbiss, musst du unbedingt den Schwarzen Lund vorbeischauen. Ich werde Tilde berichten, was du für mich getan hast. Sie wird sicher bestimmt dafür erkenntlich zeigen. Okay. Gut für uns, wir nehmen den ganzen Gemüse-Shit mit. Fleischgeflügel-Kupferstücke. Ein größer Paar für Schutze im Feldbett und ein geschenkenungewaschener Körper ist dieses Zelt leer. Überraschend. Nicht. Hey. Meint ihr, wir können uns das jetzt mit den Bären aufnehmen? Hatten wir noch eine Quest hier? Nicht, ne? Ja, die Bärenhöhle, ich fürchte, die werden uns jetzt richtig festen, ne? Wir speichern vorher mal eine Sicherheitshalber. Nicht, dass wir das nochmal machen müssen. I? I shall deal with this one. Scheiße. I shall deal with this one. Yes? I shall deal with this one. Meine Güte. Ich bin pro Ruhephase. Hey. Okay, der eine hat ins Gesicht bekommen, weil ich momentan, ich bin noch, ne? Das ist so anfangen, ich hab keine Ahnung, was wir hier tun. Ich hoffe, es ist okay und wir kommen damit ein bisschen weit. Oh, wichtig sogar. Ein verirrter Geist. In der muffigen Höhlenluft scheint ein Gestalt zu schweben. Ihre Formen und Züge verschwinden sich in kaskadierenden Wellen der Weißglut. Du spürst, wie ihre Energie um dein gleiche Gliedmaße schuldet und sie mit einem starken Frostgefühl erfüllt. Hand ausstrecken. Du schlägst deine Hand nach den Geister aus. Im Moment des Kontakts fühlst du dich so, als hättest du deinen Schlag erhalten. Du taumelst mit schwindeligem Kopf hilflos in der launenden Finsternis hinein. Am Rande deines Sichtfelds kommt Licht auf. Du spürst die Sonne im Rücken und das Gewicht eines Bogens in deiner Hand. Dir wird plötzlich bewusst, dass du in den langen Weg aus dem Tal gekommen bist, um Hirscher zu jagen. Oh, das ist der Dude, der gestorben ist, ne? Alter, der Dude hat ihn gekillt. Der hat ihn quasi in die Kniekehlen, äh, die Kniekehlen durch, durchschnitten. Der Penner, ey. Die Vision schwindet, du wirst durch scheinbar ärgerliche Wucht wieder in eine eigene Selbst zurückgeworfen. Die Leiche liegt zu deinen Füßen und der Geister weilt immer noch. Im Energiebogen zwischen euch beiden spürst du eine gewisse Frage, Verwirrung und Wut. Nur ein Nare hätte das nicht kommen sehen. Niemand hätte das kommen sehen. Ich traf unterwegs zu einem Freund. Urplötzlich stürmt vom Geist eine Art, peitscht der Wut aus. Zorn und Trauer scheinen wie Rauch aus grenzender Gestalt zu strömen. Auf jeden Fall werden wir ihn killen dafür. Einen Moment lang scheint der Geist hell zu brennen, deinem Köpfe erfüllst widerlichen Triumph. Der Geist scheint durch die Kraft seines eigenen Jubels schwächer zu werden. Es wird immer schwächer und schwächer, bis du abermals in die Höhle allein bist. Alles sieht dich mit so ungeknüpfenden Augen an. Bist du in Ordnung? Gerade scheinst du verloren zu sein. Ja, mir geht's gut. Das ist gut zu wissen, aber du wirst mir wohl nicht erklären, um was es bei einem überhaupt geht. Gut, dann rücken wir damit raus. Ich bin ein Wächter. Seine hochgezogenen Augenbrauen ziehen sich unter seine Kapuze zurück. Nun gut, das ist interessant. Und das hat vermutlich was mit den verhüllten Gestalten in Ruinen zu tun. Was? Ja, auf jeden Fall weiß ich deine Aufrichtigkeit zu schätzen. Da wir zusammenreisen, ist es wahrscheinlich weise, dass wir diese Dinge miteinander teilen. Weißt du das über die Wächter? Das würde ich natürlich gern wissen. Nur, dass es nur wenige gibt und dass sie einzigartige Einsichten in bestimmten Sehnenzustände haben. Ja, so wie du es gerade unter Beweis gestellt hast. Hey. Ja. Also, ich... Das ist eine Falle gewesen. Ich verwette darauf, dass ich die nächsten paar Fights ohne Waffe kämpfe. Jedenfalls mein Hauptchar. Darauf verwette ich. Das war eine Falle. Also, vor allem, wie sie sich gefreut haben. Also, sie wollten loswerden. Never ever war das ein Jagdunfall. Für ihn war das vielleicht ein Jagdunfall. Aber das war ein Jagdunfall. Ihr versteht, was ich meine. Ja. er hat den kampf mit magic okay weil dadurch sparen uns zeit aber das wäre cool kann ich ihm sagen mit der ki er soll die unter 50 prozent wandelt er seine gestalt kann ich ihm sagen er darf soll das darf das automatisch machen ok wer pro phase machen das macht keinen sinn aber ich kann ihm tatsächlich sagen er soll er soll seine gestalt anwenden akkanen angriff hat er gesetzt okay okay gut gut okay wenn ich das einstellen kann ist das ja gar es riecht hier super lecker meine gefütterte haube kampfstoff die verstärken verstärken so groß genug um rippen und wirbelsäule eines drachen zu sein ein drache es gibt hier drachen kugel stehe auf drachen dranks age muss auch spielen ich muss so viele spiele spielen schlimm ja wenn wir schon mal hier sind wer verschwendung immer ich meine wir sind so lange gereist okay wir haben tatsächlich jetzt alles entdeckt hier das sind die vier orte gewesen das war es auch nicht gibt es tatsächlich auch nicht hey du bist du bist du anfänger was mit diesem satz kann ich wirklich gar nichts anfangen du möchtest damit sagen dass ich das spiel zum ersten mal spiele ja wir spielen aber auf schwer also keine pussy einstellung nur weil ich hier das spiel gerade neu angefangen habe ich kenne solche art von spielen bereits schon und zu leicht wollen das halt auch nicht okay dann ab ins haus und dann sagen wir ey du ne wir wissen bescheid wir wissen bescheid du hässliche aber die sollte schon weg sein 16 stunden alle sind immer noch da naja das sind die lesbischen frauen nonton hallo hallo mal wieder haha nonton ich weiß bescheid was in der bärenhöhle passiert ist ich weiß nicht was du damit meinst ich hab dir die wahrheit gesagt ja beschuldigst du ihn einer tat in grod schaut nonton an berührt ihn am arm wenn das wegen des unfalls ist wir beide trauen über den furst und pearly aber das war das werk eines willens ja komm ihr habt mich vorher angelacht und habt den shit hier raus geludet als würde ich abhauen wollen laber doch nicht nonton schüttelt ganz leicht den kopf und kannst deine hände zittert sehen wieso solltest du etwas ungeheuliges behaupten ich hatte in der höhle eine vision des letzten augenblick in paris leben so wie er sie erlebte ich sah wie du ihn mit dem messer die gerade gestreckt hast das das ist unmöglich nonton starte ich an wieso solltest du das erfahren haben seine hände fällt zu seinem schwertgehöle hinab ich habe keine spuren hinterlassen nonton warte ingot hebt deine hand ich weiß nicht was du in dieser hülle gesehen hast aber in wirklichkeit ist alles ganz anders pearly mein ehemann er war genauso ein biest wie dieses bär bei seinem ersten wuchsausbruch versuchte ich zu gehen aber er wollte das nicht zulassen mit schwärzevollem gesicht schaut sie sie weg nonton er als wir uns trafen wusste ich dass sich jemand besonders gefunden hat jemand gütiges jemand dem ich etwas bedeutete bitte wir wollen gar nicht mehr als hier zu verschünden woanders wollen wir einen neuen anfang wagen wir sie schaut auf die taschen herab wir haben einige münzen gespart du könntest sie haben sofern du uns das gehen lässt so und jetzt entscheidet ihr was wir mit denen tun gut ich kenne das ding nicht habe gerade total war zwei fertig runtergeladen sechs stunden mein provider spinnt dafür zahle ich sie was 60 euro junge da direkt anrufen dort und fragen ob sie dich einfach verarschen wollen 60 euro in sechs stunden junge mein speedtest gemacht krass aber tode wo wollen wir zwei viel spaß jetzt entscheidet ihr klingt recht fair her damit erstens zweitens nein ungeachtet grund dass den tod eines mann ist wo sagst ich werde dem magistrat hierüber bericht erstatten drittens angreifen perle bekommt keine zweite chance und ihr beide habt auch keine verdienen viertens bald das geld beginnt damit euer neues leben fünftens ich brauche euer geld nicht geht geht mir aus den augen ihr entscheidet das ich werde schauen ob ich was zu essen greifen kann eeheh Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du kannst nicht einfach behaupten, der hat quasi die Thuse geschlagen und so. Ich habe keinen Anhaltspunkt, aber ihr wollt gleich richten. Okay, eure Entscheidung. Wir richten die direkt. Blinder Narr, du wirst uns nicht ab... Das wirst du uns nicht abnehmen. Nicht für diese Kreatur. Okay, Mädels, um... Rache aus dem Grab abgeschlossen. 1.600 Erfahrungen haben wir bekommen. Ja, ihr habt, äh... Ihr wolltet richten. Ihr habt gerichtet. Hey. Natürlich plündern wir die direkt. Und... Blöken die Scheiße jetzt aus dieser Bude. Achso, habe ich schon, ne? Ich durfte ja vorher plündern. Ja, äh... Wow, Leute, wow. Also, ich muss sagen, ähm... Die armen Dudes... Die armen Dudes... Wie wir sie niedergestreckt haben, die armen... Ein bisschen leid tun sie mir. Also, ihr habt nicht mal die Chance, überhaupt zu... Das zu überleben. Die Song einfach nicht auf den Chat hören soll. Die Entscheidung selber treffen, ist das Beste, was du machen könntest. Aber ich will ja euch einbinden. Ist doch langweilig, wenn ich das Spiel nur für mich spiele. Wenn ihr doch auch da seid. Aber ich kann mich dann darüber richtig beschweren, wenn es falsch ist. So, dann mal ab, runter. In, äh... Die Ruin. Niemals. Töten, sehr wichtig. Ich hätte sie auch nicht davon kommen lassen. Also, ich hätte wahrscheinlich die Kohle genommen. Das schweige Geld. Und, äh... Hätte es dann damit gut sein lassen. Wir wollen, dass er chaotisch gut böse wird. Okay. Okay. Ja, wir haben jetzt... Äh, sind deutlich besser ausgerüstet als vorher. Wobei ich sagen muss, eigentlich sollten wir jetzt mal schnell hier ein bisschen... Mh... Was? Keine... Das muss ja dringend direkt dann leveln. Ja, wir haben mal Geister schon gesehen und Wildtiere. Wir nehmen Schadenswürzungen, gut ist. Hey. Unrationalen Entscheidungen treffen. Rechtschaffen, böser Charakter. Notiz eines initiierten... Initiierten. Dieses Stück Pergament ist in relativ gutem Zustand, aber die Tite darauf ist verblichen. Du kannst ein paar Stellen mit sorgfältiger Schildschrift erkennen. Besucher zur Ritualebene, Rectrix Obrica sagt, erlöse sogar für diese. Vergessen und statt der zweiten zuerst die größte Glocke geschlagen. Um sie das Glocke schlagen, könnte ja noch interessant sein. Also, wir gehen direkt mal in den Geisterraum, um direkt mal auf die Fresse zu bekommen. Ist das schwierig? Weiß nie... Ja. 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 Ich kann einen We-Kip benutzen. Okay, krass, diese Will-O-Wisp sind richtig krass. 25 Schockschaden, Junge. Okay, dann. Systemischer Schock. Boah, krass. Das war ein ziemlich harte Fight. Das Stück Pergament ist abgenutzt. Die Tinte ist verblasst. In dieser Zeit der Not muss man genauso viel Glauben an uns selbst haben. Diese Will-O-Wisp haben auch nichts zurückgelassen. Diese verdammten Geister. Wir haben 50 Erfahrungen für die bekommen. Hallo! Okay. Most inconv... Holla die Waldfuhl. Noch nicht einmal wegenskommal- Engenght. Mathe um seineninate Gandalf. Was ist der Handling? Es ist das. Ja? Ich bin nicht! Ja, das war sehr, sehr gut. Ach, stimmt, er darf ja, äh, ach, der darf ja nicht, äh, ach, Angruß cutten, ja, 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 ja. Hey. Wie kann ich helfen? Ich habe die Angruß cutten vergessen. Ja. Ja. Vielleicht ein bisschen Rest ist in Ordnung. Okay, das sind ziemlich krasse, äh, puh. Ähm. Colors. Wow, das sind, äh. Oh, die Kristalle um dich herum erleuchten in den gesprungenen Musikboden in verschiedenen Orangstönen und aus bestimmten Blicken gehört das metallische Symbol der Füße in Golden. Während du hinschaust, will mit dir die Luft wie bei Sommerhitze. Der Staub und die Luft scheinen sich zusammenzuziehen, bis vor dir ein dünner leuchtender Nebel erscheint. In seinem sich kreuzenden Glanz glaubst du die Gestalt eines Mannes zu erkennen, der im Grundzug des Luft und Rauch zu bestehen scheint. Äh, ja, wer bist du? Deine Stimme löst Bewegungen aus. Begleit von plötzlich aufbrause Licht schließt der Geist empor. Nächsten Augenblick befindest du dich in einem anderen Ort, wo dein Verstand von einer unmittelbaren Welle aus Angst und Lärm attackiert wird. Du befindest dich im Kapitalsaal. Priester und Gläubiger haben sich in einer großen Menge Versammelströmen in den Saal. Andere drücken gegen dich, als sie zum Zuhören nach vorne drängen. Deine eigene Trauer spiegelt sich auf dem Gesicht um dich herum. Einige Indizierten weinten. Da jemand die Gerze gelöscht hat, ist der Raum bis auf das Podium, das von hinten beleuchtet wird, dunkel. Zwei Gestalten der Insoletten, die du im Licht sehen kannst, stehen davor. Ein Mann schreit, aber seine Stimme ist so angstverzerrt, dass du seine Worte nicht verstehen kannst. Die Erektrix aber steht ruhig und will unbewegt da. Ihre Stärke wird euch alle durch diese dunklen Zeiten leiten. Diese Hoffnung spürst du wie ein Funken hinter deinen Rippen. Hinter dir beginnt jemand zu singen. Der Geist reißt dich mit einer abrupten, schwindelregenden Kraft von dir los und du fühlst dich taumelnd vor dem zerstörten Altar wieder. Der Geist verstand so plötzlich, wie er erschienen ist. Okay. Also... Also irgendwas wurde hier angekündigt, verkündet oder was auch immer. Ich werde sehen, was ich finden kann. Muss ein bisschen... Ja, wir sollten uns direkt jetzt nicht mit dem nächsten Pack anlegen. Nach oben, ins Bett, wieder herkommen. Das Problem ist, hier vergeht halt wertvolle Zeit. Eigentlich würde ich das gerne nicht machen. Ich weiß halt nicht, wie viel Zeit uns bleibt. A für die Schwangere, B für dieses Ereignis hier. Hi, du bist der. Was ist das für ein Spiel? Ein Echtzeit-Strategie-RPG-Spiel. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, wir können schon mal zur Schankwirtin geben und mir das sagen, dass wir den Dude gerettet haben. Und äh... Ist das gut? Angeblich soll es richtig gut sein. Aber wir sind noch ganz am Anfang, keine Ahnung. Äh, wir spielen seit 5 Stunden. Na, gefühlt haben wir eine Stunde gespielt. Guds keep you. Oh, du bist es! Äh, Tendrith hat uns gesagt, was du für ihn getan hast. Wir sind so erleichtert, dass er wieder bei uns ist. Ich kann dir nicht genug danken. Von und an kannst du dich als Erdengast unseres Hauses betraten. Rabatt auf Mähd und auf Zimmer. Tendrith sagt, er wollte dir in der Küche sehr etwas heimisch für dich zubereiten. Richtig gehört, er ist schon wieder beim Kochen. Also, was hättest du gerne? Ähm, ich hätte gerne ein Zimmer. Gewiss, du bist hier immer willkommen. 1100 Erfahrungen, die Gruppe und Quest 1700. Aha. Dauert zwei Rauspausen lang. Eine Wahrnehmung und eine Mechanik. Zwei Entschlossenheit. 83. Dann nehmen wir das. Wie viel hat das Geld gekostet? Äh, 27 Euro nicht im Angebot, aber ich habe direkt die große Version mit 37 Euro genommen. Normalerweise, wenn viele zu mir sagen, es ist gut, dann meistens empfinde ich das auch. Willkommen. Und deswegen, ähm... Okay, 150 Sekunden. Weit günstiger. Im Paket. Ansonsten wartet man einfach auf die nächste Steam Sale, der bestimmt bald kommt. in dem Moment. Boah. Ja, in dem dem brauchen wir nichts, ne? Abenteuer rekrutieren? Nö. brauchen wir nicht alles game war schon öfters jetzt im angebot glaubt 50 prozent oder sogar noch mehr ok jetzt sind wir gerüstet haben gerastet hey und er sollte das mal direkt mal ausmachen das ist halt gut um mehrere zu tanken aber nicht gut um auf die fressen zu bekommen die ganze zeit ok dann gehen wir die mal direkt an ich sollte dann vielleicht an machen das wäre mal nicht schlecht ok dann aber ich nehme nichts zu betar auf direkt alles in die truhe das ist ein bisschen nervig ich hoffe ich krieg wenn ich vorteile kriegen sollte ich hoffe dass das das aus das aus kürmer Meinst du, ist es schon okay? Ein gutes Schwert. Eigenschaft gut. Schaden 15 bis 22, 14 bis 20, 10 bis 15, ja, aber er ist auch nicht dafür gemacht, äh, 15 bis 22. Ja, das gefällt mir nicht. Ja, dann den Zauberstab, das sollte er auch behalten, das Zepterbehälter auch. Ein einfacher Boden. Hier ist eine schöne Library. Der große westliche Hirsch bucht der Verse. Ja, wir müssen in diesem Modus sein, um irgendwas zu entdecken. So versteckte Schalter oder so. Ja, natürlich, die Gebetsdinger wurden ja schon lange nicht mal angefasst. Ich hab's aber instinkt gekillt. Nice and quiet. Schöpfchen haben diese Teller fast geleert, aber es auf dem ganzen Teller wächst, auf dem ganzen Teller wächst Schimmel. Immer noch in schwarz-grünen Klumpen. Of course. Der Schimmel findet immer einen Weg. Da kommen wir nicht durch. They won't see me coming. Poison! Hardly fair. Hey. Ah, goddammit! Ah, goddammit! Fucky. Hm. Hm. Wieso ändern sich die Werte bei ihm nicht? Ja, das heißt wir dürfen nicht mehr einfach alles anklicken, wenn sich der Werte nicht verändert. Das hat der falsche Kopf, ne? Feuer und Feuer. Hey! Yes! Eine Frage ist... Ja. Part of Exa ist kein Diablo-Klon, sondern quasi eine Fortsetzung von Diablo 2. Wenn du das so sehen möchtest. Da haben ja Entwickler von Diablo 1 Team dran gearbeitet. Gut. Hey! Hey! Ich bin ganz sauber. Okay, das sind ziemlich harte Boys. Du gehst direkt in deine Form. Und dann... Ich frage es, wie schnell ist Zauberzeit? Ich frage es. Ich frage es. Ich frage es. Ich frage es. Okay, also ich habe zu Recht, ich hätte speichern sollen. Ich habe zu Recht gezögert. Cool. Na toll, jetzt sind wir das ganze Ding nochmal neu machen. Ne, also wir sind zum zweiten Mal rein. Das heißt, wir haben das Teile des Labyrinths schon hier gemacht. Das ist gut, weil dann können wir nochmal hier nochmal lesen. Ich glaube, irgendwie die große Glocke, da muss man ganz zum Schluss läuten. Ja, scheiße. Also... Hey! Ich bin irgendwie hier drin. Hey! Lass es mir! Sehr unvergleichbar! Lass uns das! Stirb doch jetzt! Hey! Hey! Ah, dieses Ausdauer-Ding ist ein bisschen, äh... Ich weiß nicht, ob das... Ich würde es als nervig betiteln. Hey! Ha! Was ist das? Kill them all! Hup! 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 Also... Ja, ich weiß noch nicht. Weil dieses Ausdauer-Ding ist ein bisschen nervig. Ein Brief nach Hause. Mutter, ich habe Bruder Idrik gebeten, dir diesen Brief zu überbringen, da er am nächsten Morgen nach Neu-Heoma reisen wird. Ich gebe ihr alle Münzen mit, die ich habe und ich hoffe, dass die Überraschung einer unerwarteten Heimkehr mildern wird. Denn... Ich mag es, indem ich in wenigen Tagen zu folgen. Unser Dorf hat sich viel verändert. Und obwohl ich nicht möchte, dass du dich sorgst, muss ich doch sagen, dass es nicht sicher wäre, hier zu bleiben. Ich weiß, dass Rektags OPK nicht zustimmen wird, aber... Tja. Röp! Hey! Röp! Röp! Na? Da. Pst! 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 Nein, nicht schneller Modus. Ahhhh. So, dann lese ich noch mal schnell den Brief. Wo war der? Achso, habe ich den mitgenommen, den Brief? ich habe doch irgendwo gelesen hätte ich doch nur die linke glocke geläutet als die mitte aber wo war das das weiß niemand mehr nie hier restrix obrika sagt er lösen sah es sogar für diese vergessen und statt der zweiten zuerst die größte glocke geschlagen die stadt die zweite zuerst die größte glocke geschlagen das heißt die zweite war die größte glocke ja vor dem müssen wir vor dem ist es nicht so respekt haben hi ja ja Sollte vielleicht mal ein bisschen warten vor dem nächsten Kampagne-Final. Weil diese Ausdauer-Sachen ist ein bisschen... Ja, ich wollte jetzt schauen, ob ich fliehen kann. Hat nicht gut funktioniert. Ja, diese Kette, man kommt halt nicht weg, ich kann halt nicht abhauen. Okay, dann wird das benutzt, dass mir eins auf die Fresse gegeben wird. Wie kann ich helfen? Hey. Ja, so'n Priester hier, so'n Heiler wär' super, ne? So'n Heiler wär' super. Wo es gibt, es gibt einen Weg. Es ist fertig. Ich bin so froh, dass wir, dass er bis denn jetzt schon Dinge gelernt hat. Ähm, Schloss knacken. Erleichtert. So. Ah, okay. Also er muss jemand anderes binden, der sich ruft. So, okay. So. 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 also die die ringe sind übrigens random generieren also die der luke teilweise teilweise nicht große zwei ringen den hatte doch schon der war instant die ausdauer ist runter gesunken also vorher war instant tot weil er geschwächt war das war knapp ja so weiter kommen wir nicht ohne einen kampf zu produzieren okay wir untersuchen mal die glocken also wir haben die linke zuerst geläutet das hektos pflanzt sich völlig durch die halen fort bis plötzlich ein dutzend zwitschende töne durch den tempelhallen dann die rechte und die größte wenn seine selten seine selten stelle bricht über den raum rein die den glockenklang das ewige tropfen der klammen steine gleichermaßen verstummen lässt dann aber läuten die glocken plötzlich so das harmonisch laut durchdringend los dass die ohren zu behalten muss okay das war falsch also wenn man ein hinweis bekommen ich dachte wir sollten die große nicht zuerst aber sowas ist halt wäre cool wenn ihr euch zurückhaltend würdet ich hätte mir jetzt die notiznummer angesehen und dann hätte ich es gelesen also es ist so langweilig wenn ich es nicht selber rauswende ich habe die notiz mitgenommen rektrix obrig sagt erlöse sorgt für die sie vergessen und statt der zweiten zuerst die größte glocke geschlagen da steht doch nicht drauf dass ich die größte glocke zuerst schlagen soll statt der zweiten es könnte im süden halt noch aus den hinweis geben aber ich schaffe nicht die vor was ist es kürn was ist es kürn hey 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 kannst du denn eine waffe hey hey of course kürn Ich glaube nicht, dass wir das Rennen können. Ich glaube nicht, dass wir das Rennen können. Aber ich werde langsam sterben. Alright, dann. Okay, fliehen ist gar ne Lösung. Ja, ich hab dich nochmal gespeichert, ne? Ja, die sind zu stark. Keine Chance. Die killen uns instant. Die sind richtig absurd stark. Warum auch immer. Fingent! Let's have a night! Let's have a night! You're not getting through me. Hey. Ja. You're not getting through me. Ich hätt's nicht probieren sollen. Warum ich das überhaupt probiert hab, weiß ich auch noch nicht. Ich dachte, ich kann halt die einzelnen rausziehen. Der Spieler hat aber so gesagt, so, ja, äh, nein. Of course. Ja, äh, ich dachte, ich kann die einzelnen rausziehen, aber ich hab die ganze Kurve getriggert. Und ich hab vor Speichern genommen. Und ich hab das probiert hab. Das wär smart gewesen. Statt der zweiten, die große Glocke geläutet, statt dran. Aber die Frage ist, was sie mit der zweiten gemeint ist. Zum zweiten Mal? Äh, die rechte Glocke kann man ja nicht zweimal, oder doch? Was ist das? Hey. Ja. Lass es mir! Natürlich. Du machst sehr viel Schaden. Hilfst du ihm? Hey, du hast so ein Kript, oder? Der Dude hilft dir nicht. Okay, dann. Diesmal... ...vergesse ich aber nicht, dass da ne Falle ist. Nach dem dritten Mal sollte ich's gelernt haben. Okay, also... Ja, die hier unten können wir nicht töten. Das ist halt nicht möglich. Außer wir wollen direkt baden gehen. Und das wollen wir nun wirklich nicht. Schau dir an. Ich sehe etwas. Ich sehe was ich finden kann. Meint ihr, wir können vielleicht etwas erahnen? Nicht nur... Schau mal. Dutzend Zwischender Töne. Dutzend Zwischender Töne. Wir haben vier Möglichkeiten. A3. Oh Gott, das sind unsere Dinge gekommen jetzt. Dutzend Zwischender Töne. Dutzend Zwischender Töne. Dutzend Zwischender Töne. Ja, also es ist per Glück rauszufinden ist einfach unmöglich, da haben wir nur einen Hinweis gefunden, und der ist oben gewesen, den zweiten finden wir unten, und das Problem ist, dass wir die Ratten nicht schlagen können. Well, hey. How may I help? Yes. Yes. Of course. Hey. So, wir speichern diesmal. Einmal möchte ich es nur probieren. So, du machst direkt das. Du haust direkt ein paar Dinge raus. Und du haust den König dir in. What is it? How may I help? Oh, der ist direkt ausgeschalten worden. Oh, der ist direkt ausgeschalten worden. Das ist nicht sehr hilfreich. Hey. Veranthus! Get your blood! Veranthus! We have to take better care of all of you. Oh, der König ist richtig hart. Also ich kann drei ausschalten, aber das Problem ist, der König. Der König ist hardcore. Habe ich nicht gespeichert? Gerade eben habe ich doch gespeichert. Aber wir geben mir diesen Spielstand, nicht irgendwelchen automatischen Shit, der vor fünf Stunden gemacht wurde. Alright, dann. Hey. Hm, 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 hm. Kann man uns irgendwie buffen oder so? Wir können uns drei mehr Macht verschaffen. Sollte eigentlich reichen. Hoffentlich. Hey. What is it? How may I help? Nice fever. Off. 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 That's it! Get your blood! Off. 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 Gut zu wissen. Also gleiches Ergebnis nur viel schneller. Und ich habe meinen Dudes gekillt. Haha. Äh. Ja? Of course. Hey. All right, then. Well. Hey. Hey. Who say you are? Hey. 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 Hey, hey. 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 Wirst du dies irgendwann auch mal anfangen? Dann tu das! Das sieht doch schon mal deutlich besser aus, wenn wir zwei hinten stehen und hier, wenn der Snare vorn steht und tankt. Seek! So, du musst jetzt im Nahkampf helfen, er hat keine Zauber mehr, aber so in ethisch. Wie kann ich dir helfen? Ja, das ist doch wichtig, der wäre jetzt fast draufgegangen. Du stehst hinten und hilfst von hinten. Hab's irgendwann mal gekauft, aber die dazu gekommen. Echt? André, vielen, vielen Dank für den Support. Schön, dass dir gefällt. Sehr gewonnen. Bestaut noch weiter. Schuuuut. Vielen Dank. Das Ding ist nicht der Job. Adair, nein! Jetzt komm! Der hat doch nichts mehr! Willst du mich jetzt verarschen? Ach, der Dude ist gestorben. Also selbst wenn... Ey, wir haben den so gut gefeitet. Zwei Dudes schon hinten, alle Zauber rausgehauen. Die gingen... Ich denke aber, genau so machen wir das. Hi? Es ist ein Schwie noch herauszufinden, was jetzt hat, äh, am besten wissen wir es nicht. Well, not too long. Not too long. Das ist ein Schwie noch. Ich bin jetzt für mich. Na, weil du be... Ja, weil du... Na, weil du be... Ha! Ja, curse your... Ja, das... das war ja nix mehr. Uh, geschwächte Abwehr. Eis! Dammit! Wir müssen besser auf den Alli nehmen. W- Yes? Curse your eyes! Okay, diesmal ist es geschafft, aber... Alter, boah, meine Güte. Was für ein schwerer Diode, ey, Mann! In der Luft liegt ein Dunst, der sich kontinuierlich zu einem Schleier aus Staub und Nebel festigt. Er sammelt sich in der Umruf, soweit etwas sein Zerk zu sein scheint. Ein flimmendes Echo, das abwechselbar ist und verschwindet. Das Gefühl an der mächtigen Energie in dir ist aber noch stärker als der visuelle Reiz. Sie Wald erfüllt mit Trauer, die sich mit deinen eigenen Gedanken auszuweiten scheint, benebelt sie so lange, bis das Leid dein eigens ist. Wie ein zerschmetter Welle stürzt die Energie nach vorn und dich hinein und einen Moment später bist du an einem anderen Ort, vor dir dich dein hell erleuchtender Steinkorridor, der voll Fackeln und leuchtenden Kristallen gesäumt ist. Du rennst und deine Schritte hallen von Steinen um dich herum wieder. Du hast vergessen, deine Sandalen zu schnüren, die dir nun von den Füßen rutschen und dich langsamer machen. Du bist zu spät. Aber weinst zu spät. Das Ritual wird ohne dich beginnen. Du hörst das Läuten einer Glocke und deine Stimme hebt sich, als du den vertrauten, verzerrten Ton der rechten Hand hörst. Sie steht für den ersten der Dämmerungssternen, die am Nachthimmerschein als letztes im Licht der Dämmerung verpasst. Du bietest insbesondere, dass dies der erste Glockenschlag war und nicht der letzte. Verzerrter Ton. Ähm. Ähm. Speichern. Jawoll, Chef. Hey. Kein Leben hat er noch. Ja, wir müssen direkt, äh. Hey. Hier ist auch wirklich gar nichts mehr. Ähm. Was? 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 Das ist, äh. Wir wissen immerhin, dass, äh. Ja. Damit sollen wir das jetzt halt schaffen. Okay. 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 Das erste und letzte. Ach so. Jetzt habe ich es. Ach so, ja, ja. Hey. Ja, ja, das Erste und Letzte. Okay, natürlich. Weile Güte, dass ich noch nicht drauf kam. Okay. Wir müssen auf jeden Fall lagern, leider. Nee, die große. Die rechte, die große. Auffällig verzerrten Klang. Auffällig verzerrter Klang. Soll das Erste und Letzte sein. Wie kann ich helfen? Das wirst du dann eigentlich zwei sein. Vergessen, statt der Zweiten zuerst die größte Glocke geschlagen. Statt der Ersten zuerst die größte Glocke geschlagen. Statt der... Aber die Zweite Glocke ist ja die größte Glocke. Aber meint der damit, dass man zum Zweiten dann die größte Glocke schlägt? Okay. Als das neueste Fall hat, kannst du aus der Richtung der Tür ein Quittisches Geräusch stellen, als sich der Weg zu unteren Ebenen öffnet. Hey. Mann, 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 Mann. Dachte, ich hätte es so gemacht, aber anscheinend nicht. Muss direkt speichern. Speichern! 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 Egal, ich verstehe 5.000 Speicherstände. Ein Geist? Das Ding ist, es ist so lange her, dass ich wahrscheinlich von vorne spielen müsste und darauf habe ich absolut kein Problem. 58.000 Abwehr gegen Magic. Aber das ist so lange zu schlägen. So lange zu schlägen, am Anfang der Welt, die Flugzeugkirche, vor allem noch zu schlägen. Musik Egal, schlägt als eine Welt mit dem einen Weg. Es ist so lange zu schlägen. Musik Ich glaube Kreis. Yes. Come. Das sind einige. Was ist das? Du kannst das! Lava-Ru, be on seek! Yes! Haste, qurth, and rock! I could go for some Shed-Eye about now. No! Ja, manchmal finde ich... Ich verstehe noch nicht so 100%, was das Spiel mir mit manchen Werten sagen will und was nicht. Das habe ich bis jetzt noch nicht so ganz gerafft. Hey! Es ist nicht verrückt, nachher zu schauen. All die Zeit, in der Zeit... Hey! Hey! Just seeing what was coming. Three of us! Let's have- What is it? Ach, haben die... 57?! Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Pfff... Ah, die haben so viel Death, das ist absurd. Hey! Ich meine, schaut euch unsere Death-Werte an und die haben 60 oder sogar noch mehr. Und der Witz ist nicht nur 60, diese 50 Abwehr oder was. Die haben auch Reflex 50 oder so. Völlig absurd. Und dann habt ihr gesehen, wie die meine Charaktere runterfallern. Ey! Der Tank hat wenigstens ein bisschen was aus, aber drei von denen kann ich schon aus. Das macht einfach keinen Sinn, jetzt hier weiter voranzugehen. Wir müssen ein bisschen gelevelt haben. Wir kommen ja nochmal her. Aber es ist einfach... Der Spiel versucht mir dringlich zu sagen. Junge, gehörst du dir noch nicht her. Good day stranger! Dieser Ort wird in Dra... äh, äh, überrannt, ja, ne? Ich denke folgendes. Der Tippe ist jahrelang versiegelt gewesen. Sie müssen sich wegen dem, naja, dem Vor- und Nahrungsvorräten hineingehült haben. Schlimmer als Schädlinge solltest du aber nicht finden. Äh, es gibt viel Schlimmeres als nur einfach Spinnen. Oh! Wirter blinzelt langsam und seine Stimme legt sich sorgenvoll in Falten. Dann bin ich in derselben Situation, Freund. Und ich kann dich nur um Hilfe annehmen. Willkommen! Hey! Okay, wir haben wertvolle Informationen gesammelt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, wir wissen Bescheid, wie das Kampfsystem jetzt so ein bisschen funktioniert. Und, äh, anzaubern sollten wir, wenn's geht, vor allen Dingen Gruppen nicht sparen. Außer wir wollen, ähm, außer wir sind überlegen. Gegen so Mini-Spinnen brauchen wir sowas nicht, aber... Guten Tag zu dir! Guten Tag zu dir! Guten Tag zu dir! Ähm, ähm... Ich kann mal nur zwei tragen. Gibt's keine klassischen Heiler? Ich denke, der Priester dürfte den klassischen Heiler mimen, aber habe ich ja noch nicht, ne? Ich denke, ich kenne auch keinen Priester. Ich kann auch leider keinen anwerben. Ich könnte einen guten Hund gebrauchen. Hier meine Gute! Ich habe einen schwarzen Hund erhalten! Im Inventar hinzugefügt. Hä? Hä? Diese kleine Hund hat glänzende schwarze Hölle und freundliches Wesen. Er trottet neben dir entlang und blickt treu zu dir auf, sobald du hier... sobald du stehen bleibst. Ist das eine Waffe oder... Ist das ein... Ich bin verwirrt. Begleit-Tier. Was heißt Begleit-Tier? Hey! Ich habe das Item schwarze Hunde erhalten. Hä? Ja, wir haben ja keinen Priester. Wir sind nur keinem Gegner. Wir haben jetzt einen Mage, einen Tank und einen Druide, der... aber nicht heilen kann. Was ist das? Wir können heilen, aber nur einmal pro Ruhephase. Wir müssten dafür uns ausruhen, dass wir es wieder bekommen. Anstatt dass wir dafür vier, fünf Zauber haben. Das ist ein once in a lifetime Ding. Ach ja, geht es der... Scheine, dann tut es irgendwie noch gut. Ich meine, wir waren jetzt seit ein, zwei Tage... Wir haben erst mal einen halben Tag geschlafen. Sogar länger als einen halben Tag. Und dann haben wir... Jetzt sind wir zwei Minuten im Kellergerass. Und dann sind wir noch ein bisschen rumgelaufen. Mal schauen, ob es hier gut geht. Ich weiß halt nicht, ob was zeitkritisch ist. Ist so ähnlich wie Definity. Weiß ich schon. Werde ich gesagt nicht, ne? Ich weiß nicht, wie smart das programmiert ist. Aber im Prinzip ja. Nur, dass du keine Rundenkämpfe hast. Also, wir wollen nach... Ich weiß gar nicht, wohin wir wollen. Ein... Ein... Kalt nur. Genau da wollen wir hin. Genau, genau. Vier Stunden. Brauchen wir noch mal Granzgabelung. Vier Stunden. Junge. Joach! Ja! Kürzis! Ich weiß doch nicht, was ich zu diesem Ausdauer sagen soll. Also ich weiß nicht, ob ich ihn geil finden soll oder einfach nur beschissen. Ehrlich gesagt. Bis jetzt würde ich sagen... Mal gucken, wie sich das verhält. Passt tontechnisch oder findet ihr was zu laut, zu leise? Weitere Steine. Ein Spiegelbild verzerrt und verdreht sich in lebenden, glänzenden A-Dramen. Oder ist jemand tot? Eine gute Mordaxt. Hatten wir nicht auch noch ein gutes Schwert gelotet? Oder... Ne, okay. Wir hatten gelotet. Okay, ist das zweihändig? Ja, zweihändig ist nicht das, was wir an der Front haben wollen, wenn da kein Didi ist. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, was du bist. Ah, thank you for that! Lava Ruf! Get your blood! Dammit! We gotta take better care of Alof! Baranthus! No prisoners! Diese Kerler sind echte Penner. Ich hab nicht mal gegen Schweine ne Chance! Ist das euer Ernstspiel? Hey! Nicht mal gegen billige Schweine neil dich durch! Ah, ich weiß nicht, aber irgendwas läuft hier gehörig falsch! Ah! How may I help? Ah! Ah! Leave it to me! Hey! Ah, ich fühl mich tatsächlich ein bisschen verarscht! Ich hätte doch Märchenstunde nehmen sollen! So, ich bin zurückgekommen! Hey! Um euch direkt eins auf die Fresse zu geben! Wenn ich bitten darf! Hey! Ah! Ah, thank you for that! Let's hire the- Kill them all! Best you wish... Get to a blood! Well? Dammit! Ah, fuck. So much for kill them. Bring them down! Diese Ausdauerbalken ist der größte Müll in diesem Spiel. Also ich habe mich entschieden, ich finde ihn direkt scheiße. Er ist einfach unnötig, Punkt. Dass ich mit vier Eber nicht fertig werde. Ich meine, es ist doch nicht so, dass wir schon Level 3 sind. Aber ich fühle sich die Sacklevel irgendwie nixen. Oh, ich hätte es speichern sollen, das habe ich irgendwie vergessen. Damit können wir jetzt arbeiten. Der Mage bräuchte mal ein paar Zauber, das wäre was. Mongeri ist der erste Ausdatan zu nerven. D. D. Seek! Spring! Lavor, Beyond Seek! Veranthus! Ja, das sollte jetzt passen. Ja! Ha, that's it! Veranthus! Ja, mit Befrieden ging's eher deutlich besser, ne? Einfach die Keiler quasi auf unsere Seite ziehen. Die Feier speichern wir doch direkt mal. Ich fange jetzt nicht an, nach jeder Begegnung zu speichern. Ich werde es bereuen, aber egal. Fulmar! Ah! Oh, hallo! Verzeih mir, aber du hast mich ordentlich erschreckt. Ich dachte, ich hätte das durch den Busch rascheln hören. Aber da warst du wohl nur du. Wie dumm von mir. Du brauchst dich zufällig vorrücken. Ich wollte eigentlich zur Matammerbrücke. Aber für das ist es besser, ich gehe zurück in die Stadt und versammle noch einige Leute. Vorsicht ist besser als nachsehen, nicht wahr? Ha! Zack, hast du was gehört? Hey! Oh, wow! Ha! Nicht mal beim Händler ist man hier sicher. Bei allen Sterne Müll danke, ich habe dieses Ungeheuer noch nie so kühn erlebt, seltsame Zeiten sind das hier, nimm das, ich reise zurück nach Kolthal und du kannst es besser brauchen, trank der kleinen Austerer. Na gut? Plus 62 Ausdauer. Kann der Chef bewegen? Hey! Hör! Hallera Sinai. Lava Roo Beyond Seek! Hör! 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 Ah, Herr! Wörth! Hörm... Hör! Puh! Hörm... 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 Das war's für heute. Ja, dank meiner Heilung ist das eigentlich, bin ich da eigentlich ganz cool, ne? Ey, so knapp vor einem Level ab sind wir, so knapp. Ja, ich werde wahrscheinlich nach jedem Ding speichern müssen. Warum dringend sowas wie eine Heiler oder so? Ich meine, ich konnte mich jetzt selbst heilen, aber das wäre schon nicht schlecht. Die Feuerwehr ist da und die Frau hat die Vorzeuge nicht zugemacht. Die Feuerwehr ist da und die Frau hat die Vorzeuge nicht zugemacht. Die Feuerwehr ist da und die Frau hat die Vorzeuge nicht zugemacht. Die Feuerwehr ist da und die Frau hat die Vorzeuge nicht zugemacht. Ich bin der Unterseuge. Ich bin der Unterseuge. Die Feuerwehr ist da und die Frau hat die Brille. Custis! Hey! What is it? Oh! Tja, wir haben ihn nur drin gehabt. Vielen Dank Multigaming und... ...finde ich ja viel für den Level ab. Und den Game-O-Wisp sollten wir eigentlich immer Probleme killen können. Haben wir dann auch gekippt. No problemo! Ja, ich will jetzt ein paar Monster noch killen, dass wir das Level abbekommen. 100 XP fehlen. Da! Den da! Schnapp dir den da! Ja! Okay, der Mage ist hinten, das ist gut. Ich hab irgendwie die leise Vermutung, dass wir richtig jetzt auf die Fresse gekommen sind. Wieso? Ja! 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 Achso. 200. 37 bis 48 kohadierten schaden 33 kohadierten schaden über sechs sekunden erzeugt ein aus der reine nekrotische gegen sie sofort solche zeit schadens vor sagt blendet und frost schauen ja der flammfächer finde ich aber eigentlich cool genug leuchtet rollende flamme schon lange drin haben können die das gewusst verdammt okay wir sollten für experimente entführt werden ja doof dass sie nicht einfach bauern waren ja dass ich uns mal genau anschauen soll hätte ich gesehen dass wir eventuell dafür ein bisschen zu gut ausgerüstet sind also gut ausgerüstet ist ein bisschen die übertreibung wir haben equipment an punkt das beschreibt unser status relativ gut ich muss dann auch mal die alten spielstellen löschen gut ein fütter ein so Ich habe zu viel Respekt gehabt dafür. Aber ich kriege ja Skull. 38 Schaden. Der Film ist nice. Ich habe zu viel Respekt gehabt vor dem Troll. Aber er sah groß, fett und gefährlich aus. Heilungsbonus. Yes. Oh ja, das klingt ja super. Heilungsbonus nehmen wir doch gerne. Ah, okay. Dadurch verlieren wir unseren Mantel. Ein einfacher, billiger Umhang. Hey. Hanslok's Kompass. Irgendwann ist es so da tun, ne? Ja. 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 Okay, ich würde sagen, wir spielen noch ein kleines bisschen und dann spielen wir Dole War. Bock drauf. Nehmen wir einen der Tidensehen stehen zwei Dörfler auf Unkürtel Atmos. Keuchen Sie sich schwer und schauen da wirst du dir hoch, also dich näherst. Wenn du zum Fischen hier bist, wie wir es waren, dann sollst du einen großen Bogen um den Kompass machen. Okay. Da hier viele Schiffe an den Felsen zu stellen, dachten wir uns bei dem Drack nicht viel, bis wir etwas hörten. Ein schreckliches Gorsuch, ich dachte, dass es vielleicht ein Überlebender sei, aber... Ähm, er war nicht mehr am Leben. Gut, er bewegte sich, aber richtig lebendig war auch nicht. Es war schrecklich. Okay, was macht ihr hier draußen? Angel natürlich, aber ich habe meine Angel verloren, als sie zu einem dieser Monster an den Kopf warf. Wir hatten die Titelzähne inspiziert und wollten unser Glück unten bei den Felsen probieren. Das hat uns den Schreck unseres Lebens eingebaut. Wir müssen hier mit unseren Netzen auskommen oder aber wir für Hunger nach Hause gehen. Echt, gibt es wie die Schufsachs? Echt? Immer. Ah, dieser Ort ist wunderschön, aber zu sehen gefährlich bis dort hinaus. Meistens beißen die Fische hier sehr ordentlich. Ich glaube, nächstes Mal versuchen wir es weiter die Küste hoch. Und was habt ihr gesehen? So eine Art Zombies. Ja, das war mir egal. Einen guten Moment. Hast du das gehört? Ja, uns fehlt es langsam ein bisschen am Zauber. Wir haben relativ viel jetzt aufgebraucht. Tja, RIP 2 Sinne. Tief in die Gedanken an dieses Opfer, das die Lady gebracht hat. Nehm ich ihr Loot an mich und spreche mit dem Überlegenen, der mir nichts für die Hilfe gibt. Aber gut, ich hätte dich auch einfach sterben lassen können. Gut. Die Tuse ist auch nicht so wichtig, dass sie tot ist. Ja. Soweit Meister. Ja. 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 so voll gefressen wieder da war es ist jetzt interessant düster er ansonsten mehr ist nicht zu sagen es ist verdammt schwer sagen wir es mal so es ist schwer das spiel ja 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 Das ist Beste dabei, den haben wir gar nicht gesehen. Voller die Waldfeder, das ist ja nie, ist klar. Ich habe offensichtlich eine zweite Gruppe mitgezogen. Hey. Ein Bonuszauber der Stufe 1. Ach so, okay. 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 Seine Form stärker. What is it? Ja? Ja? Ja, Frau Ruf! Ei? Höh! Lach, Arif! Höh! Höh! You're not getting through me! Yes? Äh, willst du den Shit? Ja! Jetzt geh ich drauf, weil ich den Shit-Dannung hab. We gotta take- Höh! We're not getting- Baranthus! I need some help here. Jaaah. Hey. Yes? Yes. Wir haben keine fetten Zauber mehr. Ich will dich schon wieder rasten. Hm. Wir haben keine fetten Zauber mehr. Das war's für heute. Leave it! Yes. Lava Rue, be on seek! Yes. Lava Rue, be on... Leave it to me! Okay. Have the good ones! Get to a plot! Nice. Oh, I've gotten taxed to my limits. Dammit! We've got to take better care of Lava. Hey! Okay. Ein Gull! Das ist ein Gull. Das ist ein Gull. Ein Gull? Okay, ja. Hey! Ich weiß, dass ich die abends bin. Ich muss nicht unnötig schauen auf euch. Ich muss nicht unnötig schauen auf euch. Das sind zwei Leute für den Nahkampf. Ja, so. Jetzt haben die auch ein Level. Athletik 5. Ja, machen wir direkt zwei Athletik-Punkte. YOLO! Keine neue Klassenfreischaltung. Ja, kriegischer, kriegischer, kriegerischer Verteidiger macht Sinn. Er kann das echt brauchen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wissen 7. Auf ihn poweren wir direkt komplett auf Wissen. Okay, er kann neue Zauber freischalten. Ähm, Infusion der Lebensessenz. Es ist das, was ich denke, dass es ist. Plus 5, Max Ausdauer. Plus 50, Max Gesundheit. Okay. Okay, gut. Dann hat das, passt das? Arcana Schleier. Bewirkert ein Schutzschild aus Magie, das die Abwehr des Zauberers erheblich steigert. Aber nur 13 Sekunden. Möglichst dem Zauber einen Feind mit einem Zauberbuch zu zersperren, das mit ritualer Energie geladen wurde, wodurch dieser große Schadeleitung zurückgeworfen wird. Bonus Zauberstufe 1. Ja. Er kann zusätzliche Aufladung für seinen Zauber gebrauchen. Ja. Ja. Hey. Hey. Das hatte 110 Ausdauer. So, und damit sollten wir das doch jetzt hinkriegen, oder? Wir versuchen das. Ja. 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 Was ist das? Wie kann ich helfen? Lava, wie auf die Seine ist! Wie kann ich mit der Wildtiere? Das sind ja keine Wildtiere. Das ist ein Wilder, kein Wildtier. Das ist... Navarro! Ach so, dem Zauberwirker wird das gegeben. Ich benutze... Beyond Seek! Wie kann ich mir helfen? Navarro! Be on Seek! Ich werde mit diesem! Du kannst nicht durch mich! Ja, das Level hat deutlich verändert. Du kannst nicht durch mich! Wie kann ich dir helfen? Du kannst nicht durch mich! Tja, das Problem ist... Ja? 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 Du kannst mir helfen! Ja? Wie schief mich das? Ja Let's have it Kein Schaden Taktischer Rückzug Ein Mann 2,5 Schaden Ja, sie wollen nicht füsten Alright then Ein Mann 2 Schaden Ohne irgendwelche Zauber-Special-Effects Das ist doch kein Schiss Okay, ja 22,78 Und äh Chance Rektion 10 Diese beschissene Handauf Das kann man nicht schaffen Ja Hey Well? I? I'm not getting through me They might don't listen to kill them He might have believed you kill them Tim won't hold me for lo- mean Ich will put you trick there I might not be a target Na'va will be on sink Yeah, I will put hold me for lo- Nava will be on sink I will put hold me for lo- ... Ich würde dir helfen... ... ... ... Wo ist das? Leave it to me! Aye? Let's have it out! How may I have to? Hi? Let's... Curses! I'm kinda stuck over here! Let's have it out! I shall deal with this one! No, I should not fly! Get up, lad! You're not getting through me! You're not getting through me! Damn it! I gotta take better care of Allah! Oh, this! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Hey! So unfair! I'm not going to right now, because it's too strong! The game wants me to just try! To be honest, I can't say anything! The game doesn't want to win! La, Baru, be on seek! Leave it to me! Wuh! Why couldn't not all, eh... Why couldn't not all, eh... Why couldn't not all the gympce so out look like? Too easy. Ich dachte, das ist easy hier in einem Zauber. Falschgedacht. Und dafür brauchen wir übrigens noch nicht, dass ich das wieder austrockne. Natürlich. Hey. Ich hab noch nicht wirklich 100% verstanden, wie das Spiel gespielt werden möchte. Muss man oft rasten? Aber wenn wir oft rasten, dann startet ja die Zeit immens voran. Halt auch nicht das Sinnvollste. Ich weiß noch nicht wirklich, wie das Spiel es gerne hätte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, da oben können wir nicht lang, weil zu two strong. Oder ich zu doof. Das kann natürlich auch sein. Mit Heiler wäre es natürlich deutlich einfacher. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt sowas... Es gibt ja Handauflegen und damit kiehen sie sich die ganze Zeit die blöde Hore. Und ich hab die scheiß Ausdauer. Womit der Held gekillt wird, bevor überhaupt daran gedacht wird, sein Leben abzuziehen. Gut. Ich hab die Aktion nicht mit rechts gebraucht, sondern mit rechts... Andersrum. Nicht mit rechts, sondern mit links. Ja. Eine Höhle. Eine Höhle. Die Frage ist, wie ich da überhaupt rein. Niemand hat gesagt, ich soll in diese Höhle rein. Oder? Oder haben wir in unserem Anteil gerade jemand, der gesagt hat, ey... Das ist eine Höhle da. Just do it. Ah, Mutter Ranga. Genau. Ahoi, Ahoi. Nett von dir, dass du mit mir Plotus-Freund aus dem Westen. Von dir steht ein... äh... Mom. Mit verpfälzten Haaren, zerrissen Kleider, mit ausgeblichen Farben. Sein Gesicht ist erfüllt von einem Muster von dünnen Armen durchkreuzen großen Wunden. Sag mal, funktioniert bei euch der Chat? Bei mir funktioniert er so Semi. Habe keinen Kit mehr gesehen, seit mein Schiff gesungen ist. Hast du nicht zufällig auf das Geld, das du loswerden möchtest? Äh, warum? Was verkaufst du? Die Lade meine Schiffs. Waren von Todesäuer. Einige persönliche Schmuckgegenstände. Alles und alle feinste Qualität. Normalerweise würde ich sie nicht verkaufen, aber ich brauche das Geld, um nach Hause zurückzukehren. Okay. Wow. So viel Kohle habe ich doch gar nicht. Ei, wir brachten Bahn von Todesäuer zur Trotzbucht, als uns ein Sturm vom Kurs abbrachte, die hier standen. Denn ich bin der einzige, der einzige, überlege. Ja, genau. Die hatte ich auch gerade eben. Aber ich sehe, wenn der Chat disconnected und wieder connected, dass es gerade eben passiert und jetzt gerade eben wieder. Deswegen meine Frage. Oh, Ranga. Du stehst einer turmhohen Mauarmfrau gegenüber. Ihre Haut hat die warm goldbraune Färbung eines ausgehenden Sonnenuntergangs. Nur an Hals und Händen finden sich fischweiße Flecken. Ihr wellig rotbraunes Haar wurde in engen Zöpfen um einen Streifen nackter Haut geflochten, der der Rundung ihres Kopfes folgt und fällt ihr über ihre breiten Schulter hinab. Guten Tag, Stranger. Okay. Eines Tages werde ich Vorräte holen gehen müssen und meinen Gehilfen bei meiner Rückkehrerschlagung vorfinden. Wie soll ich da noch irgendjemandem helfen? Ranga lacht leise. Das ist sogar mein Unzug so weit hinaus. Kupfermünze sind nicht annähernd so nützlich wie früher. Gefallen dagegen? Die weiß ich zu schätzen. Okay. Tja. Doof nur, dass die uns richtig gefestet haben. Oh nein. Und ich weiß nicht wie ich die töten soll. Guten Tag zu dir. Und ich weiß nicht wie ich die töten soll. Guten Tag zu dir. Ich hab sie doch jetzt hundertmal schon getriet. Keine Chance. Meine Güte. Probieren wir es nochmal. Na ich fürchte wir werden jetzt einfach sterben. Sie hat etwas geschwächt. Lass uns diese leuchtende Höhle erforschen, obwohl wir keine Aufgabe haben für das. Diese Höhle möchte erforscht werden. Aber ich würde sagen nicht mehr heute. Ich werde jetzt... Wie viel Uhr ist es jetzt eigentlich? Kurz vor 10. Mann, ich bin so müde. Ich hab sieben Stunden gestreamt leider. Tja, was ist das halt das Leben, ne? Ja, genau. Okay. Ich werde noch ein bisschen chillen. Heute lasse ich es mir gut gehen. Und morgen werden wir allerwahrscheinlich nach früher starten. Wie viel früher, weiß ich noch nicht. Das tust du mal gucken. Ja. 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 I shall deal with this one! That's not very helpful! Dammit! What is it? BB effect? I have to say that this... ...is... ...is... How do I really fight... ...if life is not the most important thing... ...is... Hey! We had some good times! Of course! I mean, our tank is the only dude... Alright then! ...is... 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 ...aahhh... ...is... ...is... Veranthus! Hey. 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 Wenn man das nicht in Sicht weiter hat, dann tue ich das hier. Wir müssten auch mal wieder fahren. Das ist nicht sehr hilfreich. Ich werde mit diesem. Hey. Hey. No! 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 Let's have it out! I shall deal with I shall... Enough! Breath is... That breath! Hey. Nya! Let's do it! Let's do it! Hey. No! 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 The the animations is now very dangerous because a bag Hoare. Wenn wir nicht so viele Leute haben, dass sich das lohnen würde, welche mehr in den Fernkampfzustellen uns überhaupt nicht schon haben. WB-Effekt. Du, da wollen wir uns was noch anschauen. Das ist schon plästisch ausgemacht, ne? Ja. Wie kann ich mir helfen? So, mit den ganzen Zaubern sollten wir die jetzt killen können. Das machen wir jetzt auf alle Fälle noch. Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Let's hire it out! Get to a blood! I? Huff! Huff! What is it? Huff! Huff! Wur! 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 Die Schossen sind sehr gut. Ich meine, er ist fast tot, aber der Scharmütz hat volles Leben. Die Schossen sind sehr gut. Und die hatten alle noch die Hälfte an Leben. Aber die Ausdauer reicht nicht. Ach, das System gefällt mir schon nicht. Das System finde ich kacke. Was ist das für ein Shit? Meine Gegner, die fallen auch nur um wegen Leben. Und ich fall um wegen Ausdauerpunkte. Die Schnelle, die Schmerz die Schmerz sind. Ich glaube, das ist einzelne. Die Schmerz sind sehr gut. Das ist gegenseitig. Of course. Aye? NAGA HUAH! Yes! FASTECK! DEVOLVE! NAGA NAGA BEYONCY Das ist der Kahn schon. Wir greifen kleine Mannschaften. Volle Kanne halten rein. Sollte er theoretisch was sein. Hau mal her! Oh, jetzt sind nur zwei da. Der Meister und der Priester. Da müssen wir das gar nicht mehr machen. Ah, die Krallen! Die Jungen! Kein Priester! Du gehst nicht durch mich! Also die Krallen hat uns gerissen. Was für ein schwieriger Kampf, ey. Aber die haben auch echt verdammt viel Loot dabei. Ich habe offensichtlich einfach eingesteckt. Alter! Die haben verdammt viel Edelsteine oder so. Hey! Beinahe! GG! Schade, nicht mehr zum Lügen. Da hat sich das... Wie kann es sein, dass eine derart große Reise wie die meine hierher führt? Die Bevölkerung des Seiwalds nennt diese erbärmliche Lagune sehenswert. Aber mir ist hier nur Unglück wie erfahren. Die Höhlen am Wasser wollte ich erkunden, aber ich fand heraus, dass dort Sporlinge leben. Den gerühmten Kompass gehe ich mir ansehen, stoppet über ein Stück Treibholzer für den Großteil meiner Briefe. Letztlich machte ich mich auf, die Drachenschädel näher zu inspizieren. Was passierte? Ein paar kleine närrische Xaurips bedrohten mich. Sobald ich wieder zur Arte gekommen bin, werde ich nach Goldheit zurückkehren. Zumindest scheinen mir die Xaurips nicht gefolgt zu... ...sa... Be-r-r-r-ney! Rest in Kelly These Sie sind dir nicht gefolgt. Nein. Hello. Jo. Gut, ihr schwächlichen Versuch, uns zu überraschen, ging mir wirklich auf die Nerven. Hier für dich, für deine Mühen. Jetzt können wir meinen Teil des Geschäfts in die Wege leiten. Genau, ich werde mit der Zubehör der Mixer beginnen, aber dazu brauche ich noch eine Zutat. Einige Spauen von Kreaturen in der Höhle habe ich. Einen Tag, hervorragend. Gib mir einen her, dann gebe ich ihn in den Kessel. Das sollte nicht lange dauern. Die Mixer ist fertig. Bring sie zur Aufrahmen. Saki soll sie vor dem Einschlafen einnehmen, nehme ich an, denn sie wirkt einschläfern. Am Morgen sollte sie sich dann vitaler fühlen. Saki soll mehr Fisch essen, Käse auch. Der Trank wird für einen gesunden Amt sie sorgen und sie kräftigen. Wenn ich mich recht erinnere, ist sie eine ziemlich zerbrechliche Frau. Okay, was ist denn, was... Ich dachte, das wäre ein Heimittel, ja. Nein, des Körpers kann ich wohl versorgen. Mein gebrechender Seele aber bin nicht machtlos. Sollen wir die Götter dafür verantwortlich sind. Ich habe so viele Male erklärt. Die Leute werden glauben, was ihnen gefällt. Okay, also lasst sie glauben, vielleicht wird ihr das helfen. Der Glaube ist eine mächtige Angelegenheit. Okay, ja, du bist ein Scharlatan. Unsinn, viele Jahre schon bin ich Hebamme. Was ich nicht bin, ist eine Wirkung unmöglicher Wunder. Okay. Hey. Ein Scharlatan. Ein Scharlatan. Jawohl, Chef. Mhm. Du musst zum Spiegel. Nur mit dem Spiegel kommst du so weiter, du hältst dir mehr Gefällt. Nope. Viel Spaß beim nächsten Monster, die killen nicht. Hm? In jedem Gefahrniveau steigen die Monster fast 5 Level, glaube ich. Okay, also gehen wir schnell ihr den Trank. Bevor es zu spät ist. Und lassen sie ihm glauben, das wäre irgendein Wundermittel. Also ein Placebo. 10.000 Erfahrungspunkte. Erfahrung 6.000 von 10.000. Aber der Bike ist sich gefüllt. Ich verstehe es nicht. Brauche ich noch? Egal. Jawohl, Chef. Ich weiß es nicht, ob du alles studierst oder nicht. Good day, stranger. Du warst einige Zeit unterwegs. Ja, ich habe ihn hier. Bitte schön. Oh, Gesegnis seist du. Geprise seist du. Ich weiß nicht, was ich ohne deine Hilfe getan hätte. Jetzt wird mein Baby nichts geschehen. Ich kann dich gar nicht genug tranken. Wir werden ihr nicht erzählen. Das Placebo muss helfen. Okay. Danke noch einmal. Ich werde das einnehmen, bevor ich zu Bett gehe. Vielleicht werde ich dann endlich in Frieden ruhen. Hey. Dein Ruf bei Goldthal hat sich verbessert. Viel. Wir haben einen hohen Ruf jetzt. Wir haben jetzt ein paar Nebenquests abgeschlossen, ne? Äh. Medith Reputation wohltätig diplomatisch. Goldthal Reputation ist Held. Mäßig gut. Mäßig gut. Mhm. Hey. Au. Oh, oh. Kann das... Das... Halt, mein Herr. Ja, auf ein kurzes... Oh, das ist Kolsk. Auf ein kurzes Wort. Er füllt ein... Der verhüllte Mann in einem grünen Umhang wartet an der Straße auf dich. Einverhüllter Mann, oder nicht? Als dich näher ist, geht er auf dich zu und auf kürzere Entfernung entkennst du die Gesichtszüge eines jungen Mannes, die aber von Erschöpfung gezeichnet sind. Er scheint sich beim Gehen aus dem Dinges Bein zu schützen und unterhalb des Kines wendet sich auf den Stoff seine Rose ein dunkler Fleck. Trotzdem beküsst er dich mit einer fröhlichen Verbeugung. Eine höfliche Verbeugung. Anstatt hast du gegen den guten Aufwand einen großen Dienst erwiesen. Obwohl Anzloks Kompass ein gefährlicher Ort ist, warst du bereit dorthin zu gehen, um mir zu helfen. In diesen dunklen Zeiten braucht Golta solche Mut und unerschrockenen Herzen, die bereit sind, das Notwendige zu retten, dieser Leute zu tun. Kann ich dich zu dieser Art von Leuten hin und zuziehen? Okay, wer bist du? Nur ein Mann, der dazu entschloss ist, Golta seinen frühen Glatz wiederzugeben. Es gab eine Zeit, Fremde, in der Golta seinen Namen alle Ehre machte. Der Weizen auf den Hügel glänzte Gülden und die Dörfler führten ein gutes Leben. Von goldenen Feldfrüchten weiß ich nichts, aber es gab dort jedenfalls weniger Fliegen. Um jetzt rausgeworden, was auch immer die Folie über unser Lande gezogen hat, ihre Bewohner sind gewiss nicht daran schuld. Rätrich bestraft uns für die Verbrechen, die wir nicht begangen haben und im Gegenzug sieht er seine eigenen nicht. Bin ich nicht und wer wird für seine Taten bezahlen, das schwöre ich. Ich kolzt bei der Flamme. Wie viele andere Tyranten hatte sich aus Angst so für Geld und Bestärker Männern und Frauen umgeben. Und hiermit bist du also gewarnt. Solltest du trotzdem weitergehen, also frage ich mich, ob wir nicht einander helfen können. Äh. Was genau soll ich denn tun? Ich muss dich ja mal eine grausame... Ja. Ich soll den Dude killen? Wie wärst du, tust du das. Wenn das hier vorbei ist, wird er uns mehr schulden als nur ein paar schuttbedeckte Fleckenland. Ja. Aber wir sind kein Aristokrat, ne? Ähm. Hey, Blitz. Die letzte Entscheidung des Tages, meine Freunde. Werden wir Rätrich finden und nicht um ihn kümmern? Oder mische ich mich lieber nicht ein? Ja, wir hatten jetzt schon zwei, drei Stellen, die hart waren. Ziemlich hart. Die letzte war besonders schwierig. Da bin ich, keine Ahnung, fünf, sechs Mal verreckt. Bis ich dann weitergegangen bin einfach und irgendwas anders gemacht habe. Und dann wiederkam und das irgendwie anders gemacht habe. Keine Ahnung. Und dadurch erfolgreich war. Was mir bei dem Spiel schon direkt negativ auffällt, ist, äh, diese beschissene Ausdauerkacke. Ähm. Das nicht nach Leben geht, sondern nach der Ausdauer. Und wenn die Ausdauer auf Null ist, ist der Charakter vorübergehend nicht mehr, äh, einsatzfähig. Absoluter Scheiß. Aber gut, vielleicht muss ich mich einfach daran gewöhnen. Eine gebührende Gewarnung. Eine gebührende Gewarnung. Eine gebührende Gewarnung. er hilft uns mir gefällt das spiel dir so es macht spaß das kampfsystem ist interessant was mir direkt aber negativ dieses aussage ist einfach nur kacke also es ist macht spaß aber gleichermaßen ist es auch ein bisschen zu verzweifeln mir gefällt das nicht sonderlich also was macht leben für einen sinn wenn mein charakter ausdauer verliert und dann aus dem kampf rausfällt wenn er nur ein viertel seines lebens verloren hat also wofür habe ich dann den lebensbalken scheint mir sinnlos außer beim tank der tank kann sich so gut hochheilen und standhalten dass da leben relevant ist aber bei den anderen charakteren wofür brauche ich einen lebensbalken brauche ich eigentlich nicht reicht ausdauerbalken schr schr Ja. Ich? Hier. Fürst eines Ödlands. Ja, Esternwald. Hey. Die Festung ist hier gar nicht. Das wird ja hier immer besser. Also die Festung ist hier gar nicht, sondern am Arsch der Welt. Und der herrscht immer von... Ah, okay. Ja, beträchtliches Hindernis sagt man ja, eventuell sollten wir uns das gut überlegen. Die Festung ist hier gar nicht. 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 Wenn wir das nicht hinkriegen würden. Ähm. Dann kann ich schön schlafen gehen. Und essen. Essen und schlafen. Das ist das, was ich jetzt tun werde, meine Freunde. Ich war ein Zocker. Haut's rein, hat's gut. Schön, dass es dauert. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.